Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz besonders heute Nachmittag zu den nächsten vier, viereinhalb Stunden, wo wir uns um eines der, ja, ich sage das schon mal vorweg, am meisten unterschätzten Themen in Deutschland kümmern wollen. Langzeitfolgen von Sepsis und Covid-19, ganz besondere Herausforderungen für die Betroffenen, für die Wissenschaft und, aber eben auch für das Gesundheitssystem. All das wollen wir abhandeln. Und wenn ich als Journalist eine Vorbemerkung machen darf, dann vielleicht diese. Wir als Journalisten, und natürlich haben Sie das dann zu erdulden, manchmal auch erleiden, haben häufig Themen. Und die bringen wir dann so oft, dass wir es alle nicht mehr hören können. Das ist das eine. Das andere ist, da fallen dann gelegentlich Themen hinten rüber, wo es wichtig wäre, dass wir etwas mehr darüber reden. Und ich glaube, das Thema Sepsis, was wir heute hier haben, gehört zu den, ich sage das, am meisten unterschätzten Themen. Denn wenn wir Menschen wirklich helfen wollen, wäre es wichtig, dass man da mehr tut und dass man das besser versteht, worum es eigentlich geht. Ich bin Journalist, das habe ich gesagt. Ich bin kein Mediziner. Insofern höre ich hier sehr interessiert zu. Meine Berührungen mit dem Thema sind auch eher gering. Deswegen, ich habe irgendwann mal bei Gernot Marx, dem Professor aus Aachen, dem Anästhesisten gelernt, welche Fortschritte es bei Sepsis inzwischen geben kann. Und heute werden wir viele Menschen hier haben, die uns davon berichten, wenn wir dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken, dass wir dann viel, viel für diese Gesellschaft und vor allen Dingen für die Menschen erreichen können. Noch eine Sache freut mich. Wir haben auch die Betroffenen. Wir reden nicht nur über die Menschen, sondern wir haben in einer Runde nachher hier Betroffene, mit denen wir sprechen werden, die von ihrem Leiden erzählen, aber eben auch erzählen, wie man ihnen am Ende geholfen hat. Eine letzte, und damit war es das, für mich Vorbemerkung. Wir haben ein unheimlich dichtes Programm. Und ich bitte schon mal jetzt alle Referentinnen und Referenten, sich wirklich an die Zeit zu halten. Das wird ambitioniert, wenn wir das hier schaffen wollen. Aber ich glaube, wir können es hinkriegen. Und Sie, die Sie uns zuschauen und zuhören, Sie haben die wunderbare Chat-Funktion. Sie können Fragen stellen. Ich verspreche jetzt nicht, dass wir alle Fragen hier unterbekommen können. Aber sicherlich werden wir versuchen, das reinzubringen, was wir hier sehen und was wir hinkriegen können. Die Technik wird uns sicher nicht verlassen. Das ist erprobt inzwischen. Wir sitzen alle an ganz unterschiedlichen Orten. Und so freue ich mich jetzt, Annette von Butler aufrufen zu dürfen. Die ist uns auch live zugeschaltet für die Sepsis-Stiftung. Frau von Butler, wir freuen uns auf Sie. Sie haben das Wort. Bitteschön, herzlich willkommen. Danke. Sehr geehrte Frau Dr. Hecker, sehr geehrter Herr Kanzleramtsminister Braun, sehr geehrter Herr Wähler, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen der Sepsis-Stiftung begrüße ich Sie alle herzlich zu unserem ersten Sepsis-Forum. Besonders möchte ich Frau Perea, Leiterin des Referats 615 im Bundesgesundheitsministerium begrüßen. Ein ganz herzliches Dankeschön an das Bundesgesundheitsministerium für die Förderung der heutigen Veranstaltung. Damit war es möglich, Sie kostenlos anzubieten. Es ist in Deutschland noch viel zu wenig bekannt, dass Sepsis die schwerste Verlaufsform von Infektionserkrankungen ist. Selbst in westlichen Industrienationen wie den USA und Deutschland ist Sepsis mit 35 beziehungsweise fast 20 Prozent aller Todesfälle assoziiert. Das sind in Deutschland ca. 75.000 Todesfälle. Die WHO hält die Mehrzahl dieser Todesfälle durch Verbesserung der Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung der Sepsis als Notfall für vermeidbar. In Deutschland könnten nach Auffassung von Expertinnen und Experten bis zu 20.000 Menschen mehr pro Jahr eine Sepsis überleben. Unsere Mission als Sepsis-Stiftung ist, dass Sepsis allen bekannt ist, schneller erkannt und besser behandelt wird. Darüber hinaus treten wir dafür an, bessere Überlebenschancen und Reha-Möglichkeiten in Deutschland zu schaffen. Denn zu der hohen Zahl an jährlichen Todesfällen kommt, dass bis zu 75 Prozent der jährlich 250.000 Menschen, die in Deutschland eine Sepsis überleben, an Langzeitfolgen wie kognitiven Dysfunktionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, chronischen Schmerzen, neuromuskulären Schäden, dem Verlust von Gliedmaßen und unter Depressionen leiden. Dies betrifft in Deutschland jährlich über 180.000 Menschen. Es gilt auch für ca. 20 Prozent der derzeit 3,2 Millionen Covid-19-Überlebenden. Diese Folgen bedeuten oft manifeste Einschränkungen der Alltagsfähigkeiten und der Lebensqualität. Erschreckend ist, dass Langzeitfolgen auch bei weniger schweren Krankheitsverläufen auftreten, die keine Behandlung auf der Intensivstation erfordert haben. Dass Infektionskrankheiten und Sepsis zu Langzeitfolgen führen können, ist erst durch Covid-19 stärker in den Blickpunkt der Allgemeinen und Fachöffentlichkeit gerückt. Deshalb ist das Wissen über die Ursachen, Vorbeuge und Behandlungsmöglichkeiten derzeit begrenzt. Strukturierte Rehabilitations- und Behandlungskonzepte, wie sie für die Behandlung von Krebs, Schlaganfall und Herzinfarktfolgen seit Jahrzehnten Standard sind, fehlen weitgehend. Hervorheben möchte ich ebenso wie Herr zur Heide die Beteiligung von Betroffenen an diesem Dialog. Sie können aufgrund ihrer oft schmerzlichen Erfahrungen im deutschen Gesundheitssystem wichtige Impulse für die notwendigen noch aufstehenden Entwicklungsschritte für die akute Behandlung und die Etablierung von Reha-Maßnahmen geben. Damit möchte ich auch auf eine besondere Schieflage des deutschen Gesundheitssystems aufmerksam machen. Obwohl das Gesundheitssystem und die Gesundheitsausgaben in Deutschland beliefen sich laut des Status im Jahr 2019 auf 410,8 Milliarden Euro, also mehr als eine Milliarde Euro am Tag, von den Erwerbstätigen, von Rentnerinnen und Rentnern und den Arbeitgebern finanziert wird, haben die Patientenvertreterinnen und Vertreter bei der Entwicklung des Leistungskatalogs und von Qualitätsstandards im gemeinsamen Bundesausschuss, dem obersten Organ des deutschen Gesundheitssystems, nur Vorschlags- und Mitsprache, aber kein Stimmrecht. Dabei ist es unerlässlich, dass die Perspektive und die Erfahrungen von Patientinnen und Patienten, die die wirkliche Versorgungssituation erleben und beurteilen können, in die Ausrichtung des Gesundheitssystems und seine weitere Entwicklung zum Wohle der Gesundheit der Menschen in Deutschland eingewebt werden. Für die Gesamtmoderation konnten wir den in der deutschen Politiklandschaft ausgesprochen erfahrenen und bekannten Journalisten und Moderatoren Jürgen zur Heide gewinnen, wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Und ich danke ebenso für die Grußworte von Prof. Dr. Helge Braun, Kanzleramtsminister und Frau Dr. Ruth Hecker, Vorstandsvorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und Initiatoren der Kampagne in Deutschland erkennt selbst ist. Ich wünsche uns allen eine konstruktive und produktive Veranstaltung und übergebe an Herrn zur Heide. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau von Butler, für diese erste kleine Einführung. Sie haben es gesagt und ich halte mich jetzt hier extrem kurz. Wir haben jetzt den Chef des Bundeskanzleramtes, was ja insofern ganz besonders ist, weil er selbst Arzt ist und weil er eigene Erfahrungen auch in einem vorherigen Leben, einem Leben vor der Politik gemacht hat. Also hören wir Helge Braun, Chef des Kanzleramtes. Bitte schön, Herr Braun. Sehr geehrte Frau von Butler, sehr geehrter Herr Prof. Reinhardt, sehr geehrter Herr Prof. Graf und lieber Herr Prof. Weiland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir gehen heute bei 20 Prozent der weltweiten Todesursachen von einer Assoziation mit einer Sepsis aus. Darüber hinaus gibt es eine zunehmende Evidenz, dass es bei den Überlebenden in bis zu 75 Prozent der Fälle zu Langzeitfolgen kommt. Deutschland war das erste Land mit einer Sepsis-Gesellschaft sowie einer Sepsis-Hilfestiftung. Aus diesem Verständnis heraus war die Bundesregierung eine treibende Kraft hinter der WHO-Sepsis-Resolution 2017. Diese war eine Initialzündung für viele weitere erfolgreiche Projekte weltweit. Doch auch unsere nationalen Anstrengungen gehen weiter. Die Bundesregierung wird ab dem 1.7.2021 mit 1,2 Millionen Euro die Kampagne Deutschland erkennt Sepsis fördern. Außerdem freut es mich sehr, dass neben den vielen anderen engagierten Akteuren auch die Bundesregierung zu den Förderern der heutigen Veranstaltung gehört. Aus meiner Zeit in der Intensivmedizin erinnere ich mich noch gut an den täglichen Kampf gegen die Sepsis. Inzwischen setzt sich endlich die Erkenntnis durch, dass nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze und Viren eine Sepsis hervorrufen können. Die Covid-19-Pandemie hat nun die Infektionskrankheiten und die Versorgung von Langzeitfolgen wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Lassen Sie uns das Momentum jetzt nutzen, die Herausforderungen in der Versorgung von Langzeitfolgen zu beleuchten. Langzeitfolgen, die sich durch vielschichtige Symptome auszeichnen, sind herausfordernd in Diagnostik und auch in der Versorgung. Oft werden zum Beispiel Patientinnen und Patienten mit einem Chronik-Fatigue-Syndrom nicht ernst genommen. Im Gegensatz zu Krebserkrankungen oder Schlaganfällen haben wir bisher noch keine etablierten Reha-Konzepte. Durch die Diskussion um die Long-Covid-Folgen bekommt die Versorgung von Langzeitfolgen eine besondere Aufmerksamkeit. Dafür können auch andere Patienten mit Langzeitfolgen, insbesondere Sepsis-Patienten, profitieren. Es ist daher wichtig, dass die heutige Veranstaltung genau diese Problemlage adressiert. Helfen Sie mit, Versorgungslücken zu schließen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung, einen konstruktiven Austausch und ich bedanke mich aus ganzem Herzen für Ihr Engagement. Ja, Dankeschön. Helge Braun war das Chef des Kanzleramtes und Selbstarzt. Ich habe es gesagt, und das ist wichtig, dass im Kanzleramt jemand sitzt, der die Dinge auch in dieser Hinsicht sehr gut beurteilen kann. Unsere nächste Rednerin und Vortragende kann das garantiert auch. Dr. Ruth Hecker, sie ist Vorsitzende des Aktionsbündes ist Patientensicherheit und wenn wir über Patientensicherheit reden, da sind wir ganz schnell natürlich bei dieser Themenlage. Frau Hecker, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mal bei uns sind. Bitteschön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau von Butler, sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, sehr geehrter Herr Professor Graf, Herr Professor Weilandt und sehr geehrter Herr Zuhal. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, mich den Grußworten von Herrn Professor Dr. Braun anschließen zu können und Ihnen allen die herzlichsten Grüße zu dieser Veranstaltung vom Aktionsbündnis Patientensicherheit ausrichten zu dürfen. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit agiert seit 15 Jahren und fokussiert mit unterschiedlichen Methoden das Thema der Vermeidung von Patientenschäden. Nach einem Erstkontakt mit Professor Reinhardt vor vielen Jahren war dem Vorstand des Aktionsbündnis Patientensicherheit sehr schnell klar, dass die Sepsis ein Patientensicherheitsthema ist. Da man hier mit Aufklärung und Ausbildung sowie der Etablierung von Prozessstandards viele Erkrankungsfälle vermeiden beziehungsweise Langzeitfolgen verringern kann. So wurde dann 2019 die Idee geboren, alle Kräfte rund um die Sepsis in Deutschland zu bündeln und gemeinsam eine Aufklärungsoffensive in Deutschland zu starten. Der Grundgedanke, mit den Fachexperten der Sepsis-Stiftung und dem Sepsis-Dialog der Universitätsmedizin Greifswald sowie den Betroffenen der Sepsis-Hilfe die Kampagne Hashtag Deutschland erkennt Sepsis ins Leben zu rufen. Eine Kampagne, die nach ihrem erfolgreichen Start im Februar 2021 nun mit 1,2 Millionen Euro vom Bund befördert wird. Wir danken dem Bundesgesundheitsministerium, insbesondere Frau Perea, die unsere Idee so großartig unterstützt hat. Könnte es nicht Sepsis sein? Das Thema ist dem Aktionsbündnis Patientensicherheit so wichtig, dass der Verein zum ersten Mal in der über 15-jährigen Geschichte des Bestehens seine gewohnte Arbeitsweise überschritten und die komplette eigene Kraft einer Aufklärungsinitiative widmete. Wenn hohes Fieber, Verwirrtheit beziehungsweise Desorientierung oder Persönlichkeitsveränderung und extremes Krankheitsgefühl zusammenkommen, dann muss jeder sich dringend die Frage stellen, könnte es nicht Sepsis sein? Deutschland erkennt Sepsis, möchte die breite Bevölkerung und die Gesundheitsberufe erreichen. Auch die Verantwortlichen von Krankenhäusern, Pflegestationen und Pflegeeinrichtungen. Diese Kampagne klärt auf und fördert die Gesundheitskompetenz der breiten Bevölkerung. Die Prävention und die Erkennung einer Sepsis haben enorme positive Effekte auf die Vermeidung einer Sepsis und somit auf die Sterblichkeit beziehungsweise die Langzeitfolgen. Die Covid-19-Erkrankung und die Sepsis haben einiges gemeinsam. Die Aufklärung über eine mögliche Vermeidung der Erkrankung durch das eigene Verhalten, das Impfen, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und das schnelle Erkennen der Viruserkrankung in dem Fall waren in der Pandemie unter anderem ausschlaggebende Erfolge beziehungsweise Misserfolgsfaktoren. Das Programm heute richtet seinen Blick insbesondere auf das wichtige Thema der Langzeitfolgen einer Sepsis. Ist der Begriff Long Covid in aller Munde, so sind die Langzeitfolgen der Sepsis, Long Sepsis eher unbekannt. Hier ist ebenfalls noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das Forum heute liefert einen sehr wichtigen Beitrag dazu. Wir möchten der Sepsis-Stiftung für ihr jahrelanges Durchhaltevermögen und ihre Beharrlichkeit auf fachlicher und politischer Ebene danken. Als Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit wünsche ich allen Beteiligten konstruktive Diskussionen und eine erfolgreiche Veranstaltung. Herzlichen Dank, Frau Hecker. Danke dafür. In der Tat, Sie haben das Wichtige gesagt. Wir müssen mehr aufklären und genau das tun wir heute hier. Wir kommen jetzt von den Grußworten in unser erstes Programm, den ersten Programmteil, Symptome, Häufigkeit und Belastung. Darüber wollen wir uns zunächst mal wissenschaftlich informieren. Aber wenn ich jetzt sage wissenschaftlich, dann ist es gut, dass ich hier nicht alleine bin. Auch wenn das natürlich auf einer Bühne etwas einfacher wäre, kriegen wir das im Zoom-Meeting auch hin. Ich habe mir Verstärkung geholt oder genau genommen, die ist mir an die Seite gestellt. Professor Andreas Beiland, Koordinator Forschung und Wissenschaft an der Charité. Sie haben noch viele andere Titel, das weiß ich, aber die lasse ich jetzt weg, weil es wichtigere Dinge gibt. Wir beide werden uns die Moderation hier aufteilen. Aber vorher will ich Ihnen eine kleine Frage stellen. Ich habe vorhin mal gesagt, die unterschätzte Krankheit, so hätten wir das heute hier sicherlich auch überschreiben können, oder? Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung? In der Tat. Das ist eine Dimension, die nach wie vor nicht ausreichend bekannt ist, weder bei den Laien, medizinischen Laien, aber auch nicht bei ärztlichen Kollegen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir das in dieser Sitzung wissenschaftlich etwas weiter beleuchten können. Wir machen das wechselnd. Ich habe das Vergnügen und die Ehre, den ersten Menschen vorstellen zu dürfen, den ich eigentlich hier in dieser Runde nicht vorstellen muss, Professor Konrad Reinhardt. Er wird uns etwas sagen über die Folgen, Verstehen, Kennen und Behandeln, Lernen. Da kommt auch wieder dieser Begriff vor. Herr Reinhardt, ich muss Sie auch nicht vorstellen, Sie sind einer der Sepsis-Forscher in Deutschland. Und das ist jetzt nicht so dahingesagt, wenn ich mich ganz besonders freue, dass Sie hier die ersten zehn Minuten für uns gestalten. Ansonsten weiß ich schon mal alle draußen drauf hin. Sie können natürlich auch Fragen stellen. Herr Reinhardt, Sie sind dran. Herzlich willkommen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Frau von Butler hat darauf hingewiesen, Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Und es kommt zur Sepsis, wenn eben die körpereigenen Abwehrmechanismen die eigenen Organe und Gewebe schädigen. Sepsis kann jeden brechen, ob arm, ob reich, ob bekannt oder unbekannt. Und die Zahlen hier haben wir bereits gehört. 190.000 Sepsis Betroffene mit Folgen und zwischen 0,6 und 1,2 Millionen Patienten mit Long Covid. Auch das wurde erwähnt. Die Mehrzahl der Todesfälle ist zu vermeiden. Durch Impfung, Hygiene, Früherkennung und Behandlung und der ehemalige EU-Commissioner für Herbst, Andriokitis, kein Intensivmediziner, aber ein Chirurg, der mir gesagt hat, er weiß, was Sepsis ist und er hat uns deshalb voll unterstützt, als wir die European Sepsis Alliance gelauncht haben vor einigen Jahren und er hat eben darauf hingewiesen, the most preventable cause of death and disability. Und darum geht es heute in erster Linie. Aber zunächst einen kleinen Einblick zur Prävention und Impfung ist wirklich ein ganz zentrales Element und was ganz wenig bekannt ist, dass selbst Impfungen gegen Influenza dazu beitragen können, bei 65-Jährigen und das ist eine repräsentative Studie von ganz Dänemark, diejenigen, die geimpft waren, obwohl sie sogar etwas schwerer krank waren, als die Vergleichspopulationen, hatten im Folgejahr eine Reduzierung der Sterblichkeit um 80 Prozent bei Intensivbehandlung und auch eine 16-prozentige Reduzierung der Krankenhauseinweisung. Warum ist das wichtig? Warum weise ich darauf hin? Weil wir auch bei den Impfungen einen immensen Raum nach oben haben. Das gilt sowohl für die Influenza-Impfungen als auch für die Neumokokken-Impfungen. Und was auch ganz wichtig ist, früh erkennen und als Notfall behandeln. Und das wurde inzwischen in der ganzen Reihe von Ländern gezeigt, beispielhaft auch im Staat New York, wo es nicht acht Jahre gedauert hat, bis man zu einer Qualitätssicherung kam, sondern eben, wo, nachdem das Problem erkannt war, der Governor Cuomo eine Regulation erlassen hat, dass die Krankenhäuser in Zukunft zu dokumentieren haben, inwieweit sie sich Guidelines gerecht verhalten. Und im Lauf von fünf Jahren oder vier Jahren ist die Sterblichkeit bei der schweren Sepsis von 32 Prozent auf 22 Prozent gesunken. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch in anderen Ländern, wie wir hier sehen können. Und wenn wir uns hier Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass die Dynamiken von den absolut werden gar mal zu schweigen, also viel Raum auch für Verbesserungen letztendlich aufweisen. Und ich habe es bereits gesagt, was hilft, Todesfälle zu vermeiden, hilft auch, Folgen zu vermeiden. Wir haben ziemlich unbeobachtet oder beachtet 2020 in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift auf das Problem hingewiesen. und ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber die Mehrzahl derjenigen, die überleben, haben eben Folgen und nur ganz wenige überleben mit Folgen. Sie haben es bereits gehört, ich will nicht nochmal durchgehen, welche Folgen es gibt, aber wenn Sie hier diese Projektion sehen aus einem Artikel in Nature Medicine, sehen Sie, dass quasi die Ursachen, hier geht es um Covid-19 und Long-Covid, nämlich Fatigue, Eränderung der Lebensqualität, Muskelschwäche und und und, es ist de facto identisch und Gott sei Dank wird jetzt auch darüber geredet. Wir haben vor drei Jahren in einer internationalen Konferenz, wo es darum geht, Understanding and Enhancing Sepsis Survivor schickt, darauf hingewiesen und Vorschläge gemacht, dass man bereits in der Frühphase durch zeitgerechte Behandlung und als Notfall durch adäquates Schmerz- und Niermanagement während der Behandlung auf der Intensivstation und durch Frühmobilisierung einiges erreichen kann. Wir haben damals auch darauf hingewiesen, dass eben die Aufklärung der Betroffenen und Nachbehandler nach Entlastung über zu erwartende Folgen, die Anpassung der entsprechenden Medikamente und Frührehabitation einen wichtigen Beitrag leisten kann. Und leider ist es so, dass oft Patienten gar nicht wissen, wenn sie entlassen werden, dass sie eine Sepsis hatten. Und das muss sich natürlich ändern. Genauso, wie es eben wichtig ist, noch daraufhin wurde hingewiesen, wir haben für alle Monoerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall eben sehr gute Reha-Angebote und das muss eben auch für Sepsis entwickelt werden. Und was ganz wichtig ist, wie kann man nach der Entlassung sich schützen, nämlich indem man sich bewusst ist, sowohl der Arzt als auch der Patient selber, dass eine Reinfektion häufig ist, dass sich bestehende Erkrankungen wie Herzerkrankungen verschlechtern können, dass auch nicht nur Lungenerkrankungen, aber auch Nierenerkrankungen wieder aufpuppen können und dass diese Patienten besonders aspirationsgefährdet ist. Und in einer Studie wurde darauf hingewiesen, dass wenn man diese Dinge befolgt, dass dann die Wiederaufnahme ins Krankenhaus und die Überlebenschance nach Sepsis sich deutlich verbessern können. Was macht aber auf der anderen Seite eine Sepsis so gefährlich? Was unterscheidet sie von einer normalen Infektion? Was Sie hier sehen, ist so ein kleiner Abszess an einer Kathedereinstichstelle und eine Sepsis entsteht eben dann, das sind alles Abwehrmechanismen, um das Eindringen von Erregern an dieser Stelle zu verhindern, wenn die Abwehrsysteme dazu nicht mehr in der Lage sind. Und dann ereignet sich das, was sich hier ereignet, im ganzen Körper. Und in einem Zeitartikel vor 2005 hat ein Journalist mit uns zusammen das erarbeitet und darauf hingewiesen, dass es bei der Sepsis sich eben um einen Amoklauf der Abwehrkräfte, um eine Kettenreaktion letztendlich handelt, die eben zur Schädigung nahezu aller Organe führt, in dem Fall ausgehend schematisch dargestellt, vor einer Verletzung. Und das ist die Studie, auf die ich hingewiesen habe bereits, dass wenn man diesen Empfehlungen folgt, das ist von zehn Krankenhäusern in den USA, die wir damals ausgesprochen haben, und das wurde in einem Aktenstudium überprüft, da wurden nämlich in 82, 62 Prozent die Medikation optimiert nach der Entlassung. Da wurde in fast zwei Dritteln überprüft nach der Entlassung, wie genau sind denn die funktionalen und mentalen Einschränkungen. Und es wurde auch überprüft, ob sich eben die bekannten Ursachen, auf die ich hingewiesen habe, sich verschlechtert haben. Und es wurden bei 58 Prozent auch überprüft, ob es eigentlich die Therapieziele noch gegeben letztendlich sind. Und bei all den Patienten, wo wenigstens zwei dieser vier Empfehlungen gefolgt wurden, hat sie eben die 90-Dargestattlichkeit und die Wiederaufnahme ins Krankenhaus deutlich verbessert. Was inzwischen auch besser verstanden ist und was wir bei der Sepsis eben schon lange wissen, dass die Schäden der Organe im Wesentlichen darauf beruht, dass es immunologisch bedingte Schädigungen der Mikrozirkulation ergibt, was die derart sind, dass eben es in den Kleingefäßen zu geringeren Bildungen kommt, dass die Leukozyten ausdringen, dass verschiedene Abwehrstoffe wie Sauerstoffradikale und so weiter aktiviert werden und das ist eben wie im Krieg bei einer Invasion, da gibt es Kollateralschäden und das trägt zu den Folgen bei und es wurde bereits gesagt, es können eben alle Erreger und nicht nur Pilze oder Bakterien, sondern eben auch Viren diese Kettenreaktionen letztendlich auslösen. Warum sage ich das und damit komme ich schon zum Ende? Weil es zunehmend gerade aus der Pandemie Hinweise dafür gibt, dass es ganz zentral, dass man durch die Hemmung dieser Immunreaktion und da gibt es verschiedene Studien inzwischen mit Wexamethasonen und anderen Inhibitoren, dass sich damit nicht nur die Überlebensrate, sondern auch die Folgen bessern lassen. Sie sehen es an diesem Beispiel, das ist gerade schon auf einem Preprint-Server erschienen, die Patienten, die in dem Fall einen Interleukin-1-Rezeptor- antagonisten erhalten haben zu der Standardtherapie hier rechts, bei denen ist dieser grüne Bereich, die also ohne Folgen entlassen wurden, deutlich größer und der Sterbebereich hier unten auch geringer als eben bei den Patienten, die nur ein Standard of Care hatten, in dem Fall 6,9% Standard of Care 3,2%. Also da ist Hoffnung letztendlich und ich gehe fest davon aus, dass man nicht nur die Akutphase in Zukunft mit derartigen therapeutischen Ansätzen behandeln werden können, sondern dass man auch eben die Folgen behandelt werden kann mit den Maßnahmen, die ich geschildert habe und damit bin ich am Ende und bedanke mich bedanke mich. Ja, Dankeschön, Herr Professor Reinhardt. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, dass wir die Fragen nachher, wenn wir alle vier Vorträge gehört haben, am Schluss gemeinsam machen, Herr Weillandt. Insofern würde ich Sie jetzt bitten, stellen Sie unsere nächste Teilnehmerin vor. Bitte schön, Herr Weillandt. Ja, gerne. Ich freue mich, den zweiten Vortrag ankündigen zu dürfen und begrüße jetzt so sehr herzlich Frau Privatdozentin und Frau Dr. Fleischmann-Struzseck. Sie ist Ärztin und Wissenschaftlerin am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik in Jena. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Epidemiologie und der Prävention von Sepsis und schweren Infektionen. Sie ist unter anderem Projektleiterin der sogenannten SEPFROC-Studie. Das ist ein innovationsgefördertes Projekt zur Erfassung von Langzeitfolgen nach Sepsis. Und Frau Fleischmann-Struzseck wird nun anhand epidemiologischer Daten die nationale Dimension des Problems zusammenfassen. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank Herr Professor Weiland für die einführenden Worte und die Einladung hier zu diesem wichtigen Treffen sprechen zu dürfen. Ich möchte Ihnen im Folgenden einen Einblick geben in die Häufigkeit und Versorgung von Sepsis-Folgen in Deutschland. Bei meinen Vorrednern im Rahmen der Grußworte und im Vortrag von Professor Reinhardt schon viel zum Thema Sepsis-Folgen anklang, möchte ich da jetzt gar nicht nochmal so ins Detail gehen. Wir wissen, dass Sepsis-Folgen häufig sind. Sie zu Wiederaufnahmen ins Krankenhaus führen, zum Beispiel wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erneuter Sepsis. Sie sind häufig mit anhaltender Erwerbsunfähigkeit und hohen Versorgungskosten verbunden. All das führte dazu, dass sie in den USA als Hidden Public Health Disaster bezeichnet wurden. Aber man muss sagen, für quasi die Art Häufigkeit und Versorgung der Sepsis-Folgen in Deutschland gibt es bisher nur wenige und vor allem wenig repräsentative Daten. Und das war Anlass für uns, uns im Innovationsfonds geförderten Projekt Sepsis-Frock mit der Häufigkeit und Versorgung von Sepsis-Folgen in Deutschland zu beschäftigen. Die Studie, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte, basierte einerseits aus der Auswertung von Daten der Gesetzes- und Krankenversicherung von AOK-Patientinnen und Patienten. Das heißt, unser Ziel war es, Sepsis-Folge-Erkrankungen in diesen Routinedaten der AOK abzubilden, dann Arthäufigkeit und Risikofaktoren für Sepsis-Folgen zu erfassen und die Kosten. Wir haben aber auf der anderen Seite auch eine Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der Versorgung nach Sepsis durchgeführt, die also diese Routinedatenstudie ergänzt hat. Das Projekt wurde gefördert durch den Gemeinsamen Bundesausschuss für Innovationsforschung für Versorgungsforschung und im Sepsis-Frock-Konsortium waren vertreten einerseits die Charité Universitätsmedizin Berlin, das wissenschaftliche Institut der AOK und das Uniklinikum Jena. Auf die Methodik möchte ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass wir also einen sehr breiten Datensatz genutzt haben, um Sepsis-Patienten zu identifizieren. Insgesamt haben wir auf Daten von 23 Millionen AOK-Versicherten zurückgegriffen und haben unter diesen Patienten mit krankenhausbehandelter Sepsis im Jahr 2013 und 2014 identifiziert. Das waren Patienten, die bei Entlassung aus dem Krankenhaus einen entsprechenden ICD-Code für Sepsis bekommen haben. Wir haben Patienten mit inzidenter Sepsis gesucht, das heißt also mit erstmalig aufgetretener Sepsis und die mussten durchgängig versichert sein. Insgesamt konnten wir so Daten von ungefähr 160.000 Patientinnen und Patienten auswerten und was wir gemacht haben, wir haben uns also für diese Patienten einen 3-Jahres-Zeitraum nach dieser Indexbehandlung mit Sepsis angeschaut, haben Folgeerkrankungen erfasst, die also in den 12 Monaten vor Krankenhausaufnahme noch nicht vorlagen, haben die in Anspruchnahme von Krankenhausbehandlung und ambulanter Versorgung im Nachbeobachtungszeitraum uns angeschaut, Kosten und die Reha-Behandlung. Von den 160.000 Sepsis-Patienten haben ungefähr 115.000 die Akutbehandlung überlebt und von diesen Überlebenden haben zwei Dritte im ersten Jahr nach Sepsis unter neun Folgeerkrankungen gelitten. Ein Drittel der Patienten, die vorher nicht pflegebedürftig waren, hatten dann im Folgejahr einen neuen Pflegestuf oder einen neuen Pflegegrad, was schon wirklich eine immense Zahl ist. Und von den Überlebenden wurden nur 5,5 Prozent in die Reha entlassen, was deutlich niedriger liegt als bei anderen Akuterkrankungen. Was hatten die Patientinnen und Patienten für neue Erkrankungen? Häufig waren neuromuskuläre Erkrankungen, kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Orogenitalsystems, renale Erkrankungen, aber auch jeder Fünfte ungefähr litt unter kognitiven Einschränkungen, also Störungen der Erinnerung, des Konzentrationsvermögens und so weiter oder unter psychischen Folgen. Etwa drei Prozent waren neu dialysepflichtig und zwei Prozent neu in der Langzeitbeatmung. Was eine wichtige Feststellung war, war, dass die Folgen nicht isoliert auftreten, sondern häufig überlappen. Also bei ungefähr vier Prozent der Patienten mit neuer Einschränkung waren sowohl kognitive, psychische und auch physische Folgen nachweisbar, was natürlich für die nachfolgende Therapie eine besondere Herausforderung darstellt. Ein großer Teil der Patienten verstarb auch im ersten Jahr nach Sepsis. Ungefähr ein Drittel der Krankenhaus überlebenden betraf das in den 365 Tagen nach der Index Entlassung. Wir ermitteln hohe Versorgungskosten für einerseits diesen Index Aufenthalt und das Follow-up, also die dreijährige Nachbeobachtung. Hier zeigten sich Kosten von ungefähr 36.000 Euro pro Patient im Durchschnitt, was Krankenhausaufenthalte, ambulante Behandlung und Medikation, Rehabilitation und Heilmittel mit Einschluss. Und wenn man sich vor Augen führt, dass in Deutschland etwa 320.000 Patienten jedes Jahr mit Sepsis behandelt werden und das ist jetzt quasi die alte Definition der Sepsis, also das schließt Patienten mit und ohne Organversagen mit ein, dann addieren sich die direkten Kosten für diese Indexbehandlung und die Nachbehandlung im dreijährigen Nachbeobachtungszeitraum auf insgesamt fast 12 Milliarden Euro. Also es ist auch aus gesundheitsökonomischer Perspektive eine hochrelevante Erkrankung. Was für uns noch ein wichtiges Ergebnis war, was ich gerne hier mit Ihnen teilen möchte, ist, dass die Folgeerkrankungen, die neue Pflegebedürftigkeit und auch die Langzeitsterblichkeit nicht nur Patienten betrafen, die intensivmedizinisch versorgt werden oder auch quasi wirklich ein akutes Organversagen haben, sondern auch Patienten, die auf Normalstation versorgt wurden, die quasi kein akutes Organversagen hatten und vor allen Dingen auch Patienten, die vorher keine Einschränkungen hatten. Man sieht das jetzt hier in der Tabelle dargestellt für den neuen Pflegegrad zum Beispiel. Also es betraf ungefähr 30 Prozent der Patienten mit einfacher Sepsis und 35 Prozent der Patienten mit schwerer Sepsis. Und unter den Patienten, die wirklich ohne Voreinschränkungen in die Sepsis reingegangen sind, waren es immerhin trotzdem noch knapp 20 Prozent. Genau, ich habe gesagt, wir hatten noch einen zweiten Studienteil, der sich mit der Patientenperspektive beschäftigt hat. Hier haben wir telefonische Befragungen zur Inanspruchnahme und Zufriedenheit mit der Versorgung nach Sepsis durchgeführt. Die Patienten wurden über die mitteldeutsche Seps-Kohorte rekrutiert, das Uniklinikum Jena und die Charité Berlin. Und insgesamt wurden 400 Interviews zu zwei Zeitpunkten geführt. Und in unserer Kohorte von Interviewten hatten relativ viele Patienten eine Reha, was durch den Einschlussprozess begründet ist. Also nach sechs Monaten hatten ungefähr 63 Prozent eine Reha, nach zwölf Monaten waren es 71 Prozent. Und wir haben die Patienten einerseits gefragt, in welchen Reha-Einrichtungen sie häufig behandelt wurden. Hier hat sich gezeigt, dass es am häufigsten neurologische Reha sind. Und von den Einschränkungen die Patienten nach ihrer Sepsis berichtet haben, wurden am häufigsten also auch physische Einschränkungen wirklich in der Reha adressiert. Auch gefolgt von psychischen Einschränkungen, die quasi dort thematisiert und therapiert wurden. Aber es zeigte sich auch, dass insbesondere kognitive Einschränkungen und Schmerzen und Fatigue wirklich nur bei einem geringen Teil der Patienten in der Reha bearbeitet wurde, woraus sich, denke ich, ein relevantes Defizit auch ergibt. Fragt man die Patienten danach, was sie sich wünschen, dann lässt sich das in drei große Säulen einteilen. Einerseits haben viele Patienten bemängelt, dass sie zu wenig über Sepsis wissen, also auch schlecht aufgeklärt wurden bei ihrer Entlassung, dass sie sich mehr und einen verbesserten Zugang zur Reha wünschen, also einerseits einen angemesseneren Therapieumfang, andererseits überhaupt die Möglichkeit, eine Reha zu machen und dass der Zugang zur ambulanten Nachsorge und insbesondere auch strukturelle Unterstützung verbessert werden sollten. Zusammenfassend lässt sich sagen, Selbstesfolgen sind häufiger und vielfältiger als bekannt und sie sind letztlich nicht nur auf intensiv behandelte Patienten beschränkt, sondern können alle Sepsis Patienten treffen und sind häufig mit einem dauerhaften Verlust der Selbstständigkeit verbunden und verursachen dadurch hohe Kosten fürs Gesundheitssystem, aber natürlich auch ein großes Leid und eine große Belastung für die Patientinnen und Patienten. Wichtig ist es, einen verbesserten Zugang zu fachübergreifender Nachsorge und Rehabilitation zu etablieren, weil es bisher an wirklich Sepsis spezifischen Maßnahmen fehlt, die die Breite der Überlebenden erreicht und die auch zugeschnitten ist auf die Probleme, die mannigfaltig sein können. Und auch Langzeitengpunte sollten wirklich als Outcomes in Studien mit aufgenommen werden und auch in den Fokus von Qualitätsinitiativen rücken, die häufig eher auf das Outcome Krankenhausterblichkeit begrenzt sind. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Fleischmann-Struzek. Das sind ja brandneue und wie ich finde alarmierende Zahlen und Daten, die wirklich etwas an der Versorgungssituation verändern sollten. Und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich ebenso wie Herr zur Heide eben appellieren, dass wir die Diskussion noch ein bisschen nach hinten stellen und die am Ende der Sitzung verbleibende Zeit hier zu nutzen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Präsentation und vor allen Dingen eben auch für die erstmalige Präsentation dieser Daten in der Öffentlichkeit und würde jetzt an Herrn zur Heide weitergeben. Ja, Dankeschön, Herr Weiland. Wir haben ja gerade das Wort gehört, wie die Rehabilitation wichtig ist, vor allen Dingen, was da noch fehlt. Aber ein anderes Stichwort ist uns zwischen den Zeilen auch schon mal vorher gefallen, nämlich die Frührehabilitation, die möglicherweise schon im Krankenhaus und auch in der Intensivmedizin beginnen muss. Deshalb freuen wir uns, dass Professor Stefan Schaller bei uns ist, von der Charité und natürlich einer der Experten für genau diese Frührehabilitation. Ich glaube, das Bild, was wir bekommen, wird runter. Herr Schaller, Sie sind bei uns und wir freuen uns jetzt auf die Erkenntnisse, die Sie uns vermitteln können. Bitteschön, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen. Ja, danke für Möss. Es freut mich Ihnen etwas über Covid-19 und Sepsis. Die lassen sich Folgen vermeiden, berichten zu dürfen. Nun, kurz auf Covid-bezogen, wir wissen, es gibt eine Vielzahl von fluktuierenden Symptomen, die eben langfristig erhalten bleiben. Die drei häufigsten, die genannt werden in der Literatur, sind eben Müdigkeit, Belastungsstörung und kognitive Dysfunktion. Schaut man sich alle Patienten an, wir haben schon gehört, eben es trifft nicht nur Intensivpatienten, sind es 13,7 Prozent, die Symptome nach zwölf Wochen aufweisen, in Hospitalisierten deutlich mehr und in Frauen häufiger, ebenso bei Menschen mittleren Alters. Schaut man sich allgemein Patienten an, die auf der Intensivstation gewesen sind, so zeigt sich eben, und das sind Daten aus ADS-Patienten, dass die bis zu fünf Jahre nach ihrer Erkrankung, wo sie sich pulmonal wieder erholt haben, funktionelle Einschränkungen zeigen. Hier sieht man eben, dass sie nur ungefähr 75 Prozent der Gehstrecke zum Vergleichswert einer Alters entsprechenden Kohorte erreichen und deshalb natürlich auch entsprechende soziologische Auswirkungen, sprich, die Patienten sind häufig seltener wieder im Arbeitsleben integriert. Nun, wie lassen sich jetzt also Folgen vermeiden und ich habe die zwei Bereiche eben Covid, das jetzt nahe Munde ist mit Long-Covid und auf der anderen Seite im Bereich als Anästhesist und Intensivmediziner Operation hier, wo es dann eben zu einer kritischen Erkrankung mit Sepsis kommen kann und dann Picks. Einerseits ist Prävention möglich, bei Covid haben wir eh schon von Herrn Reinhardt gehört, vorher auch Impfung ist ja hier tatsächlich eine Methode, Therapieansätze, worauf ich eben näher eingehen werde bei kritischer Erkrankung, die Qualitätsindikatoren der Intensivmedizin und dazu gehört eben auch die Frühmobilisation und dann natürlich die Rehabilitation. Zum Präventionsgedanken. Hier im chirurgischen Patientengut muss man ja sehen, dass immer mehr ältere und auch somit gebrechliche Patienten sich eine Operation erzielen und das Risiko einer Intensivtherapie danach erhöht ist. Und der Gedanke dahinter ist also, dass Patienten, die frail sind, also ein hohes Risiko haben, dann nach der Operation durch eine Sepsis zum Beispiel in eine Zone, permanente Zone der Abhängigkeit zu bekommen, dass man die vor einem Eingriff eben schon fit macht, die physiologischen Reserven steigert und dann hoffentlich versucht eben sie gar nicht in diese Zone der Abhängigkeit weder temporär noch permanent zu gelangen. Eine Methode ist eben das Projekt PREPCO, das wir hier an der Charité durchführen, ebenfalls vom GBA gemeinsamen Bundesausschuss gefördert. Was soll also da passieren? Ein Präventionsgedanken, Gebrechlichkeit identifizieren, mit einer Shared Decision Making Konferenz wird dann die Form und die Inhalte der Prähabilitation festgelegt und dann eben in dem Fall in dem Projekt ein Jahr später nachverfolgt, wie eben der Pflegegrad dieser Patienten ist. Das geht natürlich zum Beispiel nicht bei Covid, wo ja das nicht vorhersehbar ist, es geht bei Dingen, wo eben eine Operation mit einem hohen Risiko, wie zum Beispiel Gebrechlichkeit vorhanden ist. Wie sieht es aber jetzt tatsächlich bei den Patienten aus mit Sepsis, die auf eine Intensivstation kommen? Nun hier möchte ich auf zwei Punkte Wert legen und das hat sich eben gerade auch wieder in Covid gezeigt, dass es immer wieder neue Arbeit ist und man daran arbeiten muss, nämlich am Punkt 2, Management von Sedierung, Analgesie und Delir. Das ist ganz klar, ein sedierter Patient, da werden sie sich mit guter Frühmobilisation gerade aus dem Bett natürlich schwer tun, und eben der neunte Punkt der Frühmobilisation. Wenn ich die Covid-Zahlen hernehme, dann sieht man hier den IC-Mobility-Scale, dass eben bei der Intensiv-Entlassung, hier sieht man Daten, die Patienten es nicht mal schaffen, an der Bettkante zu sitzen, sie verbessern sich dann zum Krankenhausentlassung hin, aber man beachte eben, ein IC-Mobility-Scale von 6, von 10, so lange geht die Skale bedeutet, dass der Patient nur am Platz selbst sozusagen auftreten kann, aber nicht mit Hilfe von zwei Personen, es wäre nämlich ein höheres Level, gehen kann. Und auch beim Bartle-Index sieht man eine deutliche signifikante Verbesserung, aber auch hier, der Bartle-Index geht bis zu 100, das heißt noch eine deutliche Einschränkung in den Aktivitäten des alltäglichen Lebens. In einer zweiten Studie sieht man auch eben, dass die Patienten relativ selten noch wirklich sich bewegen können und was eben sich erschreckenderweise gerade bei Covid gezeigt hat, dass eben eine Muskelschwäche erworben auf Intensivstation bei 100% der Patienten vorkommt und die Zeit in dieser Studie bis zur ersten Mobilisierung eben 14 Tage plus minus 7 Tage war. Bedenkt man eigentlich, dass Frühmobilisation definiert ist als Mobilisation innerhalb von 72 Stunden und dass es nachgewiesen ist in der Literatur, dass das einen positiven Effekt hat, ist es natürlich erschreckend. Hier eben eine sogenannte Netzwerk-Meta-Analyse, wo sich gezeigt hat, dass wenn die Mobilisation innerhalb von 72 Stunden startet, es positive Effekte auf die erworbene Muskelschwäche auf Intensivstation gibt, auf die Beatmungsdauer und auf die Intensivaufenthaltsdauer. Das gleiche eben auch und darum bin ich so ein Verfechter dieses wirklich frühen Beginns. Es gibt zwei randomisiert kontrollierte Studien, das Landmark-Trial von Schweiger 2009 und dann unsere internationale Frühmobilisationsstudie, wo in beiden Studien gezeigt werden konnte, dass eben die funktionelle Unabhängigkeit bei Krankheitsentlassung mehr als doppelt so hoch war in den Patienten, die eine strukturierte Frühmobilisation erhalten haben, im Gegensatz zur Kontrollgruppe. Und man sieht auch in den beiden Studien, wie gut die Effektivität in beiden Studien, also wie gleich diese Effektivität in beiden Studien ist. Auch dieselbe Übereinstimmung übrigens bei der Reduktion des Delirs. Mittlerweile gibt es schon Meta-Analysen dazu, da gibt es natürlich Schwierigkeiten und die unterschiedlichen Ergebnisse in den Meta-Analysen zeigen sich oft durch die unterschiedliche Definition der Frühmobilisation, die eben international nicht einheitlich ist, aber es zeigt sich, was ich auch schon vorerwähnt habe, eine Verbesserung der Beatmungszeit und eben auch eine Verbesserung oder erhöhte Wahrscheinlichkeit der Patienten, nach Hause entlassen zu werden, wenn Frühmobilisation durchgeführt wird. Jetzt noch die Frage, warum, Herr Schaller, muss man so früh beginnen? Hier gibt es noch wenig Genaudaten, es gibt Vermutungen, nämlich, dass es notwendig ist, die Satellitenzellen der Muskulatur zu aktivieren, damit eben eine Regeneration stattfinden kann und eben gerade bei schwer kranken Sepsis-Patienten scheint es nur zu funktionieren, wenn es innerhalb, wenn es ganz am Anfang gemacht wird. Das im Gegensatz eben zu fitten Astronauten, die eben dort auch Muskelverlust haben und das sofort regenerieren können, wenn sie zurückkommen, ist es eben bei Sepsis-Patienten anders und man vermutet dies als Hintergrund. Ganz zum Schluss noch ein paar wenige Worte zur Rehabilitation, das ist nicht nur ein direkter Bereich, als Intensivmediziner. Hier gibt es gerade bei Covid natürlich jetzt viele Daten und da zeigt sich, dass Rehabilitationsmaßnahmen nach dem Intensivaufenthalt eben auch zu einer Verbesserung der Funktionalität führt, insbesondere im Sechs-Minuten-G-Test. Auch in einer weiteren Studie, wo eben noch Weaning-Patienten verhanden waren, zeigt sich, dass diese Maßnahmen eben auch einen positiven Effekt auf die Funktionalität haben. Das Problem dieser Studien ist allerdings, dass die wirklich mit geringen Fallzahlen sind, also so ungefähr im Bereich von 10 bis 30 Patienten pro Studie. Zusammenfassend dann noch zur Nachsorge, die WHO empfiehlt ja, allen Patienten sollen Zugang zu Nachfolgeversorgung haben für Long-Covid. Das ist als positiv zu werten. Man darf aber nicht vergessen, jetzt mit Long-Covid ist ein Fokus gerückt, aber das betrifft ja nicht nur Covid-Patienten, wie ich vorerwähnt habe, sondern es sollten grundsätzlich den Patienten die Möglichkeit gegeben werden, wenn diese Schädigungen aufweisen, die nach dem Intensivaufenthalt, egal ob kognitiv oder funktionell, dass diese adäquat versorgt werden, eben zum Beispiel in entsprechenden PIX-Ambulanzen, die diese Versorgung im System koordinieren. Damit danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja wunderbar, bleiben Sie in Bewegung, das ist ein passendes Motto in der Tat. Herr Schaller, herzlichen Dank dafür. Ich glaube auch, was Sie uns gesagt haben, zeigt immer mehr, je eher, umso besser und ich bin jetzt schon gespannt auf die kleine Diskussion, die wir hinterher haben werden. Ich gebe wieder an den Kollegen, Sie stellen unseren letzten Redner für unser erstes Forum hier vor. Bitte schön. Sie müssen Ihr Mikrofon anmachen. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Zweheide. Als nächsten Referenten begrüßen wir sehr herzlich Herrn Dr. Stahlmach. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin, vier am Universitätsklinikum Jena und ein ausgewiesener wissenschaftlicher Experte im Bereich chronische Entzündungen und Infektionskrankheiten. Herr Stahlmach wird in seinem Vortrag jetzt die Zusammenhänge zwischen Sepsis und Covid-19 skizzieren und vor allen Dingen aber Erkenntnisse aus der von ihm initiierten Covid-19-Ambulanz des UKJ zusammenfassen. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Stahlmach. Ja, lieber Herr Weiland, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit Ihnen über unsere Erfahrung aus der Post-Covid-Ambulanz sprechen. Und um zunächst die Nomenklatur zu vereinheitlichen, was ist überhaupt Post-Covid? Post-Covid ist ein Begriff für Patienten, die unter ganz variablen Symptomen leiden, sind mittlerweile mehr als 200 verschiedene Symptome beschrieben. Und typischerweise wird Post-Covid diagnostiziert bei Patienten, die Beschwerden haben, die länger als zwölf Wochen nach der akuten SARS-CoV-2-Infektion anhalten. Alles das, was über vier Wochen geht, ist definitionsgemäß Long-Covid. Alles das, was über zwölf Wochen geht, definitionsgemäß Post-Covid. Und wir haben schon viel über Post-Covid gehört. Wir haben uns schon mit der Frage beschäftigt, wie häufig ist das, wie schwer ist das? Und hier stehen wir vor einem wissenschaftlichen Problem, und zwar dem Problem der Heterogenität von Studien zu Post-Covid. Und in den ganz unterschiedlichen Studien wird die Häufigkeit von Post-Covid zwischen 2,3 und 91 Prozent beschrieben. Und die Frage ist, warum eine so große Spannbreite? Und das liegt eben daran, dass die untersuchten Patienten Patientenpopulationen unterschiedlich sind. Also wir haben zum Beispiel Untersuchungen, die populationsbasiert sind. Wir haben Untersuchungen, die sich auf hospitalisierte Patienten konzentrieren. In den verschiedenen Studien sind ganz unterschiedliche Zeiträume betrachtet worden. Auch gibt es ein Bias, was die Rekrutierung betrifft, vielleicht auch, was Symptome betrifft. Und die Studien hängen eben sehr stark auch von der Fallzahl ab. Man kann grundsätzlich sagen, je kleiner die Studie ist, desto größer ist die Prävalenz des Post-Covid-Syndroms. Und wenn man das mal so auf die Gesamtheit der Patienten überträgt, Patienten, die asymptomatisch waren, die die Infektion ambulant überstanden haben, Patienten, die hospitalisiert wurden oder Patienten, die auf die Intensivstation mussten, dann können wir etwa von 10 bis 15 Prozent von Patienten mit Post-Covid ausgehen. Das heißt, bei 3,4 Millionen SARS-CoV-2-Infektionen in Deutschland liegen wir größenordnungsmäßig zwischen 3.000 und 500.000, also eine große Gruppe von Patienten. Ich hatte gesagt, eine Vielzahl von Symptomen, aber wenn Sie sich mit den Patienten unterhalten, dann sagen 9 von 10 Patienten, ich leide unter Fatigue, ich habe Dyspnoe, insbesondere bei leichter körperlicher Belastung, meine Leistungsfähigkeit, meine Aktivität ist deutlich eingeschränkt, häufig auch Kopfschmerzen. Dann gibt es noch seltenere Symptome, die sich in Tinnitus, Appetitverlust oder Diarrhoen ausdrücken, aber dieses hier, das ist eigentlich das, was die Patienten am meisten beeinträchtigt. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, es ist Herr Braun in seinem Grußwort gewesen, der deutlich gemacht hat, diese sind Beschwerden, die Sie nicht messen können. Es gibt keine Laborparameter, die die Schwere eines Post-Covid-Syndroms erfassen und es gibt auch keinen Wert, den Sie durch eine Messung ähnlich eines Blutdruckswertes oder Sauerstoffsättigung erfassen können. Das heißt, wir stehen häufig vor der Situation, dass Patienten uns berichten, wie stark ihr Leben eingeschränkt ist und wir aber dieses objektiv nur schlecht nachvollziehen können. Wir haben nun vor diesem Hintergrund zur Betreuung der Patienten mit Zustand nach SARS-CoV- Infektion eine Post-Covid-Ambulanz gegründet und in dieser Post-Covid-Ambulanz mittlerweile mehr als 300 Patienten dargestellt. Sie sehen hier den Stand von Anfang Juni mit 268 Patienten und unser Einzugsgebiet erstreckt sich weit über Thüringen hinaus. Was sind das für Patienten? Sind Patienten, die im Mittel 50 Jahre alt sind? Das heißt, zwei Drittel der Patienten sind berufstätig, sei es zu Hause oder am Arbeitsplatz in der Firma. Wir sehen mehr Frauen als Männer, obwohl eigentlich mehr Männer an Covid-19 erkranken. Die Patienten haben ein typisches Thüringer Körpergewicht mit einem BMI von 28 und sie sehen, dass die Patienten, die zu uns kommen, zu 63 Prozent ihre SARS-CoV-2 Infektion ambulant, also nicht im Krankenhaus überwunden haben. Und diese Patienten kommen symptomgetrieben zu uns in die Ambulanz. Und was sind die Beschwerden? Ich hatte schon auf die eingeschränkte körperliche Belastbarkeit, auf die Luftnot, aber auch die typischen Symptome Geruchs, Geschmacksstörungen, Husten etc. hingewiesen. Und die Frage ist, wie spezifisch ist denn das? Ist das etwas Neues? Gab es das schon früher? Und vor diesem Hintergrund haben wir uns die Frage gestellt, wie stellen sich diese Beschwerden im Vergleich zu Patienten mit Zustand nach einer Sepsis? Und hierzu ist ein Subkollektiv der mitteldeutschen Sepsis-Kohorte untersucht worden, das Subkollektiv, was aus Jena rekrutiert wurde, und das sind 290 Patienten. Und Sie sehen, dass bei diesen Patienten knapp zwei Drittel Männer sind, also anders als bei Post-Covid. Sie sehen, dass die Patienten im Mittel 65 Jahre alt sind, also 15 Jahre älter als die typische Post-Covid Patient. Und natürlich sind alle Patienten hospitalisiert und die mittlere Liegezeit auf der Intensivstation betragt im Mittel zehn Tage. Vergleicht man jetzt Liegezeit im Krankenhaus von Post-Covid Patienten und Sepsis, dann sehen Sie, dass bei den Post-Covid Patienten, die hospitalisiert waren, also eine Untergruppe unserer gesamten Kohorte, die Liegezeit signifikant kürzer ist als die Liegezeit bei Sepsis-Patienten. Also Sepsis-Patienten sind älter, sind häufiger Männer, sie liegen länger im Krankenhaus und nahezu alle auf der Intensivstation. Das würde eigentlich dazu führen, dass man doch erwartet, dass die Post-Covid Patienten, was ihre Langzeitfolgen betrifft, vielleicht weniger schwer krank sind. Aber das genaue Gegenteil stellt sich dar. Sie sehen hier aufgetragen den Anteil der Patienten mit Fatigue, den Anteil der Patienten mit depressiver Verstimmung und den Anteil der Patienten mit kognitiver Dysfunktion. Und unabhängig davon, ob die Patienten ambulant betreut wurden, ob sie auf der Normalstation betreut wurden oder ob sie auf der Intensivstation betreut wurden, in einem ganz, ganz hohen Prozentsatz, 90% Fatigue, depressive Verstimmung, was tatsächlich die Lebensqualität dieser Patienten enorm beeinträchtigt. und mit schwere der SARS-CoV-2 Infektion von ambulant zur Normalstation zur Intensivstation eine Zunahme kognitiver Dysfunktion, die deutlich häufiger ausgeprägt ist als bei Sepsis. Das ist hier nun aber nicht ein Wettrennen nach dem Motto, wer ist schwerer krank, wer hat die schwerer ausgeprägten Langzeitfolgen, sondern die Frage ist, was können wir denn aus der Versorgung von Patienten mit Post-Sepsis für Post-Covid Patienten lernen, was sind die Behandlungsangebote, wenn diese Dinge wie Fatigue, depressive Verstimmung und vor allen Dingen kognitive Dysfunktion im Vordergrund steht. Und da muss man sagen, dass wir, und deshalb ist die Bemerkung von Herrn Braun genau richtig, wir müssen das Momentum nutzen und wir müssen die poststationären Versorgungsstrukturen für die Patienten verbessern, genau das Richtige, weil gerade zur Behandlung dieser kognitiven Dysfunktion im ambulanten Bereich es wenig evidenzbasierte Konzepte gibt. Und ein Konzept, was wir verfolgen in Zusammenarbeit mit Frau Professor Finke aus unserem Gedächtniszentrum, dass wir über Apps spielerisch ein Neuronation Computer Training durchführen, um kognitive Dysfunktion bei diesen Patienten zu verbessern. In der Hoffnung, dass damit der Verlauf bei diesen Patienten günstig beeinflusst werden kann. Das ist ein laufendes Forschungsprojekt, sodass ich natürlich über die Sinnhaftigkeit dieses Ansatzes noch keine Aussagen machen kann. Wenn ich das Ganze zusammenfassen darf, was sind die Limitationen, wenn wir über Post-Covid sprechen? Wir wissen noch gar nicht, ob es verschiedene Subformen gibt, Abhängigkeit von der Pathophysiologie, Stichwort Viruspersistenz oder Hyperinflammation. Inzidenzen, Prävalenzen sind von einem Selektionsbias beeinflusst, größenordnungsmäßig 10 bis 15 Prozent. Das Gute ist, dass wir eine spontane Rückbildungstendenz nach etwa 60 bis 100 Tagen bei vielen Patienten beobachten, aber nicht bei allen. Und das ist das Problem. Denn wenn Sie drei Monate nach der Infektion immer noch unter Fatigue leiden, sich immer noch nicht konzentrieren können, dann haben Sie, was Ihre Lebensqualität betrifft, Ihr Berufsalltag betrifft, ein echtes Problem. Strukturierte Nachsagekonzepte mit individualisierter Betreuung fehlen leider. Sie sehen oder Sie sahen das Einzugsgebiet unserer Post-Covid-Ambulanz. Patienten, die den öffentlichen Nahverkehr oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sind teilweise vier Stunden nach Jena unterwegs, müssen dann vier Stunden zurückreisen. Wie soll das funktionieren? Und das, was natürlich ganz wichtig ist, Daten zum Langzeitverlauf stehen aktuell aus. Wir kennen diese Erkrankung seit Februar 2020. Das heißt, eigentlich ist unser Erfahrungshorizont etwa 18 Monate, 16 Monate. Das heißt, wir müssen vieles tatsächlich noch lernen und sollten mit den Erkenntnissen, mit dem Wissen, was wir haben, demütig umgehen und nicht glauben, dass wir zurzeit für alle Probleme tatsächlich schon Behandlungskonzepte haben. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, dann freue ich mich auf diese. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Stahlmach. Jetzt übernehme ich das mal. Vielleicht kann der Kollege Weiland schon mal schauen, ob es denn Fragen aus dem Chat gibt. Solange Sie gucken, Herr Weiland, was wir im Chat haben, würde ich jetzt gerade bei Herrn Stahlmach noch mal anfangen. Sie haben gesagt, wir müssen da deutlich schneller werden. Was in der Erkenntnis und vor allem in der Umsetzung, denn wie wichtig das ist, haben Sie uns deutlich gemacht, wie könnten wir denn den Prozess beschleunigen, wenn ich da mit Ihnen mal anfangen darf und anschließend kommt Herr Weiland mit den Fragen aus dem Chat. Bitte schön, Herr Stahlmach. Es gibt eine deutsche Leitlinie von der AWMF initiiert zu Post-Covid. Die wird dieser Tage auch der Öffentlichkeit vorgestellt und wir haben in dieser Leitlinie uns sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass der primäre Ansprechpartner für Patienten auf der primärärztlichen Versorgungsebene liegen soll. Das liegt eben auch daran, weil viele Patienten nach SARS-CoV-2-Infektion keine größeren Probleme haben. Aber sechs Wochen nach Infektion sollte ein strukturierter Kontakt stattfinden, eine strukturierte Betreuung stattfinden, wo zum Beispiel einfache Fragebögen eingesetzt werden können, die Alltagsleistungsfähigkeit erfassen, die kognitive Dysfunktion erfassen und wenn hier Signale sind, dann ist der Patient zum Beispiel in eine Post-Covid-Ambulanz zu versorgen und da brauchen wir tatsächlich mehr. Das ist eine Frage der Finanzierung, Hochschulpauschale allein kann das Problem nicht lösen. Ja, da landen wir wie immer bei solch am Ende zentralen Fragen, die es eigentlich nicht sein sollten. Herr Weiland, Sie haben sich glaube ich schon mal die Fragen angeschaut, was haben Sie rausgefischt, bitte schön. Ja, wir haben hier zum Beispiel eine Frage einer Angehörigen, die berichtet, dass ihre Mutter eben nach einem septischen Schock, der bereits vor drei Jahren stattgefunden hat, nicht direkt rehabilitativ behandelt wurde und sie fragt, ob sich auch drei Jahre danach noch Verbesserungen im muskulären oder im kognitiven Bereich erzielen lassen. Ich kann das jetzt aus dem Kreis unserer Experten beantworten, vielleicht Herr Schaller, wobei Sie waren früh Rehabilitation, wollen Sie es versuchen? Also ich werde es nicht versuchen, aber ich werde verweisen auf wen man das kann, nämlich die Frau Reißhauer, Dr. Reißhauer wird später noch einen Vortrag zur Frührehabilitation, Rehabilitation halten, sie ist auch Rehabilitationsmedizinerin und ich glaube, sie ist am besten geeignet, die das dann auch beantworten kann. Herr Reinhardt, wollen Sie es fragen? Ich bin auch jetzt nicht der Rehabilitationsexperte, aber was zumindest die muskulären Einschränkungen geht, ich glaube, dass da Ansätze in jedem Fall versucht werden sollten und inwieweit es jetzt mit den Tests, die in Jena praktiziert werden, möglich ist die kognitiven Dysfunktionen und auch in Leipzig gibt es ja eine spezielle ausgewiesene Ambulanz, die sich mit kognitiven Störungen befasst. Also dort würde ich vorschlagen, dass Sie sich das vorstellen und eben dann von den Experten da entsprechende Antworten bekommen. Okay, herzlichen Dank. Herr Weiland, Sie haben glaube ich noch das eine oder andere, bitte. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Immunologie bei der Selbstbehandlung und ich würde die Frage etwas modifizieren und würde gerne Herrn Stallmach vielleicht fragen, inwiefern eine Impfung, eine nach beiüberstandene Covid-Erkrankung eine immunmodulatorische Rolle übernehmen kann, um eben so wie es in einigen Publikationen ja jetzt zumindest angedeutet wird, einen positiven Effekt beim Post-Covid-Syndrom zu erzielen. Kann man dort eine Empfehlung zum Beispiel für eine mRNA-Impfung abgeben? Herr Weiland, das ist eine ganz spannende Frage, eine Frage, die ja ein erhebliches Echo in der Presse, in den sozialen Medien zeugt hat, weil es wenige Berichte gibt, die suggerieren, dass durch eine frühe Impfung nach SARS-CoV-2-Infektion Beschwerden bei Patienten im Sinne eines Post-Covid-Syndroms minimiert werden können. Aber ich möchte Ihnen nur zwei Zahlen sagen. Die eine Untersuchung hat 900 Patienten befragt. Von diesen 900 Patienten hatten tatsächlich nur knapp 450 eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion. Die anderen glaubten, eine gehabt zu haben. Und der methodische Ansatz war, haben Sie sich nach der Impfung besser gefühlt? Und viele haben gesagt, ja, mir ging es besser. Das heißt, die wissenschaftliche Evidenz, um eine frühzeitige Impfung zu empfehlen, ist zurzeit noch zu gering. In der NUM-Initiative gibt es eine Projektgruppe, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Ohne Zweifel sollte spätestens sechs Monate nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion unabhängig von Post-Covid oder nicht geimpft werden, um die Immunantwort zu boostern, damit wir für den Herbst, für den Winter auch einen ausreichenden Schutz haben. Ja, vielen Dank. Es gibt ja auch eine Frage, die vielleicht an Herrn Schaller geht. Gibt es standardisierte Maßnahmen und während einer akuten Sepsis schon den Folgen vorzubeugen? Ja, das ist ja das, was ich angesprochen habe mit den Qualitätsindikatoren der Immensivmedizin. Das bedeutet also im amerikanischen dann auch das sogenannte ABCDEF-Bandlauch oft genannt. Das heißt also, dass man wirklich täglich sich anschaut, was ist mit der Sedierung, Sedierungspause macht, sich eben anschaut, was ist an Mobilisation möglich und da eben auch ganz strenge Kriterien macht. Also de facto ist das Ziel gerade bei Sepsis, dass jeden Tag mobilisiert wird und nur wenn wirklich im septischen Schock und so weiter dass man Ausnahmen macht, dass es dann tatsächlich nicht gemacht wird. Aber auch da kann man mit passiven Maßnahmen reagieren. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch die anderen Qualitätsindikatoren führen ja dazu, dass man eben entsprechende Standards, was die Antibiotikatherapie, was die Zielvorgaben für den Tag sind, was die Hygienemaßnahmen sind, dass das alles entsprechend eingehalten wird, um so wirklich langfristiges Outcome für die Patienten zu verbessern. So eine optimale Selbstbehandlung ist gleichzeitig auch Prävention der Selbstbehandlung. Das kann man ganz kurz zusammenfassen. Zweite, wollen wir noch ein, zwei Fragen zulassen? Ich hätte noch mal eine an Frau Fleischmann-Struz irgendwie jetzt ein Stück weit ausdenken, weil sie hat ja sehr anschaulich geschildert, welche auch ökonomischen Folgen neben den ganzen medizinischen wir hier diskutieren. Und sie haben dann an einer Stelle mal gesagt, die Aufklärung ist noch zu schlecht. Also wenn wir das Stichwort nehmen, Aufklärung, wo fängt es an? Sowohl auf der medizinischen Seite, aber eben auch auf der Seite derjenigen, die möglicherweise betroffen sind. Vielleicht können Sie da noch mal zwei Sätze zu sagen, was da besser passieren müsste und dann können wir glaube ich ins nächste Forum gehen. Ja, das ist letztlich ein vielschichtiges Problem, wie Sie das gerade schon dargestellt haben. Die Überlebenden, die wir befragt haben, haben oft quasi uns rückgemeldet, dass einerseits die Sepsisdiagnose selbst als auch die Problematik, dass nach Sepsis anhaltende Folgen auftreten können, dass das häufig bei der Entlassung nicht kommuniziert wurde oder generell im Akutkrankenhaus. Das ist natürlich was, was wirklich problematisch ist. Das heißt, gerade während des Akutaufenthaltes als dann auch am Sektoren Übergang sollte die entsprechende Aufklärung der Patienten verbessert werden. Dazu ist es aber auch notwendig, dass Sepsis und Sepsis Folgen noch stärker auch in den Curricula der ärztlichen Weiterbildung verankert werden, was im Moment noch nicht flächendeckend der Fall ist. Und auch das Bewusstsein für Sepsis Folgen nimmt zwar jetzt vielleicht durch Covid-19 und Long-Covid zu, aber ich glaube, es ist trotzdem auch vielen Kolleginnen und Kollegen noch nicht bewusst, dass es da zu Folgen kommen kann. Und das heißt, man muss also sowohl die Gesundheitsberufe, die Bevölkerung als auch die Betroffenen besser aufklären. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen nochmal für die letzten Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Weiland, für die tatkräftige Unterstützung in fachlicher Hinsicht. Und wir kommen jetzt in unser nächstes Themenfeld. Natürlich bedanke ich mich auch bei den Menschen, die hier die Fragen gestellt haben. Wir müssen noch überlegen, was wir mit jenen machen, die wir vielleicht nicht beantworten konnten. Vielleicht schaffen wir das hinterher noch. Wir haben ja auch noch einen Chat ganz anschließend. Diskussionsrunde und da geht es um die Frage, was brauchen und wünschen sich die Betroffenen. Wir haben Menschen zum Glück, die sich hier mit uns öffnen werden und mit denen wir reden können und auch da habe ich wiederum Hilfe. Frau Prof. Christiane Hartog auch von der Charité ist bei uns sozusagen für die fachliche Unterstützung. Frau Hartog, wenn ich Sie am Anfang auch mal ganz kurz eines frage, was brauchen und wünschen sich Betroffenen. Das ist eigentlich eine sehr naheliegende Frage. Aber als interessierter Beobachter des Gesundheitswesens habe ich eben doch leider das Gefühl, diese so naheliegende Frage steht nicht immer ganz oben auf der Tagesordnung oder bin ich da jetzt zu böse als Journalist, wenn ich das so frage? Nein, da sind Sie also vollkommen haben Sie vollkommen den Punkt getroffen und ich glaube, das knüpft sich gut an das an, was Frau Fleischmann gerade gesagt hat. Betroffene wünschen sich erstmal, dass sie informiert sind, dass sie aufgeklärt werden, dass sie Bescheid wissen, damit sie sich auch selber ein bisschen besser helfen können und dann natürlich, dass auch die Ärzte und die Therapeuten und die Gesundheitsberufe, mit denen sie dann in Kontakt kommen, auch Bescheid wissen und ihnen helfen können und ich glaube, das ist bitter, wenn man Beschwerden hat und nicht ernst genommen wird. Wir werden das vielleicht gleich noch hören. Ja, danke erstmal. Wir haben uns das auch aufgeteilt. Frau Hartog nimmt immer jede zweite Session. Ich darf beginnen mit Julia Schiedermeier, die uns zugeschaltet ist. Erstmal, Frau Schiedermeier, bedanke ich mich bei Ihnen, aber auch bei den anderen, die wir gleich hier hören werden, für den Mut, dass Sie öffentlich auftreten und dass Sie was von Ihrem Schicksal erzählen und dass Sie aber auch vielleicht ein bisschen Mut machen, denn so habe ich das bei allen, zumindest im Lesen und in den Kontakten vorher wahrgenommen, dass bei allen Schwierigkeiten, die Sie in diesen Lebensphasen durchgemacht haben, dass man den Mut eigentlich nicht verlieren darf. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns sind, Frau Schiedermeier. Gerne. Schön, dass Sie da sind. Die erste Frage zunächst mal vielleicht, könnte eine Art Leitfrage sein, die wir ein paar Mal schon gewogen haben. Kann es denn überhaupt eine Sepsis sein? Das war ja auch bei Ihnen nicht so ganz einfach. Nein, also es war definitiv eine Leitfrage, die, wenn ich sie damals gewusst hätte, einiges erspart hätte, ganz klar. Und deswegen kann ich auch nur an dasselbe Horn stoßen, wie einige Vorredner schon auch. Also es geht einfach um das Thema Früherkennung. und die muss aus meiner Sicht, also zum einen natürlich, also erste Anlaufstelle, wenn es mir nicht gut geht, ist in der Regel meine Hausärztin, mein Hausarzt. Ja, dass ich da hingehe und sage, ich fühle mich nicht, ich habe Kopfweh, ich habe Fieber, Herzrasen, was auch immer. aber halt auch, wenn diese, sage ich jetzt mal, das, was wir landläufig unter Blutvergiftung verstehen, ich habe mir wehgetan, die Wunde hat sich anzündet, es bildet sich der rote Strich, das war ja bei mir nicht. Ja, also ich habe dieses Thema Sepsis, also wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und hinzu kam, dass das bei mir wirklich in der Influenza-Zeit war, also das heißt, Grippe ging rum und es war bei mir auch nachweislich, die Grippe aber in Kombination mit einer Streptokokken-Infektion, die nicht erkannt wurde und da, denke ich, muss angesetzt werden, also dass einfach viel, viel klarer ist, dass Sepsis jeden treffen kann zu jeder Zeit und dass es nicht immer zwingend mit einer äußeren Verletzung einhergeht. Ja, und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn da schon Aufklärung stattfindet, zu wissen, wie kann sich eine Sepsis entwickeln, was sind die Symptome auf die ich achten muss und das natürlich dann entsprechend in den Hausarztpraxen oder den Anlaufstellen, die ich als Patientin, als Patient habe, dann auch entsprechend darauf reagiert wird. Genau da liegt natürlich das Kernproblem oder eines der Probleme, da sind Symptome, die können das sein, aber die müssen das eben nicht sein und ja, wie kriegen wir diese Differenzierung, auf die wir jetzt wahrscheinlich mehrfach dann stoßen werden in Gesprächen, wie kriegen wir diese Differenzierung etwas besser hin? Natürlich, Sie, nach Ihrer Leidensgeschichte, wissen das jetzt etwas besser, aber zum Glück haben das ja viele nicht so. Ich habe das eine Symptom, das kann das, das kann auch was anderes sein. Wie können Sie aus Ihrer Erfahrung helfen? Also wichtig war für mich, und das war etwas, was sich so durchzieht durch die ganzen Gespräche, die ich auch mit anderen Betroffenen hatte, dieses ganz, ganz extreme Krankheitsgefühl. Also dass man wirklich sagt, ja, Fieber haben wir sicherlich bei einem grippalen Infekt oder bei der Influenza immer wieder, ja, auch bei einer Streptokokkeninfektion ist das ja ein Leitsymptom. Aber dieses massive Krankheitsgefühl, dass ich wirklich auch zu meinem Mann gesagt habe, ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Und das war so ein Punkt, das hat sich wirklich bei allen Betroffenen, mit denen ich bisher Kontakt hatte, wirklich durchgezogen, dass sie gesagt haben, ja, ich war schon mal krank, ich war schon mal wirklich erkältet, mir ging es schon mal richtig schlecht, aber so schlecht wie zum Zeitpunkt der Sepsis habe ich mich noch nie gefühlt. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das wäre, glaube ich, ein Indikator, der relativ, also aus meiner Sicht jetzt valide ist, weil es war wirklich ein einmaliges Empfinden in dem Moment. Jetzt haben Sie, Frau Schiedermeyer, gerade gesagt, ich habe es meinem Mann gesagt, haben Sie es denn wahrscheinlich dem Hausarzt auch gesagt? Und wie hat er dann reagiert, ohne dass ich jetzt irgendeinen an den Kranken stellen möchte, um Gottes Willen? Aber wie ist dann irgendwann die Lawine oder der Stein dann doch ins Rollen gekommen bei Ihnen? Also es war so, dass ich erst normale Influenza-Symptome hatte und zu dem Zeitpunkt zum Arzt gegangen bin und da war das wirklich einzugrenzen auf Fieber, auf Schüttelfrost und nachdem ich 2018 bereits schon mal die Influenza hatte, habe ich gesagt, ja, es fühlt sich genauso an wie im letzten Jahr. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es ist Grippezeit, es wird wahrscheinlich eine Influenza-Infektion sein, also das Übliche aus Kurieren möglichst nicht überanstrengend, nicht, dass nachher noch irgendwelche Folgeerscheinungen wie Herzmuskelerkrankungen oder sowas dazu kommt. Und am nächsten Tag war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, also auch die Fiebersenkende Mittel haben nicht mehr angeschlagen, was normalerweise eigentlich immer recht gut funktioniert hat sonst. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, also jetzt ist irgendwas im Busche, was so nicht gehört. Und was ist dann passiert? Also ich bin dann noch zu meiner Hausärztin und die hat mich angeguckt und hat gesagt, so, und wir rufen jetzt sofort den Notarzt, das ist jetzt kein Fall mehr für die Hausarztpraxis. Also was mir selber nicht aufgefallen war, meine Haut war schon verfärbt, also das konnte man schon sehen. Und dann kam dann, Gott sei Dank, auch relativ schnell der bodengebundene Notarzt und die haben dann den Rettungshubschrauber nachgefordert, weil wir außerhalb von München wohnen, also eher ländlich und weil der eine, Gott sei es gedankt, Rettungssanitäter gesagt hat, das schaffen wir mit dem RTW nicht mehr. Ja, also der hat dann gesagt, also wir, wäre jetzt sinnvoll, den Rettungshubschrauber nachzufordern und der kam dann recht schnell und dann war ich innerhalb der nächsten zehn Minuten dann auch im Klinikum. Genau, wir haben jetzt bestimmte Bilder, Sie haben es bestimmt, dass wir die, dass wir die zeigen können, vielleicht sagen Sie es selbst, da sind Sie dann eben angekommen, wenn ich die Bilder jetzt sehe. Ich weiß nicht, ob die Regie die dann insgesamt einblenden kann. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war es glaube ich so, dass es eingeblendet wird, ja. Okay, ja, und, 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 ja, dann, 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 dann ging die Maschinerie im wahrsten Sinne des Wortes aus. Genau, genau, also ich kann mich auch noch gut an die Notaufnahme erinnern, an den Schockraum und die ziemliche Geschäftigkeit rings um mich rum und kann mich auch noch ans CT erinnern, weil ich einfach auch extreme Atembeschwerden hatte und Schmerzen in der rechten Seite und nach dem CT endet dann meine Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob dann einfach mein Körper gesagt hat, okay, ich entschwinde jetzt in eine Ohnmacht oder ob dann wirklich schon auch das künstliche Koma eingeleitet wurde und ich habe dann im Anschluss 18 Tage im künstlichen Koma gelegen. Wenn wir jetzt, ich will noch nicht sagen einen Strich ziehen, weil man könnte jetzt Stunden mit Ihnen darüber reden und würde wahrscheinlich vieles herauszuholen. Ich habe mir so ein paar Stichworte aufgestellt, interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist das, was wir bei allen medizinischen Konferenzen, ich weiß nicht, wie oft dieses Stichwort aus meinem Munde dann schon gekommen ist und ich muss immer dann leicht lächeln, weil ich sage, das ist genau unser Kernproblem, wahrscheinlich dann die Folgen systemisch denken und Hausärzte natürlich überfordert. So gehen Sie noch mal kurz durch, dass wir vielleicht so eine kleine Lesson learned daraus können. Ja, also wie gesagt, diese interdisziplinäre Behandlung ist etwas, was mich einfach durch diese insgesamt acht Monate, die ich dann sowohl Krankenhaus als auch Reha hatte, begleitet hat. Also dass dieses, ich das Gefühl habe, dass es immer noch eine Hürde ist, eine andere Disziplin hinzuzuziehen. Also wirklich zu sagen, ich komme an diesem Punkt nicht weiter, ich weiß es nicht genau, gibt es jemanden, der sich in diesem Bereich besser auskennt. Und das ist so ein Punkt, also ich glaube, da würde auch viel Ruhe beim Patienten und den Angehörigen auch eintreten, wenn man einfach weiß, okay, die Ärztinnen und Ärzte kommen an einem Punkt, da wissen sie nicht weiter und das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Ich kann nicht in jedem Bereich Experte sein, aber ich kann jemanden hinzuziehen, der in diesem Bereich Experte ist und bei mir schloss sich ja dann noch eine massive Knochenentzündung an, wo es auch um eine sehr diffizile Antibiotikatherapie ging. Und es war schon, also von meiner Seite auch manchmal so ein bisschen Rebellion nötig, zu sagen, Herrschaftszeiten, sprech doch bitte mit jemandem, der sich mit Antibiotikatherapien auskennt, ja, also dessen Fachgebiet das ist, zieht doch bitte die Mikrobiologie mit hinzu oder jemanden, der diese Zusatzausbildung in der Antibiotikatherapie hat, um einfach wirklich im Ganzen zu denken und ich meine, das sehen wir ja jetzt auch bei Covid, es ist einfach eine systemische Erkrankung, es ist ja nicht nur der Knochen befallen, es war bei mir die Lunge, es war die Leber, es waren die Nieren, ich bin vierfach amputiert, also das ist einfach auf so vielen Ebenen etwas, was die Sepsis ausgelöst hat, das kann nicht nur ein Orthopäde lösen oder das kann nicht nur ein Neurologe lösen oder ein Neuropsychologe, ja, das sind einfach so viele Ebenen und deswegen denke ich, ist das so ein Ansatz, den wir nicht nur in der Behandlung, sondern halt auch später, das wurde ja schon angesprochen, auch in der Reha fahren müssen. Meine Reha war rein orthopädisch. Ja, also, ich danke Ihnen erstmal, ich könnte jeden Satz, könnten wir jetzt unterstreichen und könnten wir aufschreiben an die Tafel und sagen, das sind die Dinge, die wir daraus lernen müssen. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier öffentlich darüber geredet haben, ich glaube, das kann Menschen Mut machen, auch die Art und Weise, wie sie das machen und alles, alles erdenklich Gute für Sie weiter und dass Sie hoffentlich mit Ihrer Energie, die Sie ausstrahlen, die Menschen finden, die Ihnen dann auch wirklich weiter zuhören und ja, wir können viel lernen. Frau Hartog, jetzt übergebe ich den Stab an Sie, Sie sind dran, bitteschön. Ja, vielen Dank. Auch von mir erstmal vielen Dank, Frau Schiedermeier, es ist sehr beeindruckend, dieser ganze Verlauf und das Wort, was Sie gesagt haben, das ist eine systemische Erkrankung. Ich glaube, das ist so das Stichwort. den Blick zu haben für die unspezifischen Veränderungen, die eine systemische Ausbreitung der Infektionen zeigen. Vielleicht erinnern Sie sich an das Bild, was Herr Reinhardt eingangs gezeigt hat mit dem kleinen Abszess oder der kleinen roten Verfärbung um die Einstiegsstelle da bei dem zentralen Venenkatheter. Das ist noch keine Sepsis, aber sobald diese Grenzen aufgelöst werden und das nie gekannte Krankheitsgefühl, Entschuldigen Sie, ich muss das einmal noch mal kurz sagen, weil Ärzte irgendwie, sobald sie dann fertig sind und praktizieren, ihren Patienten nicht mehr glauben. Das ist schade. Das nie gekannte Krankheitsgefühl ist tatsächlich ein Leitsymptom, aber auch die Verwirrtheit, die Wesensänderungen, dass sie sich an viele Dinge nicht mehr erinnern konnten. Die Kurze Atmigkeit, der schnelle Puls und auch die kalte, feuchte oder fleckige Haut. Und das sind allerdings auch unspezifische Punkte. Das heißt, der Blick für die systemische Erkrankung, den müssen wir wirklich wieder allen Ärzten in allen Fachbereichen immer wieder vor Augen führen. Deswegen die Frage, könnte es Sepsis sein? Ich freue mich aber jetzt, mit Frau Preißler zu sprechen. Frau Preißler, Sie ergänzen dieses Bild dadurch, dass Sie eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Und Sie sind Politikerin, Volljuristin, Mutter von vier Kindern und haben im März 2020 eine, wie Sie sagen, mittelschwere Covid-Erkrankung überstanden. Sie waren im Krankenhaus nicht auf der Intensivstation, aber als Sie entlassen wurden, war es leider nicht vorbei. Ihnen sind die Haare ausgefallen, Sie litten lange Zeit unter Atemproblemen und Sie hatten Sprachstörungen. Mittlerweile darf ich sagen, geht es Ihnen wieder besser? Das freut mich sehr. Aber Sie haben ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Was sind Ihre Wünsche? Was ist sozusagen Ihre Botschaft, die Sie aus dieser Erkrankung gelernt haben? Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Liebe Frau Professorin Hartog, denn Sie haben tatsächlich mir sehr geholfen, als ich im September über Ihren Kontakt eine Allgemeinmedizinerin bekam, eine Hausärztin fand, die sich mit Sepsis-Patientinnen auskannte und dadurch auch sich mit meinen Covid-Folgen gut beschäftigen konnte. Denn nachdem ich im März 2020 an Covid erkrankte und das Krankenhaus verlassen hatte, begann für mich tatsächlich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Tatsächlich dachte ich, nachdem dann meine Familie und ich später die Quarantäne verlassen durften, dass ich jetzt wieder gesund sei. Wir waren als Familie in Quarantäne, mein Mann hatte auch Covid-19, aber wir waren nicht darauf vorbereitet, dass danach noch Krankheitsfolgen auftreten und das hat uns enorm belastet, weil wir natürlich zurück ins Arbeitsleben gegangen sind, ins Familienleben. Wir wollten loslegen und merkten nach wenigen Tagen, dass wir Autofahrten nur mit einem Bett absolvierten, dass wir jeden Termin nur mit Ruhepausen planen konnten, dass nach jeder Strecke eine Ruhepause folgen musste. Ich verließe mit Wechselkleidung das Haus, weil ich ganz schnell außer Atem geriet und schwitzte und eben kaum belastbar war. Diese enorme Erschöpfung hat bei mir 14 Monate gedauert und also sehr mein Alltagsleben beeinträchtigt. Das Arbeiten, die vier Kinder, alles, was damit zusammenhängt, hat mir das Allerletzte abverlangt und wenn ich morgens aufwachte, nach sehr schlechten Nächten, war ich nie erholt. Und ich möchte an einen Beitrag von vorhin anknüpfen. Ich bin dann am 7. Mai geimpft worden und weil ich an Covid erkrankt war im Jahr 2020, bekam ich eine Impfung mit AstraZeneca und ich muss sagen, nachdem ich eine sehr heftige Impfreaktion hatte, wachte ich danach das allererste Mal nach vielen, vielen Monaten Kummer morgens auf und war nicht erschöpft. Und für mich hat also dieser Augenblick, ich sehe natürlich einen zeitlichen Zusammenhang zur Impfung, aber ich kann nur sagen, nachdem die Impfreaktion vorbei war, hatte ich meine Zuversicht zurück und habe ein gutes Gefühl, dass ich diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, dieses Herzrasen und alles, was ich bis jetzt mit Corona verbunden habe, jetzt endgültig los bin. Ich litt auch so wellenartig unter Geruchsverirrungen und habe permanent Sachen gerochen, die nicht da waren, hatte zeitweise eben Sprachstörungen und das ist jetzt bei mir weg. Ich bin Juristin, keine Ahnung, woran es liegt, aber es gibt zumindest diese zeitliche Nähe zur Impfung. Und wenn ich mir also etwas wünschen dürfte, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dann wäre es das, dass mit so einer Covid-Erkrankung einhergeht, eine Information über vorhandene und zu erwartende Folgen. Denn das konnte man im März alles nicht. Tatsächlich im Krankenhaus hatte ich ganz großartige Menschen um mich rum, die mir das, was sie morgens erfahren haben, auch am gleichen Tag weitergegeben haben. Aber wir lernten eben alle. Doch inzwischen sind wir in einer Zeit, wo wir alle lernen konnten und es war also dieses Ungewisse. Warum fallen mir mit einem Schlag so viele Haare aus? Werden sie wiederkommen? Warum? Was ist mit der Sprachstörung? Wird sie wieder verschwinden? Ich bin Juristin, ich brauche Kommunikation. Wie lange wird mich das begleiten? Das sind Sachen, die haben mich wirklich, die waren so grenzwertig, die haben mich zutiefst erschüttert. Und meine sechsköpfige Familie hatte drei Corona-Fälle und zwei Menschen von uns haben relativ lange noch damit zu tun gehabt. Und wenn man sich das als Gesellschaft ansieht, ich bin jetzt 49 Jahre alt, dann sind es eben lauter berufstätige Menschen, die das betrifft. Und es hätte mir sehr viel gebracht bei der Entlassung zum Beispiel aus dem Krankenhaus einen Ansprechpartner zu bekommen. Hier ist ein Allgemeinarzt, der kennt sich damit aus und folgende Sachen können noch passieren. So war das jedes Mal so. Das hat mich einfach umgehauen. Ich bin morgens aufgestanden und meine Sprache funktionierte nicht mehr. Ich bildete einen Satz im Kopf, aber er verließ meinen Mund nicht so, wie ich ihn gebildet hatte. Ich wollte es versuchen und versuchen und es wurde nicht besser. Ich habe Worte vertauscht und es war die Hölle. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann denke ich, wäre es mir besser damit gegangen. Wir können immer nach hinten raus Dinge viel besser einordnen, aber tatsächlich ist wirklich interessant, was Sie berichten. dass Ihre behandelnden Ärzte, zu denen Sie vorher gingen, überhaupt nicht darauf vorbereitet waren und damit nicht umgehen konnten, dass Sie noch monatelange Beschwerden hatten, die Sie wirklich erheblich beeinträchtigt haben. Und dass allein schon, ich sage mal, allein schon die Tatsache, da eine kundige Hausärztin zur Seite zu bekommen, ihre Lebensqualität deutlich erhöht hat, ohne dass sie Ihnen jetzt irgendwie spezifische Pillen gegen die Folgen gegeben hätte, sondern allein begleitet zu werden von jemand, der sich auskennt und der Ihnen da ein Lot zu sein kann und Sie damit an die Hand nehmen kann, wie wichtig das ist. Vielen Dank. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und gebe mal zurück an Herrn zur Heide. Ja, Dankeschön, Frau Hartog. Ich freue mich jetzt auch für Joachim Huber. Ich glaube, wir dürfen sagen, wir kennen uns, weil ich auch lange für den Tagesspiegel gearbeitet habe. Er hat das ein oder andere Mal meine Artikel gedruckt, die aus Nordrhein-Westfalen kam. Kollege Huber, Sie sind auch heute hier. Ich freue mich darauf und vor allen Dingen, weil Sie selbst auch betroffen gewesen sind. Am Anfang auch die Frage kurz Ihre Geschichte. Sie sind an Covid erkrankt und dann Pünktchen, Pünktchen, bitteschön. Herzlich willkommen. Sie haben Ihr Mikro, glaube ich, noch nicht an. Jetzt hören wir Sie noch nicht, oder? Ist da noch die Stummschaltung an? Soll ich die Regie mal eben fragen? Oder können Sie? Sie sind, glaube ich, noch stumm geschaltet, Herr Huber. Da ist irgendwo so eine Taste Mikro und dann drücken Sie. Nee, wir hören Sie noch nicht. Es klappt noch nicht ganz. Dann ist es besser. Ja, leise, wenn Sie noch näher rangehen, ist es wahrscheinlich besser. Bitte um Entschuldigung, ich muss etwas näher ran. Das ist auch in der morglichen Konferenz beim Tagesspiegel so. Genau. Herzlichen Dank, Herr Zurheide, für die nette Einladung und für die Begrüßung. Bei mir ist das so, ich bin Mitte März 2020 vom Virus erwischt worden. Ich hatte, sagen wir mal, das Pech. Ich bin zu einem Test gegangen. Der Test sagte, das waren zwei Stäbchen. Der eine ist, das eine Stäbchen sagte erkrankt, das andere sagte nicht erkrankt. Das hat mich, ehrlich gesagt, nur unsicher gemacht. Dann hatte ich Fieber, wie viele Menschen in der Zeit Fieber hatten. Kurz danach kam aber eine eklatante Kurzatmigkeit. Ich habe mich dann selber in ein Berliner Krankenhaus eingewiesen. Ich will es kurz machen. Ich bin dann wieder verlegt worden ins Gertrauden. Da war ich fünf Wochen im künstlichen Koma. Meine Lunge war auf vier Prozent Leistungsfähigkeit runtergerockt. Es kam Nierenversagen dazu. Am Ende des Komas noch ein Herzinfarkt. Ich habe seitdem zwei Stands. Nach fünf Wochen bin ich erwacht und zwar in der neu eingerichteten Covid-19-Station der Charité Mitte. Dann war ich noch Benjamin Franklin und schließlich in einer Reha-Klinik an der Ostsee. Das klingt jetzt alles bedrohlich. Ich muss es auch sagen, ich war drei, vier Tage in Lebensgefahr. Aber die, ich sage mal, die Fertigkeit der Berliner Ärztinnen und Ärzte, meine Familie, alle zusammen und ich bin selber auch ein Kämpfer. Und so ist es gelungen, also dem Virus zu entkommen beziehungsweise nicht allem. Ich habe dummerweise im Koma einen Lagerungsschaden erlitten. Mein linker Fuß war danach gelähmt, hatte ich aber eine Parese erlitten. Und seitdem bin ich jeden Morgen dabei, durch Reha-Maßnahmen meinen linken Fuß wieder mobil zu bekommen. Ich bin da sehr weit gekommen und was ich anstrebe und ich glaube auch wieder erreichen werde, also ich kämpfe jedenfalls darum, das ist Normalität im Leben. Ich will einfach mein altes Leben zurückhaben. Ich arbeite auch schon drei Tage in der Woche, im Juli wieder fünf und ich werde nicht locker lassen, bis ich wieder sozusagen der Joachim Huber bin, der ich mal gewesen bin. Ja, auch danke dafür. Sie haben gerade ein paar Dinge angesprochen, die ja wichtig sind. Da haben Ärztinnen und Ärzte gekämpft, dann natürlich die Familie, auf der anderen Seite die Familie, die sie nicht besuchen konnte, beziehungsweise in dieser Situation ist das, ja, die Frage ist dumm. Natürlich ist es besonders belastend. Was macht das mit jemandem? Was hat das mit Ihnen gemacht? Also Sie können sich das zuerstellen, Herr Zuhheide, ich war im Koma. Ich wusste, ich war einfach nicht bei mir. Aber meine Familie, man muss sich das wirklich so vorstellen, stand eben vor dem Krankenhaus, die durften es nicht betreten und auch nicht die Stationen und haben quasi zum Fenster hochgeguckt, hinter dem ich lag und mir Mut zugesprochen und sich da und dort Unterstützung geholt und sehr viele Ärztinnen und Ärzte waren aber bereit, auch mit meiner Familie zu telefonieren und immer wieder durchzugeben, wie es denn so steht. Aber im Endeffekt gab es, wenn Sie so wollen, solange ich im Koma war, keinen direkten Kontakt. Das kam eben erst später und dann war es sehr intensiv durch meine Frau, durch meine Tochter, tägliche Besuche und immer wieder diese Bereitschaft, mich zu unterstützen, was auch meine Kolleginnen und Kollegen angeht. Und das will ich nochmal sehr betonen. Ich hoffe, dass jeder, der mit diesem Virus und den Folgen zu kämpfen hat, nicht alleine ist. Ich glaube, hätte ich das alles mit mir alleine auch machen müssen. Ich hatte durchaus sehr tiefe Täler, also ich will nicht sagen Depressionen, aber tiefe Täler in der Stimmung, weil an dem Tag, als ich aufgewacht bin, konnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Ich hatte ja keinen Muskel mehr im Leib. Das heißt, das erste Erfolgserlebnis kam nach einer Woche. Da konnte ich mich ans Bettende robben und frühstücken. So klein waren die Schritte damals, so groß sind sie jetzt, aber ohne Unterstützung. Und ich meine damit natürlich das Umfeld, ich meine aber auch alle, die im Personalbereich der Krankenhäuser und Kliniken arbeiten. Sie müssen Menschen sehr, sehr unterstützen, damit sie aus dieser, sage ich mal, grundstürzenden Erfahrung auch wieder herausfinden. Ich war bislang nie so krank gewesen in meinem Leben, im Gegenteil. Und nun das, wie kommt man damit zurecht? Wo sind sozusagen die mentalen Stützen, die man dringend braucht? Da erfahren Sie natürlich manches im Guten wie im Negativen. Das Stichwort haben wir gerade gehört von der Kollegin vorher, Stichwort Impfung. Was macht das in dem Moment, wo Sie geimpft worden sind, was ich hoffe und unterstelle für Sie? Ja, ich hatte auch in Berlin gab es mal sozusagen eine geringere Nachfrage nach AstraZeneca, dieser, sagen wir mal, umstrittene Impfstoff. Und diese Gelegenheit habe ich glatt genutzt und mich über Hotline und mir über Hotline einen Impftermin besorgt. Dann war ich hier im Impfzentrum. In einem Zentrum der Freude kann ich nur sagen, ich habe noch nirgendwo in Berlin so viel Euphorie erlebt wie in so einem Impfzentrum. In dem Moment, wo Menschen geimpft werden, das ist wie, als ob sie einen Freudeschock haben. Und so war es bei mir auch. Ich hatte danach zwei Tage Fieber, war etwas erschrocken, weil ich dachte, alles geht von vorne los. Aber das ist es nicht. Jetzt gelte ich als genesen. Ich habe sozusagen Covid-19 hinter mir. Ich habe die Impfung hinter mir. Mein Antikörperstatus ist ja fräulich hoch. Ich bleibe aber sehr vorsichtig. Also ich nehme alle Schutzmaßnahmen wahr und so weiter und so fort. Und ich kann aber sagen, die Impfung war natürlich nochmals eine Art Befreiungsschlag. Also Sie müssen sich ja immer so vorstellen, man ist sozusagen durch die Krankheit auf einer sehr unsicheren Seite und mit jedem Schritt und dazu gehört der sehr große Schritt der Impfung, geht man auf die andere Seite, dass man sich wieder sicher fühlt. Ich fühle mich aber noch nicht ganz sicher. Also wie gesagt, ich bleibe sehr vorsichtig und ich habe ein Ziel überhaupt nicht aufgegeben und das, ich kämpfe als Journalist und auch sonst gegen alle Corona-Leugner dieser Welt. Ich bin da allerdings nicht sehr erfolgreich. Ich habe quasi noch keinen überzeugen können, von seinem Irrglauben abzulassen. Das ist meine Niederlage, die nicht vergeht, aber ich kämpfe weiter. Ja, da sind wir beide nicht ganz alleine. Das ist natürlich der Punkt, der dann außerordentlich schwierig ist. Okay, wenn Sie sagen, gerade so etwas wie Selbsthilfegruppen, kann das helfen, wo auch Sie vielleicht Erfahrungen weitergeben? Wie denken Sie darüber? Also ich habe, ich war, nachdem ich in vier Berliner Kliniken gewesen war, hatte ich noch eine Reha-Maßnahme an der Ostseine, eine Medienklinik in Heiligendamm und da hat sich gleich am ersten Tag eine Gruppe gebildet, ein Gesprächskreis von ehemaligen Intensivpatienten. Ich muss sagen, diese Sitzungen waren anfänglich Blut, Schweiß und Tränen. Ich habe noch nie so viele Geschichten gehört von lebensgefährlichen Verläufen etc. Dann hat sich das alles so gebessert, aber ich muss sagen, ich habe immer noch zu zwei, drei Teilnehmerinnen Kontakt und leider haben diese beiden, es sind zwei Frauen, sind es zwei Frauen, die ins Leben noch nicht zurückgefunden haben. Das heißt, sie haben ihren Beruf nicht wieder ausüben können und, und, und. Trotz aller Maßnahmen, trotz aller Hilfen, aber dieser Gesprächskreis, das sagen Sie alle und ich kann das nur bestätigen. In dem Moment, wo sie sich nicht mehr alleine fühlen und auch nicht mehr alleine sind, haben sie sofort eine Art von Hilfe. Ich will das in den Krankenhäusern gar nicht klein spielen, aber als ich zum Beispiel in der Charité Mitte aufgewacht bin, war ich natürlich isoliert ganz allein in meinem Zimmer. Das war auch alles richtig, aber wenn sie allein sind, sind sie auch mit sich selbst allein. Und wer sich mit sich selbst allein ist und sozusagen gerade in einer schwierigen Phase ist, der fühlt sich noch mehr allein, als er schon allein ist. Also ich kann nur raten, jedem, der außerhalb der Familie und des eigenen Umfeldes Unterstützung bekommen kann, sollte sie auch dringend suchen. Ich habe aber den Eindruck, und das richtet sich jetzt hier an die Ärzteschaft, diese Hilfe, diese Gesprächskreise muss man sich selber suchen. Also ich habe zum Beispiel, als ich dann in Benjamin Franklin war, da finden sie viele Zettel, viele Informationen, angenommen, sie sind amputiert oder oder. Da gibt es in Berlin mittlerweile viele Selbsthilfegruppen. Aber was so Ex-Covid-Patienten angeht, da scheint mir alles am Anfang zu sein und noch sehr ungenügend professionalisiert. Also ich habe bestimmt sehr viele Unterstützung erfahren, aber viel dieser Unterstützung hat mit dem Ende des Krankenaufenthaltes auch geendet. Und da müsste es eigentlich weitergehen. Weil sie natürlich in dem Moment, wo sie quasi wieder ihr eigenes Leben aufnehmen, brauchen sie trotzdem Hilfe. Und da würde ich wünschen, dass mehr von denen, und ich spreche jetzt vor allen Dingen für die Frauen, von denen ich gerade gesprochen habe, die nicht zurückgefunden haben, dass da mehr, sage ich mal, ich nenne es mal dumm, mehr automatisierte Autohilfsangebote kommen. Also ich bin immer wieder zum Beispiel eingeladen von der Charité. Ich habe mittlerweile an vier Charité-Studien teilgenommen. Das mache ich auch deswegen, weil natürlich ich ein Datenträger bin. Ich kann wahrscheinlich der Wissenschaft helfen. Ich hätte mich aber auch sehr darüber gefreut, wenn Charité-Abteilungen gesagt hätten, Herr Huber, brauchen Sie auch mal Hilfe. Das hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Okay, Herr Huber, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden uns sehen oder hören. Die eine oder andere berufliche Gelegenheit wird sich dann nochmal ergeben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auch danke, dass Sie heute hier besprochen haben. Frau Hartog, Sie übernehmen den nächsten Menschen. Bitte schön. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, Herr Huber. Man könnte viel sagen, aber die Zeit wird langsam knapp und es ist, ich freue mich, dass die, ich freue mich, dass die viel Aufmerksamkeit jetzt für Covid-Folgen gibt. Es gibt hier irgendwie eine Störung im Hintergrund. Wir hören Sie gerade gut. Ich höre mich hier irgendwie sehr verzerrt. Es gibt hier für Covid-Erkrankte jetzt viel Aufmerksamkeit, aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass wir seit vielen Jahren auch Sepsis-Erkrankte haben, wie zum Beispiel Herr Köhler, der gerade auch selber viel geleistet hat für das Bekanntmachen der Folgen nach Sepsis und für den Kontakt zwischen den ehemaligen Sepsis-Erkrankten. Er hat selber hier einen eigenen Gesprächskreis auch aufgebaut. Herr Köhler, ich stelle Sie kurz vor, Sie sind 62 Jahre alt, verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder. Sie haben im November 2014 im Verlauf einer elektiven Hüftoperation eine Sepsis mit einem lebensgefährlichen septischen Schock erlitten, mit sehr viel Glück überlebt, dann einen langen Krankheitsverlauf und vor allen Dingen doch deutlich belastende Folgen erlebt, die jetzt nicht nur gesundheitlich Sie schwer beeinträchtigt haben über Monate und eigentlich Jahre, sondern Sie auch beruflich ins Abseits geführt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Ihre Botschaft. Und wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, weil Sie doch mit Ihren ganzen Problemen nicht still geduldet haben, sondern wirklich auch auf andere Patienten zugegangen sind und ich glaube auch durch Ihre Gesprächskreise auch vielen schon geholfen haben. Herr Köhler, was ist Ihre Botschaft oder fragen wir mal so, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich also hier eine Runde sein darf auch und mich dazu äußern darf. Das ist ja auch sehr wichtig, dass dieses Thema hier auch öffentlich behandelt wird. Müsste viel mehr passieren. Also, wenn ich drei Wünsche frei hätte, der erste ging an Ärzte und Therapeuten und das wäre einfach nur die Bitte, nehmt uns bitte ernst als Patienten. Und ich habe ein Jahr gebraucht, um mit meinen körperlichen Problemen wieder zurande zu kommen und habe dann gemerkt, dass ich wirklich Probleme habe mit meiner Belastbarkeit insbesondere. Ja, also ich war früher ein Arbeitstier. Ja, 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche war keine Seltenheit und jetzt war nach einer Stunde maximal zwei Stunden war Schluss gewesen. Ja, mehr ging einfach nicht. Und ich war bei vielen Ärzten gewesen und die haben alle gesagt, ach, überlegen Sie mal, was Sie alles durchgemacht haben und das wird schon wieder und so. Und es wurde aber nicht besser. Ich bin dann auch mit Antidepressiva behandelt worden, weil man gesagt hat, obwohl ich gesagt habe, ich bin nicht depressiv, ja. Und nach zwei Jahren bin ich endlich an einen Arzt gekommen, der hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, was Sie mir da erzählen, ich glaube Ihnen das alles. Ich weiß auch, dass es so etwas gibt, aber ich kann es nicht nachempfinden. Nachempfinden kann es nur jemand, der es selbst durchgemacht hat. Und das war der erste der Arzt, der mich dann ernst genommen hat und mich an die kognitive Neurologie verwiesen hat. Und ich habe dort so viel gelernt und das Faszinierende für mich war, dass das alles Patienten waren, also mit sichtbaren Hirnschädigungen, ja, also Schlaganfall, Hirntumor, Hirnblutung. Und ich war, glaube ich, der erste Sepsis-Patient und hat ja dann auch ein Schädel-MRT machen lassen, was dann auch negativ war und deswegen wollte man mir das am Anfang auch nicht glauben. Aber ich hatte mich dann zu dem Thema belesen, kognitive Störung und habe gemerkt, dass das genau meine Probleme sind. Und wie gesagt, ich habe dann sehr viel gelernt dort und über mich erst mal und auch in unserer Beziehung, also zu meiner Frau, weil, wie gesagt, sie hat dann immer gedacht, ich will nicht und immer gesagt, reiß dich doch zusammen, das wirst du doch jetzt mal noch hinkriegen. Und es ging einfach nicht. Es war nicht eine Frage des Nicht-Wollens, sondern einfach des Nicht-Könnens. Und das erst mal für sich zu erkennen, ist also ungeheuer wichtig. Und ich habe ja inzwischen sehr viele Kontakte zu anderen Betroffenen auch, wenden sich auch viele direkt an mich. und das ist das, wo sie wirklich von ihren Ärzten dort allein gelassen werden, zum Teil ausgelacht werden oder als Simulanten hingestellt werden und, und, und. Ich habe das auch alles selber durch und höre es fast täglich. Ja, also dort mehr Verständnis einfach auch ernst genommen zu werden und dann eben auch, wenn man selber mit dem Problem als Arzt nicht zurechtkommt, dann zu sagen, okay, ich habe hier jemanden oder eine Einrichtung, die kann das besser. Mein zweiter Wunsch ist an die Wissenschaft, um ganz einfach erst mal ernst genommen werden zu können, brauchen wir mehr Wissen. Und es wäre mein Wunsch, dass mehr in die Forschung zu diesem Thema, insbesondere kognitiven Störungen dort investiert wird und zweitens dann dieses Wissen auch schneller und effizienter zu verbreiten und es gibt in Deutschland überhaupt sehr wenige Publikationen und die Wissenschaftler, die publizieren, die tun das meistens in englischsprachigen Fachzeitschriften und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Hausarzt liest. Also wir hängen da sehr weit hinterher in Deutschland. Und mein dritter Wunsch wäre an die Politik, dass sie den ganzen sozialen Aspekten mehr Bedeutung beimessen. Ja, zum Beispiel bei mir, das war, hat ein Gutachter eingeschätzt, also eine Fehlbehandlung, ja. Und warum muss ich jetzt als Patient beweisen, dass ich eine Fehlbehandlung erlitten habe? Das Krankenhaus braucht das nicht beweisen, dass das nicht so war. oder mit den Rentenansprüchen, ich höre das auch immer wieder, dass das alles so lange dauert und mit solchen Hürden verbunden ist und Gutachter dann Arbeitsfähigkeit bescheinigen, obwohl diese überhaupt nicht gegeben ist. und einfach warum wird einem das Leben so schwer gemacht, wenn man unverschuldet in so eine Situation kommt? Und ich denke, da ist jede Menge noch zu tun. Ja, vielen Dank, Herr Köhler. Ich glaube, das ist auch nochmal eine weitere Facette in diesem ganzen Problembereich, dass die Folgen nach Sepsis nicht nur nicht bekannt sind, sondern eben auch nicht anerkannt sind. Sie waren ja selbstständig, Sie waren Geschäftsführer einer Firma in der Messsteuer und Regeltechnik und Sie sind dann durch diese lange Berufsunfähigkeit krankheitsbedingt wirklich in die Insolvenz und in große Probleme gekommen und wie Sie sagen, es wurde nicht anerkannt, es wurde Ihnen da nicht geholfen und das kann ja nicht in Ordnung sein. Viele Patienten bemühen sich ja, dass sie sozusagen schnell aus eigenen Kräften wieder aus diesem Loch kommen, aber wir kennen doch nicht wenige Sepsis Patienten, denen das nicht nur nicht gelingt, sondern die dann eben auch noch, und das ist unwürdig, um Anerkennung kämpfen müssen für etwas, was sie gar nicht verschuldet haben. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft, dass wir nicht nur die strukturierte Rehabilitation brauchen, die Früherkennung auch der Probleme, die auftauchen, am besten sollten Patienten bereits bei der Entlassung im Krankenhaus auf mögliche Folgen untersucht werden und beim Hausarzt sollte das fortgeführt werden. Es müssten die Rehabilitationsangebote dann auch zur Verfügung stehen, die es nicht gibt für diese vielfältigen und wie wir eingangs von Frau Fleischmann gehört haben, auch zusammen auftretenden Probleme, dafür sind diese ganzen Reha-Kliniken, die auf ein Organ fokussiert sind, gar nicht vorbereitet und dann muss es auch Unterstützung geben bei der sozialrechtlichen hinterher Unterstützung. Ja und damit gebe ich jetzt erstmal wieder zurück zu Herrn zur Heide. So, jetzt war ich irgendwie stumm geschaltet, ich weiß nicht warum, das passiert dann gelegt. Dankeschön Frau Hartog und auch danke an Herrn Köhler. Der letzte Mensch, der mit uns sprechen möchte und spricht ist Michael Zimmermann. Sie haben, ich versuche das in der Kurzfassung, Herr Zimmermann, Sie haben eine Operation gehabt, das war ein Leistenbruch, wenn ich das richtig gelesen habe und das hat sie auch in eine furchtbare Situation geführt. Den Rest, wenn Sie es kurz schildern, kann es nur besser sein, als wenn ich es versuche. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie waren und Sie begrüßt Sie alle, Herr Zimmermann. Guten Tag und schön, dass ich dabei bin. Ja, ich hatte eine Leisten-OP und hatte dann einen septischen Schock, Koma, es wurden mir die Unterschenkel amputiert, sieben Fingerkuppen, habe eine 10 mal 14 Zentimeter große Hüftbunde, wo sich ein Liter Eiter eingelagert hat und ich habe bei der ganzen Geschichte noch multiple Organversagen und habe in der Geschichte noch mein Augenlicht verloren. Mir sind beide Sehnerven abgestorben. Die Kurzfassung. Ich habe ein Bild gesehen, wo Sie mit Ihrem Hund auf der Bank sitzen. Wie wichtig ist das zum Beispiel? Erzählen Sie davon genau dieses Bild, meine ich, die Kollegen und Kollegen in der Energie spielen das gerade ein. Was macht das? Ja, es war so, dass ich war zu Hause ein halbes Jahr, ist mein Hund von mir gestorben an Leberkrebs und dann habe ich mich entschieden, noch mal einen Hund zu holen und er hat mir, ja, also mein Leben bereichert, hat mich auch wieder mobilisiert, weil ich musste ja mir das Laufen selber wieder beibringen, das wurde mir nicht in einer Reha beigebracht, sondern das habe ich mir zu Hause selber hart erarbeitet und der Hund unterstützt mich und ich wohne allein im Haus und das ist eigentlich mein ständiger Begleiter. Wenn wir einen Strich ziehen und wenn Sie sagen, was können wir lernen oder was könnte besser sein, abgesehen davon, dass sowas vielleicht nicht passieren sollte, was Ihnen passiert ist, aber wo ist sozusagen systemisch Hilfe notwendig, die fehlt? Wo sehen Sie das? Das haben wir von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört. Also in meinem Fall die Lockerheit, die die Ärzte an den Tag gelegt haben, auf meine Bitte, ich habe Schmerzen, da musste ich ja dem Notarzt, also dem ärztlichen Dienst mit rechtlichen Schritten drohen, wenn er nicht zu mir kommt, um mir Hilfe zu leisten. Das hat mich sehr erschreckt, was jetzt auch im Nachhinein habe ich eine Klage gelaufen gegen den operierenden Arzt und gegen den Notarzt und mir wird praktisch von der Versicherung die Schuld in die Schuhe geschoben und ich muss wie bei meinem Vorgänger die Sache beweisen. Da habe ich zwei Dinge, zum einen, dass die Ärzte die Sache ernst nehmen, wenn ein Patient Probleme hat. Das Zweite ist, warum muss ich kämpfen um mein Recht, da geht es eigentlich, mir geht es nicht um das viele Geld, mir geht es um das Recht und dass ich im Alter zum Beispiel versorgt bin, ich muss wahrscheinlich irgendwann das Haus verkaufen, weil ich das nicht mehr halten kann. Das Zweite ist, auch wie mein Vorgänger, die Rentenversicherung, wollte mir keine Leistungen zahlen und ich musste vor Gericht gehen, um Recht zu bekommen, eine Blinden-Schulung zu erhalten. Ich bin blind und muss darum kämpfen, eine Blinden-Schulung zu bekommen und das ist eigentlich etwas, was einen psychisch ziemlich fertig macht. Dasselbe war auch mit dem medizinischen Dienst. Der medizinische Dienst kam mir rein, lief durch die Wohnung, zwei Minuten, stand vor mir, hat mir vor meinem Gesicht gefuchtelt, um zu schauen, ob ich blind bin, und habe mir dann die Pflegestufe 1 gegeben. Ich musste mir dann wieder jemand suchen, der Einspruch einlegt, um Recht zu bekommen, dass ich in die Pflegestufe 3 und jetzt 4 komme. Da fehlt mir immer wieder das Verständnis, dass man das nicht akzeptiert, dass die Leute, denen geht es schon nicht gut und müssen dann noch um ihr Recht kämpfen. Das sind die Dinge, die mich beschäftigen. Zum Versicherung, mit Rente und so weiter, dass da mehr Verständnis dafür da ist. Okay, Herr Zimmermann, auch an Sie ganz herzlichen Dank und alles erdenklich Gute und dass das Glück vielleicht, wenn es nicht Glück ist, dann die juristische Unterstützung, die Sie brauchen. Insofern danke, dass Sie heute hier geredet haben. Ich glaube, das ist wichtig und es ist wichtig, dann auch darüber zu sprechen, was neben den ganzen persönlichen Folgen, die schwierig genug sind, dann noch hinzukommen kann. Ich bedanke mich jetzt eigentlich bei allen, auch bei der Kollegin Hartog, mich hier unterstützt zu haben. Wir haben jetzt zehn Minuten, eine ganz kleine Pause und dann geben wir unseren zweiten Teil über unter anderem Fragen bei den Behandlungsmöglichkeiten. Wo stehen wir? Insofern freue ich mich auf Sie, wenn wir in zehn Minuten weitermachen können. Herzlichen Dank an alle Beteiligten bis hier. Herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank. Herzlich willkommen noch einmal nach unserer kurzen Pause zu unserer zweiten Runde in unserer Session. Wie ich es gerade schon angekündigt habe, wollen wir jetzt fragen, welche Behandlungsmöglichkeiten haben wir denn eigentlich? Denn dass wir da noch erheblichen Bedarf haben, das haben wir gerade in den sehr aufrüttelnden Stellungnahmen der Menschen gehört, die selbst betroffen sind. Ich weiß, dass ich diesmal nicht alleine bin wieder. Ich habe mir fachkundige Hilfe geholt, Frau Prof. Claudia Spieß, auch von der Charité und vor allen Dingen natürlich mit dem Thema Anästhesie betroffen. Wenn ich Sie auch am Anfang einmal fragen darf, wir haben ja gehört, Anästhesie und je früher man irgendwo anfängt, etwas zu tun, ist das wichtig. Aber auch bei der Anästhesie drohen ja bestimmte Gefahren. So insofern stehen Sie, wenn ich so sagen darf, ganz am Anfang der Kette. Worauf achten Sie besonders? Also wir achten immer in allen unseren Bereichen, wo wir tätig sind, sowohl im anästhesiologischen wie im medizinischen Bereich, aber auch in der Schmerz- und der Palliativmedizin und der Notfallmedizin immer darauf, dass wir Schäden vermeiden. Da geht es ja hauptsächlich darum, dass wir Patienten vorher informieren, mit den Patienten das abstimmen, welche Risiken er eingeht und dann am Ende mit dem Patienten zu einer Übereinkunft kommen. Das ist natürlich auf einer Intensivstation schwierig, weil dann natürlich Patienten oft notfallmäßig eingewiesen werden, teilweise eben auch nicht ansprechbar. Wenn das möglich ist, dann versuchen wir das. Wenn es nicht möglich ist, dann muss man natürlich den mutmaßlichen Willen des Patienten erkunden. Und da ist es immer, sind natürlich die Angehörigen unser erster Ansprechpartner. Und da hatten wir in Covid natürlich auch viele Probleme, weil natürlich der direkte Kontakt eben sehr oft eingeschränkt war. Aber ich denke, da haben die Kollegen ja vorher auch schon viel berichtet. Und ich glaube, dass wir gemeinsam eben gucken müssen, bei der Schwere der Erkrankung und dem schweren Hyperinflammationssyndrom, was wir ja bei Covid haben, wie wir mit den Folgen umgehen. Und da gibt es ja auch eine gute AWMF-Leitlinie inzwischen dazu, die auch gemeinsam mit vielen Disziplinen erstellt wurde. Und ich bin da ganz hoffnungsfroh, dass wir jetzt viel Neues erfahren dazu haben. Danke, Frau Spies. Wir haben das auch in dieser Runde wieder so gemacht wie vorhin. Ich fange an und Sie stellen dann die anderen Kolleginnen und Kollegen vor. Ich möchte beginnen mit Professor Martin Walter, wo wir besonders die psychischen Folgen in den Blick nehmen wollen. Sie sind für die Psychiatrie und die Psychotherapie stehen Sie hier der Universität in Jena, der Universitätsklinik in Jena. Erstmal herzlich willkommen, Herr Walter. Und ja, ich sage Sie haben Gottes Wort, bitteschön. Jetzt sollten Sie mich gut hören können. Ja, das ist so. Gut. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die psychiatrische Perspektive jetzt auch für das, für den Standort des Deutschen Zentrums in Jena, Halle Magdeburg, noch mal hier zu beleuchten. Das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns. Ich habe Ihnen einige Aspekte mitgebracht für die nächsten zehn Minuten, die die psychiatrische Perspektive zum einen von der psychosozialen Perspektive, was die Belastung angeht, beleuchten, dann die Kollateraleffekte in der Versorgung beleuchten, dann noch mal ganz konkret neuropsychiatrische, auch biologische Konsequenzen aus unserer Brille heraus darzustellen und abschließend ein paar Worte zum Suizid oder zu Suizidgefahr loszuwerden, die ja aktuell auch immer wieder von politischer oder von Seiten, von besorgten Angehörigen gestellt werden. Fangen wir mal bei uns selber an. Die psychosoziale Belastung während der Covid-19-Pandemie in der Frühphase, jetzt mal bei den Mitarbeitern, insbesondere auf Intensivstationen, wurde inzwischen auch ganz gut systematisch erfasst. Das können Psychologen, Psychiater ganz gut. Und wir haben natürlich eine Verstärkung der Arbeitsbelastung, der Arbeitsverdichtung, insbesondere auch der Verteilung von Flexibilitätskosten auf die Mitarbeiter, die ungewohnte Arbeit in anderen Teams verrichten mussten. Insofern haben wir psychosozial zwei Gruppen, die zu viel und ungewohnt gearbeitet haben und die, bei denen das normale Arbeitsumfeld auch als stützender Faktor weggefallen ist. Im Gesundheitswesen haben wir natürlich in erster Linie die Menschen, die mit Belastungen im Beruf Probleme hatten. Ich habe es bereits angesprochen, Veränderung des Arbeitsbereiches, einer großen Unsicherheit, was die eigene Tätigkeit, aber auch was die eigene Gesundheit angeht. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch Faktoren, die durchaus beeinflussbar sind. Wenn man dann in dieser Umfrage, die jetzt die Kollegin aus Augsburg getätigt hat, mal fragt, was wären denn Dinge, die helfen würden? Dann geben die Hälfte der Befragten an, dass infrastrukturelle Aspekte wie zum Beispiel Personal und entsprechende Organisationen, Vorausplanung und auch bauliche Maßnahmen den Burden deutlich hätten verringern können. Auf der anderen Seite sind die, die entweder unfreiwillig zu Hause sind, neu oder schon länger. Und die Einsamkeit ist klassischerweise ein Prädiktor für mentale oder für psychische Verschlechterungen. Sie bedroht die psychische Gesundheit. Und klassischerweise gibt es natürlich die älteren Populationen, bei denen es auch lebensbedingt irgendwann zu einer Vereinsamung kommt, zu einer Verringerung der direkten Freunde, mit denen man sich austauschen kann. Und die sind natürlich einmal mehr besonders betroffen, insbesondere von Isolationsmaßnahmen, aus Angst, sich nicht mehr mit den Kindern oder Enkelkindern zu treffen. Die können zum Teil einfach auf kleinere Freundeskreise rekurrieren und mit denen in der Regel auch gegenüber den Digital Natives als digital naive in der Regel auch nicht ganz so gut kommunizieren. Zumindest war das in der Frühphase ein Problem. Es ist aber auch wichtig zu betrachten, dass es neben diesen klassischen betroffenen Gruppen auch neue gab. Insbesondere bei der jüngeren Population zeigt sich, dass die Einsamkeitseffekte besonders stark sind, denn dort geht man klassischerweise nicht so sehr davon aus, dass das ein großes Problem ist. Hier gibt es inzwischen erste Daten. Hier aus Bochum und Berlin waren zwischen 5000 Personen, weil es von der Studie von Frau Luhmann in Bochum federführend publiziert auch gezeigt werden konnte, dass es eben auch individuelle Dynamiken gibt. Die Einsamkeit nahm zum Teil ab. Danach hat man sich daran gewöhnt. Es ist so, je älter man war, desto schwerer war die Einsamkeit, die man auch messen kann, ausgeprägt. Es waren noch überraschende oder neue Befunde drin, wie zum Beispiel, dass Eltern gegenüber Nicht-Eltern ausgeprägtere Anstiege in der Einsamkeit erlebt haben. Das ist ein wichtiger und spannender Forschungsbereich, der uns psychiatrisch genauso sehr umtreibt, was denn Covid mit der Psyche gemacht hat. Es gibt große Unterstudien aus den USA, hier haben wir bei 150.000 Personen, die mit so einer mobilen App täglich gefragt wurden, nach diversen Stimmungsausprägungen, zum Beispiel Angst oder Traurigkeiten. Da sieht man hier im März, April letzten Jahres ein Anstieg gewisser Emotionen, wie hier Angst ausgeprägt oder Seltenes, Traurigkeit und dann ein Rückgang, wie gesagt, zum Sommer hin, was diese negativen Emotionen angeht. Wohlweislich, das sind die amerikanischen, nicht die deutschen Verhältnisse. Das heißt, auch jetzt die Erhebungszeitpunkte, die in der Regel dann die öffentlichen Maßnahmen reflektieren, sind in den USA andere. Man sieht keine Dynamik in den positiven Emotionen. Und das hat die Autoren dieser Studie eigentlich auch dazu veranlasst, zu sagen, dass es durchaus viele Resilienzfaktoren gibt und vielleicht psychosozial alles gar nicht so schlimm ist, was Covid mit uns macht. Wir müssen uns als Psychiater noch ein bisschen genauer auch mit den Patienten allerdings beschäftigen, die besonders gefährdet oder schon psychiatrisch erkrankt sind. Und hier ist insbesondere dieses Double Zoning ein großes Problem. Wir wissen aus der somatischen Medizin, dass man klassischerweise zwischen Bereichen mit sicher Infizierten, solchen mit sicher Nicht-Infizierten und solchen, die dann isolationspflichtig oder überwachungspflichtig sind, unterschieden hat und dadurch letztendlich drei unterschiedliche getrennte Behandlungsbereiche geschaffen hat. Das hat die Kapazitäten schon mal reduziert. In der Psychiatrie kommt noch dazu, dass man zwischen geschützt, geschlossen, also hinter verschlossener Tür und offen zu führenden Patienten unterscheiden muss. Und da muss man diese Zonen sehr sauber einhalten, insbesondere wenn wir auch Menschen gegen ihren Willen vorübergehend behandeln wollen. Dann haben wir sehr schnell die Situation, dass wir mindestens sechs getrennte Bereiche in einem Krankenhaus vorhalten müssen. Wenn sich vergegenwärtigen, dass viele Kliniken weniger als sechs Stationen überall haben, dann ergibt sich ein schwerwiegender Versorgungsengpass, der auch mit erklärt, dass wir eben langfristig auch flächendeckend diese markante Minderversorgung bei psychiatrischen Patienten in Deutschland dann beobachten konnten, die Frau Adoyan kürzlich auch publiziert hat. Verstärkt dadurch, dass wir in der Psychiatrie auch insbesondere mit Patienten außerhalb des Krankenhauses aktiv arbeiten wollen, in Tageskliniken, im häuslichen Umfeld. Dadurch, dass der Patient dann morgens kommt und nachmittags nach Hause geht, ist das natürlich für Schnelltestungen ein Horrorszenario für den Hygieniker. Das heißt, die Versorgung wurde massiv beeinträchtigt, insbesondere auch wenn man bedenkt, dass Patienten teilweise sehr lange in der Psychiatrie sind, bis zu zwölf Wochen. Wenn sie dann am Wochenende nicht mehr nach Hause kommen, dann schafft das ganz andere Isolationseffekte, die uns beeinträchtigen. Auf der anderen Seite haben wir in der psychiatrischen Versorgung einen Shift hin zur Teletherapie gesehen, dass was früher unmöglich galt, wurde immer mehr möglich, dass wir über Video mit unseren Patienten in Kontakt getreten sind. Und in dem Kontext fand ich diesen Artikel, der jetzt ganz frisch auch im Lernsitz Psychiatrie erschienen ist, ganz hilfreich, in der Kollegen aus Nigeria sich einfach mal den Effekt von Covid auf die psychische Gesundheitsversorgung weltweit angeschaut haben. Und die Kollegen haben halt gesagt, das ist dort, wo in den Low- und Middle-Income-Ländern klassischerweise eine Unterversorgung ist, nämlich im Bereich der hochspezialisierten psychiatrischen Krankenhäuser, dass es natürlich dort diese Probleme gibt, wie ich sie eben geschildert habe. Das ist aber klassischerweise in diesen Ländern außerhalb diesen spezialisierten Versorgungsangeboten eben über Community Health oder über aufsuchende Teams, aber insbesondere über den großen Bereich der dezentralen Versorgung, digitalen Versorgung, über Chatbots, das heißt, das sind Computerprogramme, die screenen einfach in sozialen Medien, wer gerade zum Beispiel soziale Gedanken entwickelt, über Kontaktaufnahmen per Telefon, über Social-Media-Kontakte oder über Helplines, zum Beispiel, dass man einfach eine SMS schreiben kann. Diese Dienste, die klassischerweise genau in den Ländern besonders gut schon ausgebildet sind, wo eben die hochspezialisierte psychiatrische Versorgung nicht vorzuhalten war, die erleben letzten Endes jetzt auch ein gewisses Aufholen und wir sehen uns jetzt in der Situation, dass wir zwischenzeitlich in Deutschland halt auch ein sehr großes, eine sehr große Nachfrage hatten, die wir gar nicht mit unseren etablierten Strukturen bedienen konnten und wir kommen dadurch zunehmend auch dazu, diese neuen digitalen Versorgungsmethoden anzuwenden, um einer größeren Zahl von Patienten kurzfristig auch unsere Hilfe zukommen zu lassen. Also insofern bewegen wir uns da auch im globalen Vergleich in eine interessante Richtung. Was aber nicht zu verachten ist, dass es eben neben diesen psychosozialen oder digitalen auch veritable biologische Aspekte gibt. Zum einen ist es so, wenn jemand mit einer Covid-19-Erkrankung diastiziert wurde, dann kommt das natürlich zu einem Anstieg der psychiatrischen Diagnosen in der Folge. Die Hazard-Racers sind für viele psychiatrische Erkrankungen deutlich erhöht und das ist hinreichend gut belegt. Wichtig ist auch, dass eine psychiatrische Erkrankung im Vorfeld wiederum prädiktiv ist für eine höhere Inzidenz von Covid-19. Da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Dadurch, dass diese Daten aus den USA stammt, sind sie vielleicht nicht so gut auf Deutschland übertragbar, aber doch durchaus mal bedenkenswert. Aber ganz wichtig sind eben auch die Long-Covid-Verläufe, die im Nachgang einer Covid-Erkrankung, sei sie nun schwer oder nicht so schwer ausgeprägt, dann zu einer neurologischen oder psychiatrischen Erkrankung führen. Und das Wichtigste ist, das sind also sehr häufig auch neue Diagnosen, die da festgestellt wurden. Was hier interessant ist, ist, dass man üblicherweise natürlich bei Patienten mit oder ohne eine Hospitalisation unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten findet, insbesondere im internistischen Bereich, insbesondere bei der Depression, bei den affektiven Störungen ist das aber nicht so. Das heißt, es scheint fast egal zu sein, ob der Patient nun hospitalisiert werden musste mit seiner Covid-Erkrankung oder eben nicht hospitalisiert. Und das spricht sicher unter anderem auch dafür, dass psychosoziale Aspekte besonders wichtig sind. Es hat aber mitunter auch damit zu tun, dass wir vielleicht gerade bei den affektiven Erkrankungen entzündliche Subgruppen, die wir bislang auch schon kannten, vorfinden, die dann mitunter auch im Sinne einer somatischen oder inflammatorischen Erkrankung im Rahmen eines psychiatrischen Krankheitsgeschehens vermehrt neu auftreten. Das ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld, bei dem eben auch psychosoziale und biologische Aspekte direkt zusammenkommen. Ein finaler Aspekt, der häufig diskutiert wird, ist das vermeintliche Mehrauftreten von Suizidalität. Hier habe ich Ihnen mal einen Sun-Artikel mitgebracht, der das besagt, der einfach mal eine Verdopplung der Suizidraten vermutet. Das hat dann auch ein entsprechendes mediales Echo erfahren, insbesondere in den sozialen Medien. Das ist ein Befund, der sehr beunruhigt, dem sich dann auch die Suizidforscher zugewandt haben. Hier die Suizidforscher aus Jena zum Ende kommen, die das zumindest für unsere Kliniken, auch für das Land Thüringen, so nicht finden konnten. Wir haben dann mal die Kollegen in Australien gefragt, auch dort kein Anstieg in den Zahlen zu beobachten. Wir haben natürlich für das Jahr 2020 noch keine abschließenden Zahlen vorliegen. Deswegen auch jetzt ganz neu, Herr Geron aus Jena, der das mal jetzt für Frankreich, für das ganze Land verglichen hat, sieht sogar hier ein Abfall der Suizidzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Sodass wir sagen, aktuell gibt es für diese bedrohlichen Medienberichte aus unserer Sicht keinen Hinweis, die das nahelegen. Aber, und auch das hat Geron gezeigt, es gibt durchaus einzelne Altersgruppen, bei denen es eben nicht zu einem Abfall, sondern trotzdem noch zu einem Anstieg im höheren Alter der Suizidhospitalisierung kommt. Die müssen wir also trotz alledem genauer am Auge behalten. Und damit möchte ich dann auch schon zum Ende kommen. Was genauso wichtig ist, wir sollten nicht vergessen, dass wir erst ganz am Anfang sind. Und das ist eine Arbeit von psychiatrischen Kollegen aus Taiwan, die nochmal ganz wichtig daran erinnern, dass man in dem Bereich mit unter noch gar nicht so viele Unterschiede sieht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt mal auf die SARS-Epidemie dort bezogen sich die Verläufe anschaut, wann das Ansteigen psychiatrischer Erkrankungen in der Folge einer Erkrankung gegenüber solchen Patienten, die nicht erkrankt sind, am stärksten antritt, dann erinnern uns die Kollegen daran, dass es zum Teil Jahre dauert, bis wir diese signifikanten Effekte in der Bevölkerung auch wirklich sehen können, sodass wir hier mitunter noch etwas zurückhaltend sein sollten, um jetzt eine sichere Prognose abzugeben. Mit diesem kurzen Überblick möchte ich dann auch schon zum Ende kommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, dankeschön, Herr Walter. Ich habe mal eine grundsätzliche Frage, dass psychologische Hilfe notwendig ist. Ich glaube, das haben wir auch vorhin in den Beispielen der Menschen gehört, die uns von ihrem eigenen Schicksal berichtet haben. Ja, ab wo und wann kommen Sie denn überhaupt ins Spiel? Sie haben an einer Stelle mal gesagt, naja, wir brauchen auch genügend Personal. Diese Bemerkung ist bei mir natürlich auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Also wo kommen Sie überhaupt ins Spiel? Wir kommen ins Spiel zum Beispiel in der akuten Pandemie im Rahmen von Kriseninterventionsteams, wo wir uns dann auch konkret bereits in diesen akuten Wellen auf den internistischen oder anästhesiologischen Stationen anbieten, um akute Anpassungsstörungen zu behandeln. Wir kommen aber auch in den Post-Covid-Ambulanzen, wie Andreas Steinbach sie heute wahrscheinlich schon ausführlicher vorgestellt hat ins Spiel, wenn wir dort als multiprofessionelle Partner eben konkret sagen, das ist eine veritable Depression infolge einer Long-Covid-Erkrankung, bei der zum Beispiel allein der Antrieb zu physischer Belastung vermindert ist. Und das ist dann auch etwas für den Psychiater gegenüber einer anders gearteten Fatigue, bei der der Antrieb für sich nicht behindert ist, aber in der Folge es dann zu diesem Post-Exercise-Malaise-Symptom kommt. Also da kann der Psychiater auch bei den Symptomen, die erstmal nach Fatigue riechen und das sicher auch teilweise sind, sehr viel fachkundige Detailarbeit leisten, möglichst früh bei der Unterscheidung der Post-Covid-Versorgung. Professor Friedemann-Paul ist inzwischen auch bei uns. Zwischendurch waren Sie mal kurz verloren gegangen. Darauf freuen wir uns natürlich. Auch ein Neurologe von der Charité und er wird uns nochmal über das postinfektiöse Fatigue-Syndrom informieren. Sie haben das Wort. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Bitte schön. Ja, vielen Dank und sorry, ich hatte offensichtlich eine falsche Zeitangabe, was den Beginn meines Vortrages angeht oder das Programm ist kreuzfristig geändert worden. Bitte ich um Verzeihung. Ich bin jedenfalls jetzt da und versuche da mal bei einem Bildschirm zu teilen. Sehr schön. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Ist das zu sehen? Alles gut, wunderbar. Dankeschön. Okay, gut. Ja, ich trage hier vor, auch im Namen von und stellvertretend für Carmen Scheibenbogen, die da eigentlich viel kompetenter ist als ich und die jetzt, weil sie im Urlaub ist, heute den Vortrag nicht halten kann. Das ist aber ein gemeinsames Projekt, was wir jetzt seit mehreren Monaten auf den Weg gebracht haben. Und vielleicht mal als Einstieg. Hier sind ganz viele Menschen, die im weitesten Sinne mit Long-Covid zu tun haben und die hier auch auf dieser Bildertafel ihre Not kundtun. Und es wird ein großes Problem auf uns zurollen, auch gerade jetzt mit der Welle von Covid-Infektionen über den Jahreswechsel und bis in das Frühjahr hinein, wo wir ja mit rechnen müssen, dass mit einem Zeitverzug von drei bis sechs Monaten in erheblichem Umfang eben Patientinnen und Patienten mit Long- und Post-Covid zu uns kommen werden, die über erhebliche Symptome klagen. Und wenn man sich jetzt mal eine Arbeit anschaut, die das mal aufgetragen hat, dann sehen Sie hier oben links, dass über 80 Prozent der Patienten, die von Covid genesen sind oder wo man sagt, sie seien genesen, wenigstens eines von vielen möglichen Symptomen haben. Und Sie sehen auch, dass hier oben die Fatigue mit 58 Prozent ganz weit vorne steht. Und das ist in der Tat dann das führende Symptom neben einigen anderen, was dann auch die Patientinnen und Patienten zu Kamen Scheibenbogen oder auch zu uns in die Neurohemiologische Hochschulambulanz an, die Charité führt. Bislang kennen wir die genaue Pathogenese dieser Fatigue nach Covid noch nicht. Es gibt da verschiedene Dinge, die diskutiert, auch intensiv beforscht werden. Wahrscheinlich spielt eine endotheliale Dysfunktion eine Rolle, auch eine Störung des autonomen Nervensystems, auch eine überschließende Immunreaktion, die es bei Covid ja auch sonst gibt und möglicherweise auch eine persistierende Inflammation im zentralen Nervensystem, die durch die initiale Auseinandersetzung mit dem Virus möglicherweise getriggert worden ist. Wenn wir uns zu der Prävalenz mal ein paar Zahlen anschauen, zum sogenannten postviralen chronischen Fatigue-Syndrom, da muss man dazu sagen, das ist ja kein neues Problem. Es gibt auch nach vielen anderen Virusinfektionen, nach EBV, Dengue-Fieber, auch nach dem banalen in Anführungsstrichen Grippevirus mit einem gewissen Prozentsatz Fatigue-Syndrome, die allerdings häufig dann zum Glück auch abklingen über die Zeit. Die genaue Prävalenz hier von Chronic-Fatigue-Syndrom nach SARS-CoV-2 kennen wir noch nicht. Das wird gerade intensiv beforscht. Was haben wir jetzt gemacht unter Unterleitung im Wesentlichen jetzt auch von Carmen Scheibenbogen? Wir haben klinische und paraklinische Daten zusammengetragen von Patienten und haben geschaut, ob die auch die Kriterien für das Chronic-Fatigue-Syndrom, die ja schon länger bekannt sind, oder myalgische Encephalomyelitis, ME abgekürzt, erfüllen. Wir haben dann Patienten gesehen, die auch sechs Monate nach Covid-19 anhaltende Symptome hatten. Und hier war eben sehr interessant, dass das überwiegend milde oder moderate Covid-Verläufe waren. Ganz viele Menschen, die, ich sage mal, nur im positiven PCR-Test zu Hause gesessen haben und sonst praktisch keine weiteren Symptome hatten. An Leitsymptomen haben wir eben Fatigue gesehen, Schmerzen, kognitive Einschränkung, Belastungsintoleranz und wollten eben dezidiert Patienten ausschließen, die schon vorbestehende neurologische oder kardiopulmonale Morbidität hatten. Auch wir wollten keine Patienten sehen, die einen schweren Verlauf hatten mit Sauerstoffbehandlung, oder die vor Covid-19 schon über Fatigue geklagt haben, aus welchem Grund auch immer. Und wir haben jetzt, das ist schon ein halbes Jahr alt, aber die Auswertung ist erst über diese Kohorte gemacht. Wir haben mindestens doppelt so viele Patienten seitdem rekrutiert hierfür. Dann ist von diesen 42 Patienten etwa die Hälfte, dass sie auch diese Canadian Consensus Criteria für das Chronic Fatigue-Syndrom erfüllen. Wie gesagt, das gibt es schon länger, dieses Konstrukt des Chronic Fatigue-Syndroms, wo auch die sogenannte PEM, Post-Exertional Malaise, also Belastungsintoleranz, über 14 Stunden eine Rolle spielt. Und ein anderer Teil der Patienten hatte einfach Fatigue, hat aber eben diese Kriterien nicht erfüllt. Und hier sind die Symptome, die von diesen Patientinnen und Patienten beklagt wurden. Und da sehen Sie jetzt in beiden Gruppen, sowohl die, die hier rechts zu sehen sind, das sind die, die auch die Chronic Fatigue-Syndrom-Kriterien erfüllt haben, als auch die hier links, die Fatigue hatten, aber eben nicht die CFS-Kriterien erfüllten. Das Fatigue hier ganz oben steht, praktisch 100 Prozent. Gut, das war ja auch unser Einschusskriterium, aber dass hier auch andere Dinge, die erheblich zum Beispiel die Alltagstauglichkeit beeinträchtigen, wie Konzentrationsstörungen, Stressintoleranz und so weiter, in großem Prozentsatz aufgetreten sind. Und wir haben dann diese beiden Gruppen auch verglichen und haben dann gesehen, dass die Patienten hier links, die diese Fatigue-Kriterien, die CFS-Kriterien erfüllen, auch höhere Werte im sogenannten Schalder-Score hatten. Das ist ein gängiger Fatigue-Score, der üblicherweise im Rahmen der CFS-Abklärung ausgefüllt wird. Und wir haben gesehen, das ist das entscheidende Kriterium ja auch, das sagte ich eben, dass die hier links, die Gruppe, die Patientinnen und Patienten, die auch diese CFS-Kriterien erfüllen, tatsächlich sehr viel häufiger diese, oder sehr viel stärker diese Post-Exertional Malaise hatten, oder PEM abgekürzt. Das sieht man hier, da ist dieses Zeitkriterium bei 14 Stunden, was mal so festgelegt wurde, wie sinnhaft das ist, kann man diskutieren. Aber da sieht man eben, dass von den Patienten, die diese CFS-Kriterien erfüllten, sich hier rechts von der roten Linie ganz viele eben doch mit höheren Stundenzahlen für die Post-Exertional Malaise diagnostizieren lassen. Was auch ein typisches Zeichen ist, ist eine verminderte Handgriffskraft. Das kann man sehr schön messen mit so einem Manometer oder so einer Griffkraftprüfung hier. Und auch da sieht man jetzt eben hier in den Analysen, dass das eben bei den Patientinnen und Patienten mit CFS-erfüllten Kriterien stärker ausgeprägt ist. Wobei auch die, die das formal nicht erfüllt haben, einfach so über Vertiegt klagt und haben eben eine Verminderung, teilweise zumindest auch der Griffkraft. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, da muss man sagen, so ganz ist syndromal bisher dieses Krankheitsbild von Post-Covid-Fatig noch nicht verstanden. Man kann aber schon sagen, es gibt einen nicht ganz kleinen Prozentsatz, mutmaßlich von Patientinnen und Patienten nach vor allem mildem Covid. Und das sind üblicherweise jüngere Frauen. Hier steht es auch mit einem medianen Alter, jetzt in dieser Kohorte von unter 40 Jahren gewesen, sehr deutliche Frauenwendigkeit, die trotz dieser milden Covid-Erkrankung mit Fatigue, Belastungsintoleranz, kognitiven Störungen und Schmerzen zur Vorstellung kommen. Und wo wir jetzt versuchen, durch weitere pathophysiologische Untersuchungen zu verstehen, was eigentlich pathomechanistisch dahintersteht. Und wenn man sich jetzt diese Folie hier anschaut, dann kann man vielleicht fast ein bisschen Angst kriegen. Das ist ja sehr plakativ. Aber die Frage ist jetzt schon am Ende von den ganzen vielen Millionen Menschen, die über die Zeit dann auch zumindest mal einen positiven Covid-Test gehabt haben werden, wie viel werden davon am Ende vielleicht irgendwelche Long-Term-Folgen haben, also plus sechs Monate nach der Erkrankung. Selbst wenn das am Ende nur ein Prozent oder 0,5 Prozent sind, werden wir viele Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausende von Menschen haben, die mit solchen Problemen dann durch die Gegend laufen. Das heißt, da wird auch sozialmedizinisch, auch was die berufliche Integration angeht, doch nochmal einiges an Herausforderungen auf natürlich den Einzelnen, aber auch die Gesellschaft dann zukommen. Und vielleicht noch ganz kurz am Schluss zu dem ECFS. ECFS, wie gesagt, das ist ein Konstrukt, was da seit vielen Jahren schon besteht, myalgische Encephalomyelitis, Chronic Fatigue-Syndrom. Das ist leider bei vielen ärztlichen Kollegen nicht gut bekannt. Es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Ganz viele dieser Betroffenen werden als psychiatrische oder psychosomatisch abgetan und tingeln dann eben von Arzt zu Arzt, ohne dass sie eine Diagnose und auch eine entsprechende adäquate Therapie finden. Und es gab hier auch im EU-Parlament mal vor zwei Jahren so eine Petition, wo hier eine Betroffene, das sieht man hier auf dem Pressefoto, aufgetreten ist, in der Liegenposition, weil sie gar nicht die Kraft hat, aufzustehen oder auch zu laufen. Und da ist tatsächlich jetzt Carmen Scheibenbogen auch mit dem Fatigue-Zentrum eines der wenigen Anlaufstellen auch weit über die Charité hinaus. Und wir hoffen sehr, dass die CFS im Kontext von Covid jetzt auch mehr Dynamik in die Forschung bringt und auch dazu führen wird, dass es mehr Forschungsmittel gibt, um die Pathophysiologie dieser Erkrankung besser zu verstehen. Und hier ist es nochmal dargestellt. Das Problem ist hier eben, dass das in ganz vielen Fällen chronisch ist, nur in einem kleinen Prozentsatz kommt es zu einer Besserung. Und sehr viele dieser Erkrankten sind dann auf die Dauer auch nicht arbeitsfähig. Und obwohl es ein eigenes ICD, ein eigener ICD-Code hier mit der G93-3 ist, nach wie vor gehört das zu den Erkrankungen, die bislang pathophysiologisch kaum verstanden sind. Hier ist es nochmal dargestellt, welche Organsysteme betroffen sind. Das sind im Prinzip alle mit einem sehr, sehr bunten Strauß an Symptomen, wenn man so möchte. Bei manchen stehen eben diese Kreislaufprobleme im Vordergrund. Bei anderen sind es eher neurologische Symptome wie kognitive Störung, Konzentrationsstörung, teilweise auch Schlafstörung oder Muskelfatigue meistens vorhanden. Manche sind aber auch primär mit dem Reizdarmsyndrom auffällig. Also wichtig ist überhaupt erstmal natürlich andere Erkrankungen auszuschließen, dann auch zu einer Diagnose zu kommen, dass man am Ende sagen kann, jetzt haben Sie vielleicht ein ME-CFS, wir können Ihnen therapeutisch so viel nicht anbieten. Das ist ganz entscheidend, die Disregulation des autonomen Nervensystems. Wie gesagt, viele Patienten berichten über Frieren, Schwitzen, Dyspnoe, auch das Reizdarmsyndrom sehr häufig. Orthostatische Disregulation auch ganz charakteristisch. Und wichtig ist eben, das auch im Symptomkontext zu sehen und auch die gesamte Zahl der Symptome hinterher unter einem Krankheitsbild auch zu subsumieren. Und das verlangt einfach eine gewisse Erfahrung mit diesem Krankheitsbild. Sonst laufen die Leute weiter durch die Gegend, sehen viele Ärzte und bekommen eben keine klare Diagnose. Und dafür möchte eben Kamen Scheibenbogen, möchten wir alle an der Charité, das sind auch viele andere Kolleginnen und Kollegen beteiligt, aus der Schlafmedizin, aus der Kardiologie, aus der Pulmonologie, Immunologie, die Neurologie, ein Angebot machen, um dieses chronische Fatigue-Syndrom besser zu verstehen, besser zu erforschen. Und tatsächlich sind wir auch kurz davor, jetzt eine erste Therapiestudie zur Behandlung von Fatigue post-Covid auf den Weg zu bringen und hoffe, dass wir die im Herbst dann auch starten können. Und damit würde ich erstmal hier schließen an der Stelle und an Jörg Claudia zurückgeben. Richtig? Oder an wen, Herrn Zurheide? Ja, an mich. Danke, danke schön, Herr Paul. Ich meine, am Ende kommt dann die allerschwierigste Frage, weil Sie haben viele Fragen aufgeworfen. Wann können wir denn erwarten, dass sich da irgendetwas tut und dass man vielleicht mehr Sicherheit bekommt? Also es laufen im Moment mit Hochdruck pathophysiologische Forschungen, wo unter anderem wir zum Beispiel schauen, ob die Hirndurchblutung verändert ist mit einer bestimmten Technik. Die nennt sich ASL, Arterial Spin Labeling. Da kann man eben schauen, ob die cerebrale Perfusion gestört ist. Das kann man dann auch mit eben zum Beispiel der Schwere der Fatigue in Beziehung setzen. Das tun wir parallel auf immunologische Untersuchungen, wo wir schauen, ob bestimmte Autoantikörper zum Beispiel gegen Adrenoszeptoren auftreten. Das ist eine Hypothese, die kam im Scheibenbogen seit langem schon verfolgt. Wir schauen danach, ob T-Zell-Antworten verändert sind. Also es läuft eine ganze Menge an Forschung gerade. Ich denke, ein halbes bis ein Jahr werden wir brauchen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Die Therapiestudie, die jetzt geplant ist, soll im Herbst laufen und wird dann hoffentlich bis Frühjahr, spätestens Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein. Dann bedanke ich mich jetzt schon und dann setzen und hoffen wir darauf, dass es den Menschen hilft und dass es Linderung bringt. Frau Spieß, Sie sind wieder dran. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Vortragenden. Das ist Frau Dr. Töne Otto aus der Uni Leipzig. Sie ist leidende Neuropsychologin dort vor Ort. Sie ist dort in der kognitiven Neurologie und sie wird uns über neurokognitive Langzeitfolgen berichten. Vielen herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren dieses spannenden Forums. Wir haben schon sehr viele interessante Dinge heute gehört und ich freue mich jetzt, die vor allen Dingen medizinischen Aspekte nochmal um die neuropsychologischen etwas ergänzen zu dürfen. Es geht also jetzt um die neurokognitiven Langzeitfolgen. Was ist damit überhaupt gemeint? Die Patienten beschreiben diesen Zustand gerne wie Nebel im Kopf oder wie Watte im Kopf. Sie haben das Gefühl, sich nicht richtig konzentrieren zu können. Gerade waren Gedanken noch da und ehe sie ihn auch nur zu Papier bringen konnten, ist er weg. Sie beschreiben eine hohe Störanfälligkeit, eine eingeschränkte Flexibilität, aber eben auch eine Vergesslichkeit im Alltag. Und das, was es für die Patienten oft schwer zu verstehen macht, ist, dass es auch sehr wechselnd ist über verschiedene Tage. Es gibt Tage, da geht es eigentlich gut und an anderen Tagen haben sie das Gefühl, sie bekommen gar nichts zustande. Und was wir eben heute auch schon gehört haben, es sind, was die Covid-19-Patienten angeht, oft Patienten, wo das nach einem leichten oder mittelschweren Verlauf auftritt und vor allen Dingen, es tritt oft auch verzögert auf, wenn die Patienten eigentlich meinen, dass sie die Erkrankung schon gut überstanden haben und dann kommt nochmal so ein Einbruch und plötzlich haben sie das Gefühl, es geht gar nichts mehr. Und was die Behandlung und das Verständnis der Erkrankung auch schwer macht, ist, dass wenn sie dann sich untersuchen lassen und man ein MRT macht, findet man häufig nichts. Also sie haben das Gefühl, es ist eine Erkrankung des Gehirns. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren, aber das MRT ist unauffällig. Und man meint dann auch, das Gehirn sei gesund. Dass das aber nicht der Fall ist, das zeigen jetzt erste Studien, die eben mit einer anderen Methode, dem sogenannten FDG-PET, zeigen, dass die Hirnfunktion, also die Arbeit des Gehirns doch sich verändert hat bei Patienten, die solche neurokognitiven Störungen zeigen. Wir haben in den verschiedenen Vorträgen schon eigentlich die wesentlichen Punkte gehört, warum es im Rahmen von Nasepsis oder eben auch im Rahmen von Covid-19 zu einer möglichen Hirnschädigung kommen kann. Das eine ist, dass eben diese Entzündungsprozesse, die immunologischen Prozesse direkt auch das Gehirn betreffen. Und gerade auch diese akuten Symptome, die beschrieben wurden, die Verwirrtheit, die Orientierungsstörung zeigen, das Gehirn ist betroffen. Darüber hinaus kann es eben auch zu vaskulären Auswirkungen kommen, bis hin zum Schlaganfall. Wir haben gerade auch nochmal gehört, dass es gerade im Rahmen der intensivmedizinischen Versorgung auch zu einer Sauerstoffunterversorgung, der sogenannten Hypoxie, kommen kann, die sich auch im Gehirn niederschlagen kann, auch langfristig niederschlagen kann und gar nicht so selten, auch ohne, dass wir einen MRT-Befund haben. Und schließlich die Folgen der intensivmedizinischen Behandlung oder, das muss man vielleicht auch sagen, eben auch der Nichtbehandlung. Wir haben gerade schon gehört, wie wichtig die Frühmobilisation ist oder eben gerade im Fall von Nasepsis auch, dass die Behandlung möglicherweise verzögert erst einsetzt. Alles das kann dazu führen, dass das Gehirn nachhaltig beschädigt wird. Und diese Hirnfunktionsstörung, die führt letztlich zu dem, was wir jetzt gerade an Störungen auch beschrieben bekommen haben. Das sind die kognitiven Störungen, das ist die Fatigue und das sind die psychischen Störungen, die sich als Depression oder Angst bemerkbar machen können. Und auch das ist mir noch mal ganz wichtig. Natürlich gibt es auch die psychischen Reaktionen, aber auch diese Veränderungen im Gehirn können Depressionen machen. Und das kennen wir auch von anderen, gerade entzündlichen Erkrankungen, den Enzephalitin, die sich häufig als erstes in der Persönlichkeitsänderung oder bis hin zum Wahn zeigen können. Das sind Zeichen einer Hirnbeteiligung. Und diese Aspekte können unabhängig voneinander auftreten, aber natürlich bedingen sie sich auch gegenseitig. Also wenn wir die Fatigue-Patienten untersuchen, dann haben die oft gar nicht so schlechte kognitive Leistung. Es ist aber sehr davon abhängig, in welcher Verfassung sie sind. Und im Tagesverlauf kann das sich sehr unterscheiden. Und wie stark die Hirnfunktionsstörung ist, hängt natürlich vom individuellen Verlauf ab. Also ist es ein schwerer Verlauf, muss eine Intensivstation stattfinden oder oder. Und das wiederum hat natürlich auch was damit zu tun, in welcher Verfassung trifft die Erkrankung auf die Person. Also wie sind die prämorbiden Risikofaktoren? Da kennen wir alle aus der Presse Faktoren wie Diabetes und Adipositas, die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind. Aber eben auch die psychische Verfassung, in der die Patienten sich befinden, weil die wiederum auch einen Einfluss auf das Immunsystem hat, was dieser Erkrankung etwas entgegenzusetzen hat. Und diese psychischen Faktoren, die spielen darüber hinaus, aber eben auch im gesamten Verlauf eine Rolle. Wir haben gerade schon gehört, wie reagieren die Patienten auf die Infektion selber? Welche Rolle spielt die Isolation? Auch die Isolation auf der Intensivstation? Und das wiederum kann natürlich auch einen Einfluss auf das Gehirn und auf die gesamte Verarbeitung haben. Und Herr Paul hat es ja gerade schon gesagt, gerade die Fatigue-Patienten, da wird häufig dieses Psychische vor allen Dingen in den Vordergrund gestellt. Und es wird aber übersehen, dass dahinter einfach auch diese Hirnfunktionsstörung besteht. Was ist mit den Behandlungsmöglichkeiten? Wo stehen wir? Das Relevante ist, und auch das haben wir in Bezug auf die Frührehabilitation schon gehört, das gilt aber auch für die weitere Behandlung, dass es eine interdisziplinäre, multimodale Therapie braucht. Einerseits innerhalb der Medizin müssen verschiedene Disziplinen beteiligt sein, aber eben darüber hinaus auch unterschiedliche therapeutische Disziplinen. Wir hatten die Patientin, die vor allen Dingen über Sprachprobleme besprochen hat. Gar nicht so selten sind eben auch Veränderungen in der visuellen Wahrnehmung. Das muss nicht so weit gehen, wie wir es eben gehört haben, dass der Patient erblindet. Aber zum Beispiel eine erhöhte Blendempfindlichkeit ist gar nicht so selten. Ein Verschwommen sehen. Und hier kann man durchaus auch therapeutisch etwas tun. Wie sieht nun die neuropsychologische Therapie konkret der kognitiven Funktionen aus? Da muss man sagen, wir behandeln keine Erkrankung, sondern wir behandeln letztlich die Funktionsstörungen. Und ob jemand Aufmerksamkeitsstörungen nach einem Schlaganfall hat oder nach einer multiplen Sklerose oder eben nach einer Sepsis, ist für die eigentliche Therapie relativ unerheblich. Und für die Behandlung der kognitiven Störungen, da haben wir Leitlinien, und da gehört eben das kognitive Funktionstraining relevant dazu. Man kann natürlich sagen, wir haben das auch im Alltag, wenn wir zum Beispiel Gesellschaftsspiele spielen oder umso mehr bei den beruflichen Anforderungen, haben wir natürlich auch kognitives Training. Aber das ist natürlich oft nicht auf die gerade aktuelle Leistungsfähigkeit des Patienten abgestimmt. Das ist der Vorteil eines spezifischen Trainings, dass es eben adaptiv an die Funktionsstörungen angepasst werden kann. Und weitere wichtige Aspekte der Therapie sind das Strategietraining, dass wir mit den Patienten üben, zum Beispiel große Ziele in kleinere Ziele zu untergliedern, dass wir das sogenannte Pausenmanagement etablieren, schauen, welche Tätigkeiten brauchen, wie viel Energie und wie kann ich auch meine Pausen gestalten, um doch auch wieder mehr Kraft zu sammeln. Herr Paul hat gerade gesagt, es gibt keine Behandlung. Das ist sicherlich für das Ursächliche wichtig, aber wir haben durchaus eine Reihe von Ideen, wie wir Patienten mit einer Fatigue helfen können, eben doch zu mehr Lebensqualität zu gelangen. Wir können sie unterstützen, ihre Hilfsmittel konsequenter einzusetzen. Und schließlich sowas, was wir Achtsamkeit nennen, also das, was man tut, wirklich mit voller Aufmerksamkeit zu tun, das ist einerseits ein sehr gutes Aufmerksamkeitstraining, aber andererseits hilft eben so ein achtsamkeitsorientierter Ansatz, auch den Zustand zu akzeptieren und selber auch sich damit zu arrangieren. Das Interessante ist ja, dass einerseits die Patienten kommen und einem die Schwierigkeiten berichten und andererseits aber eben doch auch selber nicht richtig glauben können, was mit ihnen los ist. Und dazu gehört eben das, was Herr Köhler vorhin auch gesagt hat, die Patienten ernst nehmen und ihnen ein Störungsmodell vermitteln. Was ist eigentlich gerade mit mir los und warum ist das mit mir los? Und da sind wir bei der Frage, was brauchen wir in der Behandlung? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass eben diese neuropsychologischen Störungen, und damit meine ich sowohl die kognitiven Störungen als auch die Fatigue, als auch die psychischen Störungen, als Hirnfunktionsstörungen anzuerkennen, auch wenn die bildgebenden strukturellen Befunde nicht immer auffällig sind, damit eben die Patienten dann auch die entsprechende Behandlung überhaupt bekommen können. Also zum Teil müssen die Patienten damit ihren Versicherungen überhaupt erstmal kämpfen, um dann eben eine entsprechende Therapie zu bekommen. Und um das besser zu verstehen, brauchen wir eine interdisziplinäre Forschung, die gerade auch diese schwierigen Zusammenhänge zwischen psychischen Faktoren, zentralen Nervensystemen und immunologischen Zusammenhänge noch besser verstehen. Ich denke, wir haben multimodale therapeutische Strukturen. Wichtig ist, dass die diesen Patienten zugänglich gemacht werden. Um aber auf die besonderen Bedürfnisse der Patienten noch besser eingehen zu können, denke ich, braucht es spezialisierte interdisziplinäre Behandlungszentren. Und ich denke, die wachsen gerade durch die Long-Covid-Ambulanzen, wo eben auch sich verschiedene medizinische Bereiche zusammentun. Das sollte unbedingt noch ausgebaut werden. Und mein Eindruck ist, da findet im Moment vor allem Diagnostik und gar nicht so viel Therapie statt. Aber die Therapie muss natürlich ausgebaut werden. Und ich denke, grundsätzlich haben wir das im Gesundheitssystem verortet. Wir kennen die MS-Komplexbehandlung. Wir kennen die multimodale Schmerztherapie. Und ähnliche Strukturen sollten wir für Menschen mit Postinfektionssyndrom aufbauen. Und als Letztes, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, eben auch die sozialrechtliche Anerkennung. Auch das haben wir gehört. Die Patienten müssen einfach die üblichen Nachteilsausgleiche, die möglichen Teilhabemaßnahmen gewährt werden. Ich habe hier noch eine Reihe von Internetadressen. Ich denke, der Vortrag wird später im Netz stehen, sodass Sie da auch dann noch mal gucken können. Einerseits, wo Selbsthilfemöglichkeiten sind, aber auch, wie finde ich eben geeignete Therapeuten. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Vielen herzlichen Dank, Frau Töner-Otto, für den schönen Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn Sie Long-Covid und Situationen in Ihrer normalen Praxis vergleichen, wo Patienten Postinfektion zu Ihnen kommen. Wir sehen es zumindest auf den Intensivstationen, in der Post-Intensive-Care-Ambulanz. Da sehen wir ja deutliche Unterschiede, auch im Ausmaß der Störungen. Und zum anderen sehen wir natürlich auch Unterschiede, wenn man Harm Reduction überlegt. Das heißt, das Gehirn reagiert ja viel früher, bevor Sie die Patienten letztendlich dann hinterher sehen. Das heißt, wir haben ja Möglichkeiten, bestimmte Schäden zum Beispiel zu vermeiden. Zum Beispiel wissen wir das bei Delirien, wenn man die vermeiden, möglichst kurz und die Schwere begrenzen, dass wir dann hinterher auch weniger kognitive Störungen haben. Und viele der Dinge sind ja auch jadrogenbedingt durch zu lange Silierungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Also nicht nur Gefäße und Hypoxie und inflammationsbedingt, sondern schon auch jadrogenbedingt. Die Frage ist, wie können wir Patienten da besser schützen? Weil wir haben ja auch die Angehörigen, also die Patienten vorhin gehört, und auch wir hören oft Angehörige dazu, dass natürlich bestimmte Einschränkungen der Kompetenzen deutlich dann hinterher schwerwiegende Folgen auch für die Familien haben. Ja, ich denke, da ist vor allen Dingen auch Aufklärung und Schulung von den Menschen, die frühzeitig mit den Patienten auch zu tun haben, relevant. Also gerade, wenn Sie das Delir-Management ansprechen, die Tatsache, dass es überhaupt die Option gibt, auch nicht-pharmakologisch das Delir zu beeinflussen, dann heißt es immer, ja, da haben wir keine Zeit für. Aber ich denke, im Zweifelsfall muss man sich die Zeit eben auch nehmen. Also ich glaube, es braucht vor allen Dingen viel Aufklärung und dass es eben auch in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von den Menschen, die mit den Patienten zu tun haben, integriert wird. Also sowas Basales eben, dass man möglichst frühzeitig den Patienten auch wieder ein Hörgerät oder eine Brille zur Verfügung stellt, damit sie eben auch am Geschehen teilnehmen oder die Geräuschpulisse, die auf der Intensivstation auch besteht, die zu verändern. Also es sind oft so Kleinigkeiten, die aber einen großen Einfluss haben können. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würden wir die Fragen für nachher nochmal aufheben. Ich gehe weiter an Herrn Zurheide. Ja, dankeschön. Mit den Fragen, das fängt an, ein bisschen schwierig zu werden, weil wir fast schon Richtung Ende laufen. Aber vielleicht können wir die nachher im Chat behandeln. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir noch Dr. Wolfgang Sauter, Neurologe, Intensiv- und Sozialmediziner, also jemand, der über die Grenzen hinweg schaut, der Klinik Bavaria in Kreischer. Und wir freuen uns auf Sie genau über den Blick, den Sie eben über die jeweiligen Grenzen hinweg werfen können. Sie sind bei uns. Herzlich willkommen. Sie haben das Wort, bitteschön. Ja, dankeschön. Ich versuche mal, mein Bildschirm zu teilen. So. Es klappt. Gut, schön. Jetzt ist auch alles da. Ich wurde ja zur Muskel- und Nervenschwäche bei Sepsis und auch bei Covid. Möchte ich mir ein kleines bisschen dazu äußern. Bei Covid sind ja viele Intensivpatienten auch. Und die Muskel- und Nervenschwäche trifft ja insbesondere intensivmedizinische Patienten. Das Ganze ist kein neues Phänomen. Das gab es bereits 1892. hat es ja schon der Herr Osler in seinen Principles and Practice of Medicine beschrieben. Das Ganze hat dann einen Namen bekommen 1984 durch Herrn Bolten. Der hat eben beschrieben, es gibt eine kritische Illness-Polyneuropathie und es gibt eine kritische Illness-Polyneuropathie. Das ist wichtig auch für die Prognose, für die langfristige Unterscheidung. 2009 hat man dann sich zusammengesetzt an einem runden Tisch und hat das auf der Intensivstation erworbene Schwäche-Syndrom definiert. Jetzt muss man wissen, dass meistens weder die kritische Illness-Polyneuropathie, also die Nervenschwäche, noch die Muskelschwäche allein auftritt, sondern häufig zum Großteil 60 bis 70 Prozent gemeinsam. Die kritische Illness-Myopathie mit einer prinzipiell besseren Prognose ist häufiger als die kritische Illness-Polyneuropathie. Und wenn Sie jetzt hier so gucken, die Patienten sind auf der Intensivstation, die haben eine Muskelschwäche, das folgt für die unmittelbar mit einer deutlich längeren Beatmungsdauer auf der Intensivstation. Das Winning-Versagen ist größer, wenn die einmal von der Maschine weg sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie wieder hinkommen. Die Mortalität mit der kritischen Illness-Polyneuropathie ist höher. Sie haben häufiger im langfristigen Verlauf eine Behinderung. Und was vollkommen unklar ist, ist die Weiterversorgung. Wir sehen bei uns im Haus viele Patienten, die schaffen es eben nicht, wieder in die Häuslichkeit zurückzukommen, sondern benötigen insbesondere im höheren Lebensalter eine Weiterversorgung im Pflegeheim. Die Schwäche ist unterschiedlich ausgeprägt. Man kann sagen, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben alle eine Muskelatrophie, also die Muskelschwinden, so wie es die Frau Reishauer schon beschrieben haben. Je heftiger der Verlauf ist, desto größer ist der Muskelschwund. Auf der anderen Seite haben die aber auch Lähmungen, die treten vor allem seitengleich aus, sind bei der Muskel, bei der kritischen Illness-Myopathie eher am Körper und bei der kritischen Illness-Polyneuropathie eher körperfern. Die Muskeleigenreflexe sind erloschen, beziehungsweise abgeschwächt bei der Polyneuropathie, während sie bei der kritischen Illness-Myopathie meistens erhalten sind. Auch das sind dezente Hinweise, wo man dann für die Prognose sagen kann, der erhaut sich schneller, der erhaut sich langsamer. Was häufiger, bevor die Arme und Beine Betroffenen betroffen sind, ist die Atemmuskulatur. Und es kommt im Rahmen des Schwächersyndroms zu Schluckstörungen, die häufig nach der Beatmung noch bestehen und weiter bestehen. Was man aber wissen muss in der Differenzialdiagnose, es gibt Krankheitsbilder, die sehen komplett ähnlich aus, aber die Gesichtsmuskulatur und die Augenmuskulatur ist in der Regel immer nicht betroffen. Zur Unterscheidung bei der ZIP haben Sie Sensibilitätsstörungen noch, wieder zu Schmerzen, ziehende Schmerzen, brennende Schmerzen. Und Sie haben autonome Störungen, ähnlich wie sie vorher schon beschrieben wurden beim Fatigue-Syndrom, also Durchfälle, Kreislaufstörungen, Blutdruck- und Temperaturregulationsstörungen. Tja, es gibt Risikofaktoren, die gibt es auf der ITS. Wenn Sie jetzt den Patienten eingucken, der ist beatmet, der hat eine Dialyse, der hat hier verschiedene Infusionen, Medikamente. Und wenn diese drei Punkte zusammenkommen, können Sie sagen, nach zwei Wochen leiden alle Patienten auf der Intensivstation an einer kritischen Illness-Myopathie, also an einer muskulären, oder eine durch die Nerven bedingte Schwäche. Frauen haben grundsätzlich ein höheres Risiko, eine weitere Rolle spielt die Anzahl der Vorerkrankungen und Übergewicht, sehen Sie auch in diesem Patienten. Aber was die Intensivmediziner beeinflussen können, ist der Blutzuckerspiegel, die Hyperglykämie ist ein Risiko, eine anfängliche künstliche Ernährung und dann verschiedene Medikamente, wie Corticosteroide, die ja auch bei Covid eingesetzt werden, oder Antibiotika, Aminoglycoside oder Medikamente für den Kreislauf wieder hochzubringen. Das alles, der ganze Effekt, führt zu mikrovaskulären Veränderungen, die die Sauerstoffversorgung von Nervenmuskeln beeinflussen, zu Stoffwechselveränderungen in den einzelnen Zellen, zu elektrischen Veränderungen und es gibt ein bioenergetisches Versagen in den Muskeln, was das Ganze auslöst. Man kann im Prinzip das Ganze versuchen zu bremsen, dass es nicht so ausgeprägt ist, durch eine rasche und zügige Behandlung der Sepsis. Hit hard and early. Eine optimale Blutzuckereinstellung, eine rasche Entwöhnung von der Beatmung, schon frühzeitige Zidierungspausen einlegen, Medikamente vermeiden, parenterale Ernährung, also mit der Ernährung durch den Daumen, frühzeitig beginnen zu früh und dann die ganzen rehabilitativen Maßnahmen. Physiotherapie, Ergotherapie, Elektrotherapie, die frühe Rehabilitation hat die Frau Reishauer schon vorher beschrieben, aber die muss natürlich weitergehen. Der Verlauf insgesamt ist abhängig von dem Ausprägen der anfänglichen Erkrankung. Also wir sehen bei uns in der Einrichtung, die auch eine Intensivstation hat, Patienten, die sind gewöhnt, die sind komplett pflegisch. Die können weder den Arm, noch den Bein, noch den Fuß bewegen. Es gibt andere Patienten, die können alle vier Extremitäten bewegen, haben aber noch nicht die volle Kraft. Das läuft alles unter Muskelschwäche. Die, die schwer betroffen sind, brauchen deutlich länger, um sich zu erholen. Bei den Muskelerkrankungen, so nach sechs Monaten schnell erholt, die kritische Illness-Polyneuropathie dauert viel länger. Nach einem Jahr sind zum Teil noch 50 bis 60 Prozent der Patienten mit Defiziten. Es gibt auch Arbeiten, die zeigen, dass nach acht Jahren noch Ausfälle vorhanden sind. Das liegt daran, dass ein Nerv erholt sich sehr langsam. Der wächst mit einem Millimeter pro Jahr. Und was man sehen muss, bei der Muskelschwäche ist eben die Sterblichkeit deutlich höher. Verglichen mit anderen Intensivpatienten ist die nach einem Jahr immer noch 14 Prozent höher. Das war so ein gewisser kurzer Abriss dazu. Was ich jetzt noch mal so aus neurologischer Sicht sagen möchte zu den Covid-Patienten. Die haben die gleichen Probleme, was die Muskelschwäche angeht. Was wir häufiger sehen in der Klinik, sind Lagerungsschäden. Wie sie vorher Herr Huber schon beschrieben hat, mit seinem Fuß, den er nicht bewegen kann. Wir sehen es jetzt auch häufiger bei Schäden an den Armen, dass die Patienten die Nervengeflechte, die die Arme versorgen, überdehnt bekommen durch die Lagerung. Und dass da eine Kraftdifferenz zwischen oberer Extremität und unterer Extremität ist. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, auch ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Wir haben jetzt ganz wenig, noch zwei, drei Minuten in diesem Chat, die wollen wir vielleicht nutzen. Deshalb frage ich mal den Kollegen Daniel Brücker, gibt es dann schon Fragen und vielleicht, Frau Spieß, suchen Sie sich eine aus und dann können wir mindestens eine noch mal in die Runde werfen. Der Brücker macht jetzt gerade das schon rein. Frau Spieß, schaffen Sie das ganz schnell, eine Sache rauszusuchen, eine kriegen wir noch unter. Ja, das können wir vielleicht dann nachher in der ganz großen Runde machen nach 18.30 Uhr. Also in der Postintensive, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung, das wird ja gescreent durchaus in der Postintensive Care Ambulanzen und da kann man natürlich Behandlungsangebote machen. Wichtig ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch bei beiden jetzt, dass man, wenn es chronifiziert, dann ist es natürlich immer schlechter zu behandeln, als wenn man es akut behandelt. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass alle Patienten Postintensivstationen oder auch nach einer Behandlung ein Angebot bekommen. Und das sollte möglichst schnell auch sein in den verschiedenen Bereichen, wo interdisziplinäre, multimodale Konzepte möglich sind. So wie das Herr Steinbach ja vorhin auch diskutiert hat, wie wir es hier auch in der Charité machen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass diese Angebote dann wirklich auch für die Angehörigen gegeben werden. Also je früher das behandelt wird, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es nicht chronifiziert. Frau Spieß, ganz herzlichen Dank dafür. Und damit kommen wir hier quasi in unsere letzte Runde innerhalb unseres Tages. Bevor wir dann nachher auf den Chat gehen, wir wollen jetzt eine Diskussion führen, der Weg von zu Infektions- und Sepsis-Folgen- spezifischen Reha-Konzepten. Und die Frage ist, was können wir aus dem Lernen, was wir hier die ganze Zeit gehört haben. Und das mache ich gemeinsam mit Professor Jürgen Graf, von dem ich auch mal hoffe, dass er jetzt hier bei uns ist. Herr Graf, sind Sie schon mit an Bord? Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich erst mal, dass Sie da sind. Herr Graf, bevor wir jetzt die ganzen Menschen fragen, fangen wir doch vielleicht mit Ihnen mal ganz kurz an. Ich meine, wenn Sie, ich will noch nicht sagen, das Fazit ziehen, aber wenn Sie sagen so, wo müsste sich was ändern? Weil dann könnten wir das vielleicht, indem wir im Wechsel die Menschen vorstellen, in einem kurzen Eingangsgespräch, wo Sie schon mal vorgeben, was sollte eigentlich als erstes passieren? Was wäre Ihnen ganz wichtig? Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Vielen Dank, Herr Zurheide. Sehr gerne mache ich den Aufschlag. Die Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere im Themenkomplex Sepsis und Betreuung nach der Krankenhausentlassung und Betreuung teilweise spezifischer, teilweise auch allgemeiner, Chronifizierung von schweren, kritischen Erkrankungen hat sich vor allem als ein Wissensthema herausgestellt, weil natürlich aus dem Krankenhaus von spezialisierten Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten entlassene Patienten dann in einen ambulanten Versorgungsbereich häufig entlassen werden, wo diese Kenntnisse unter Umständen in der Form, wie sie auch hier heute diskutiert worden sind, nicht vorhanden sind. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die die Weiterbetreuung übernehmen sollen, haben unter Umständen eine Wissenslücke und zwar nicht nur eine Wissenslücke hinsichtlich der Erkrankungen oder der Nachfolgestadien, die vorliegen, sondern auch der Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das Zweite ist, die Patientinnen und Patienten selbst. Wenn Sie andere Erkrankungen nehmen, von denen wir wissen, dass Sie nicht selten mit nachfolgenden Beschwerden auch länger andauernd einhergehen, nehmen wir Tumorerkrankungen, nehmen wir Schlaganfall oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gibt es in mittlerweile eine vergleichsweise gut aufgeklärte Gesellschaft und auch Laienwissen, dass da etwas ist und dass man sich wenden kann. Beides ist in der Sepsis in dieser Form nicht vorhanden. Das heißt, weder die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen kennen die Möglichkeiten und die Anlaufstellen, noch sind die Patientinnen und Patienten so informiert, dass sie gezielt danach fragen oder sich in spezifischen Gruppen Unterstützung suchen können. Das wären so die zwei Themenfelder, die ich wesentlich finde, sie heute mal auch in dem Kreis der Expertinnen und Experten zu diskutieren. Herzlichen Dank. Da würde ich jetzt gleich mit Frau Peria kurz anfangen und dann können Sie ja Frau Spieß übernehmen und dann wechseln wir beide uns ab. So in den kurzen Fragen der Menschen, die jetzt noch teilnehmen. Als erstes freue ich mich, dass Ines Peria, hoffe ich jedenfalls, zugeschaltet ist aus dem Gesundheitsministerium. Frau Peria, ich sehe Sie schon. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ja, wir haben es ja am Anfang schon gehört von einem Chef des Kanzleramtes, dass das offensichtlich in der Politik angekommen ist. Das hat auch mit Ihnen zu tun. So, Sepsis ist als Thema in den Fachkreisen angekommen. So, wie kriegen wir das jetzt, das ist ja immer der entscheidende Punkt, wie kriegen wir das jetzt in die Fläche? Das wäre so meine erste Frage an Sie. Ja, vielen Dank. Ich glaube, einen ganz wichtigen Schritt können wir gehen, indem wir tatsächlich jetzt das, was gerade angesprochen wurde, das Wissen erweitern, insbesondere in der Bevölkerung, aber auch in den verschiedenen Gesundheitsberufen. Und wir sind da sehr dankbar, weil es eben vier zentrale Akteure gibt, neben der Sepsis-Stiftung ja noch die Sepsis-Hilfe, dann das Aktionsbündnis Patientensicherheit und den Sepsis-Dialog in Greifswald, die sich ja schon zusammengeschlossen haben und ein Kampagnen-Setting miteinander gebildet haben. Und wir konnten jetzt das zum Glück aufgreifen und das eben auch jetzt fördern. Also zunächst für ein Jahr. Wir gehen aber davon aus, dass wir das auch verlängern werden, weil mir ist bewusst, dass man in einem Jahr jetzt nicht so weit sein wird, dass wir auch mit einer Aufklärungskampagne wirklich durchdringen. Denn es fehlt ja an ganz vielen Stellen. Also es fehlt an personellen Ressourcen, um eben auch bestimmte Netzwerke überhaupt weiterzubilden, so wie die Sepsis-Stiftung, die eben auch zum Beispiel die Rettungsdienste und Sanitätsdienste noch stärker mit einbinden und informieren wollen. Aber eben auch gerade, dass die Bevölkerung eben auch tatsächlich weiß, wie kann man denn Symptome erkennen, was wir heute schon gehört haben. Das ist also aus meiner Sicht im Moment das Zentralste. Da können wir jetzt vor allem finanziell unterstützen und wo ich eben auch unsere Rolle drin sehe und auch die Rolle unseres Referates. Und das hat sich natürlich verändert, weil das eben auch Herr Spahn im letzten Jahr entschieden hat. Also dieses Thema AMR, One Health und darunter ist natürlich die Sepsis zu fassen als die schlimmste Folge einer Infektion, hierfür ein eigenständiges Referat im BMG zu bilden, sodass wir natürlich auch andere Kapazitäten haben, um uns jetzt um dieses Thema weiter zu kümmern. Wir sehen uns als Ansprechpartner, die mit allen Akteuren da auch im Dialog sind und schauen werden, an welchen Stellschrauben da noch weiter gedreht werden muss. Vielen Dank. Sie haben ja im Frühjahr so eine erste Bestandsaufnahme gemacht und damit sind natürlich die Dinge, die Sie auch gerade beschrieben haben und die wir hier den ganzen Tag hören, die sind eigentlich angekommen. Wenn Sie einen Strich im Moment ziehen, ja, wir müssen dann unendlich viel stellen, unendlich viel tun. Das war meine Kurzfassung der Bestandsaufnahme. Ihre etwas längere sieht dann bitte wie aus. Ja, der Punkt ist natürlich, dass das Ministerium nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten hat. Ja, also da, wo es gesetzliche Änderungen notwendig sind, müssen wir gucken, an welchen Stellen sind die da. Bei anderen Sachen, wir sind aber in einem selbstverwalteten Gesundheitssystem und wir wissen, dass manches daran mitunter auch länger dauert, als uns lieb ist. Und eben auch, wie wir sehen, mit dem Thema Infektiologie, das muss sich eben tatsächlich auch innerhalb der ärztlichen Disziplinen weiter realisiert werden, dass das tatsächlich ein Thema ist, worüber alle in irgendeiner Form Bescheid wissen sollten. Also ich meine nicht, dass wir jetzt überall Infektiologinnen und Infektiologen brauchen, aber das Thema Infektiologie und alles, was damit verbunden ist, ist in Deutschland im Verhältnis zu manchen anderen Ländern, vor allem im angloamerikanischen Raum, eben noch zu wenig platziert. Und das Gute ist, dass zum Beispiel der Ärztetag in diesem Jahr, im Mai ja auch entschieden hat, einen Facharzt für Infektiologie jetzt eben auch ausbilden zu wollen. Also das sind alles viele kleine Schritte, bei denen wir auch mit ansetzen können und mit unterstützen und an den Stellen das auch tun werden. Und wir sehen aber auch, dass manche Sachen eben auch einen langen Atem brauchen. Und von meiner Seite, den habe ich, das bin ich gewöhnt aus den anderen Themenfeldern, mit denen ich bisher zu tun hatte. Ich nehme an den Punkt jetzt mal den Arzt, den Herrn Graf dazu. In der Tat, die die Rolle der Infektiologie auch in Ihrem Kollegenkreis. Braucht das da diese Aufwertung, die wir gerade gehört haben? Ich missbrauche Sie jetzt nicht als Fragesteller, sondern als jemand, der kluge Antworten gibt. Bitte schön. Ja, dann will ich mal Ihrer Erwartung der klugen Antwort gerecht werden. Also, dass es mehr Infektiologen in Deutschland bräuchte, ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage, die man sich natürlich stellen könnte, ist, warum gibt es so wenig Infektiologen? Und das führt dann gleich zu dem Problem, was entsteht, wenn man mehr Infektiologen hat. Wir haben ein marktwirtschaftlich orientiertes Gesundheitswesen, in dem die stationäre Leistung über Fallpauschalierungen abgegolten wird. Und von diesen ungefähr 1300 DRGs gibt es ungefähr 130, die sind profitabel. Und Sie können sich vorstellen, dass 80 Prozent der Krankenhäuser diese 130 DRGs behandeln wollen. Und dann bleiben 1170 andere für die restlichen Krankenhäuser über. Das heißt, die Infektiologie ist ein schwierig zu finanzierender Bereich, weshalb er sich vor allem in Universitätsklinika findet, die aus anderen Perspektiven heraus die Abteilungen noch strukturieren auch können und in wenigen anderen großen Krankenhäusern. Das heißt, man müsste, wenn man so etwas einführt und die Hoffnung hat, dass es dann auch in der Breite tatsächlich existent ist, natürlich auch sinnvolle Arbeitsmöglichkeiten für die Kolleginnen und Kollegen schaffen. Und das hat immer auch etwas mit der Gegenfinanzierung der erbrachten Leistung zu tun, weil das ist gar nicht der böse Wille von Geschäftsführungen, sondern wenn Sie in der GmbH organisiert sind, dann können Sie insolvenzrechtliche Probleme haben, wenn Sie nicht auf Ihre Kasse gucken. Das heißt, bei allem, was man diskutiert, muss man das bedenken. Die Infektiologie sollte eingebunden sein, meiner Ansicht nach, in einen Kontext, wo sie auch tatsächlich wirksam werden kann. Und das ist die nächste Aufgabe, wenn man denn sagt, man möchte sie fördern. So, Frau Perea, dass ich Ihnen das jetzt wieder zurückspiele, das haben Sie befürchtet wahrscheinlich. Nein, das habe ich nicht befürchtet, sondern das ist absolut zu Recht. Aber auch da bin ich eben jetzt im Ministerium an einer Schnittstelle in einer Abteilung, die jetzt nicht unmittelbar für die Krankenhausfinanzierung zuständig ist, aber die durchaus mit den Kolleginnen und Kollegen, die in den anderen Abteilungen sitzen, darüber diskutiert und eben auch versucht, hierfür mehr Bewusstsein zu schaffen. Und das kann ich nicht alleine, sondern da brauchen wir eben auch die vereinten Kräfte von außen. Also da brauchen wir den Bereich der Politik und eben auch Abgeordnete, Ministerinnen und Minister, die dieses Thema als zentral ansehen. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich oder ist das auf jeden Fall ein Thema für die nächste Legislatur, wo man schauen muss, wo man hier vielleicht auch weitere Ansätze sehen muss. Wir haben jetzt eben eine ganze Reihe Innovationsfondsprojekte in den letzten Jahren gefördert, die jetzt Ergebnisse vorliegen werden, sodass wir eben auch validere Daten haben, die uns da wahrscheinlich oder hoffentlich auch helfen, hier in diesem Bereich weiter voranzukommen. Also ich bin da durchaus hier sehr, glaube ich, verbunden mit denjenigen, die sich genau dafür stark machen und auch hier etwas erreichen wollen, weil das ist auch aus meiner Sicht notwendig. Ja, dankeschön. Also an den veränderten Bedingungen. Aber Sie wissen, wie schwierig das ist in diesem Gesundheitssystem. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht weiter angehen und auch versuchen, da Mittel und Wege zu finden, weiter voranzukommen. Herzlichen Dank. Sie bleiben bei uns in der Runde. Herr Graf, mögen Sie mit Frau Spies, die ja schon mal da war, ein kurzes Gespräch führen. Dann würde ich nachher mit Frau Weinbrenner weiter machen. Also Frau Prof. Stiebis muss ich ja nicht mehr vorstellen, Direktorin der Anästhesiologie mit Schwerpunkt operativer Intensivmedizin am größten Universitätsklinikum in Deutschland und noch dazu ausgewiesen in der Therapie von Sepsis und vor allem, was man verbessern kann und was danach kommt. Und was mich interessieren würde, Frau Spies aus Ihrer reichhaltigen Erfahrung, auch im Sinne von klinischen Studien zu dem Themenfeld. Wo sehen Sie die wirklichen Barrieren, wenn es Verlegung, Weiterversorgung von Patienten angeht, die lange auf der Intensivstation waren, die eine schwere Sepsis hatten, hinsichtlich der Kommunikation zu den weiterversorgenden Kollegen, sei es in-house oder anderswo. Und wie schwierig oder einfach, schätzen Sie es ein, geeignete Versorgungsorte zu finden für die Patienten mit den für Sie ja häufig sehr klar auf der Hand liegenden spezifischen Problemfeldern? Ja, vielen Dank, Herr Graf. Ich denke zunächst zurück an Frau Perea. Ich glaube, dass die Innofo-Projekte einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, wofür wir auch sehr dankbar sind, die intersektorale Vernetzung zu verbessern und zwischen High-End und niedrigschwelligeren Angeboten zu differenzieren. Wir haben da ja mit den telemedizinischen Projekten sehr viel gute Erfahrungen gemacht und haben da auch in dem Kontext zum Beispiel mit Frau Landgraf, die ich auch hier in der Leitung sehe, ein sehr gutes mit dem Hausarzt verbunden, ein sehr gutes Konzept aufgebaut, wo man letztendlich die Patienten, die doch in der Versorgung sind, sowohl vorher wie auch hinterher, sehr gut auffangen kann, sodass da ein Basis-Assessment läuft, was dann zu einer Rückführung, wenn da irgendwas pathologisch ist, in die interdisziplinären, multimodalen Konzepte an den verschiedenen High-End-Strukturen führt und wo man dann die Wege richtig bahnen kann. Und ich glaube, dass wir da in dem Segment ganz gut unterwegs sind, vielen Patienten auch helfen konnten, auch das sehr gut skalieren konnten, jetzt während Covid, wo wir wirklich sehr viele Patienten auch hatten und wo wir auch sehr viel früher durch die Telemedizin und die Vernetzung sehen konnten, was wirklich mit den Patienten passiert. Ich bin aber auch sehr dankbar dafür, dass wir natürlich über das BMBF eine Chance haben, die Universitäten da zu vernetzen mit dem NUM, wo wir auch wirklich durch die Kooperation auch mit der AWMF und mit Cochrane und vielen anderen Playern Leitlinien aktualisieren konnten. Und da denke ich, ist eigentlich ein wesentlicher Punkt passiert, dass man sehr schnell auf die aktuellen Bedürfnisse fokussieren konnte. Und wir können jetzt inzwischen auch Maschinen lesbar diese Leitlinien-Empfehlungen integrieren, auch in Echtzeitdaten, wo wir dann in der Lage sind, auch langfristig durch Unterstützungssysteme wirklich das weiter voranzutreiben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, es wurde vorhin auch nochmal gesagt von verschiedenen Kollegen, dass wir Schulungskonzepte mit integrieren, dass wir Vorhaltungen für Schulungskonzepte integrieren. Dass natürlich auch die Leitungen von Universitätskliniken oder auch größeren Krankenhäusern, aber auch die Hausarztpraxen eine gewisse Vorhaltung haben, wo sie das nutzen können für die Weiterentwicklung. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, damit wir mit der Geschwindigkeit des Gesundheitssystems mit diesen aktuellen Veränderungen besser umgehen. Und ich denke, da muss man sich nochmal Gedanken machen, ob dazu wirklich dieses DSG-System in der jetzigen Form reicht oder ob man nicht doch neue Konzepte braucht, um wirklich solche Strukturen besser umzusetzen. Vielen Dank, Frau Spieß. Ich würde gerne nochmal zu einem Punkt der Frage zurückgehen. Wie selektionieren Sie einerseits die Kliniken, wo Sie Ihre Patientinnen und Patienten mit besonderem Bedarf hinverweisen? Das ist das eine. Das zweite ist, wie gestalten Sie die Kommunikation, um sicherzustellen, dass die Erkenntnisse, die Sie haben, dass das, was Sie aus dem teilweise sehr, sehr langen Behandlungsverlauf von Ihrem Patienten kennen, dass das tatsächlich in geeigneter Form sowohl bei den Angehörigen, vielleicht auch bei den Patienten selbst sich niederschlägt und als Kenntnis vorhanden ist, aber auch bei den weiter betreuenden Kollegen, sei es stationär oder auch ambulant? Es gibt ja verschiedene Ebenen, Patienten und Angehörige, glaube ich, gibt es ganz klar Informationslücken, die wir aufnehmen müssen. Das liegt auch an sprachlichen Schwierigkeiten, teilweise das auch in der Geschwindigkeit dann zu vermitteln, wenn eine hilflose Situation existiert, wie zum Beispiel eine Intensivmedizin. Das ist ja für viele Patienten, für viele Angehörige eine Extremsituation. Und ich glaube, da haben wir durch viele Unterstützungssysteme, multimodal da auch Unterstützungssysteme gefunden, einmal durch eine digitale Unterstützung, aber eben auch durch die zum Beispiel psychosoziale Notfalldienste, die dann sich auch mit eingebunden haben, auch in der Unterstützung zum Beispiel von Mitarbeitern, die akut belastet waren, insbesondere jetzt auch unter Covid. Also ich glaube, da gibt es Strukturen, die wir weiter verbessern können, verbessern müssen. Da ist ja auch Sepp ist jetzt sehr stark unterwegs, eben auch mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit, zumindest kenne ich diese beiden, Seiten, wo ich weiß, dass da wirklich auch Konzepte weiterentwickelt werden. Und ich denke, dass wir eben auch mit der Übersetzung der Leitlinien zum Beispiel auch, auch mit Unterstützung zum Beispiel von Strukturen auch im EZP oder so, dann viele leidenverständliche Sprachen auch vermitteln konnten, was ein guter Weg ist in der Vernetzung. Und wir sehen eigentlich sehr viele Leitlinien dadurch auch, also dadurch, dass die Leitlinien wirklich auch mit Patienten entwickelt werden und Patienten auch eingebunden werden, sehen wir auch ein größeres Verständnis. Also Patienten können selber sich auch beteiligen, zum Beispiel an den Behandlungserfolgen. Das haben wir bei Kindern sehr stark berücksichtigt. Ich glaube, das muss man bei erwachsenen Menschen auch viel, viel mehr berücksichtigen. Der andere Punkt ist natürlich mit den Playern, mit den verschiedenen Disziplinen. Da haben wir telemedizinische Konzepte, die haben wirklich viel geholfen, wo man zum Beispiel in den Safe Berlin mit Covid-19-Konzepten die Koordination hatten für die gesamte Struktur sozusagen im Land Berlin und wo wir die Patienten durch diese Zentrale wirklich auf die verschiedenen Level, wir konnten die Patienten sehen mit einem Teleroboter, wir konnten die einschätzen und konnten dann sagen, der Patient geht in die eine Einrichtung, der Patient geht in die andere Einrichtung. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass wir auch nicht wie im Standard so auch publiziert waren, im Lancet-Artikel 50 Prozent Letalität, haben wir viel niedrigere Letalitätsziffern gehabt und wir konnten auch viel früher intervenieren. Und ich glaube, der nächste Punkt ist dann eben Post danach einfach, dass man wirklich dem Hausarzt in den Briefschreibt hier und dass wir den Hausarztverbund wirklich auch in Berlin und Brandenburg extrem gut eingebunden haben, dass das auch vermittelt wird, dass das auch von den Kollegen vor Ort vermittelt wird, da habe ich extrem dankbar, Frau Landgraf, aber auch Herrn Schwantes zum Beispiel in Brandenburg, dass es wirklich gut zusammenläuft. Und ich glaube, diese Strukturen aufzubauen, diese Strukturen auch zu nutzen, das kommt durch die Spezialisierung teilweise zu kurz und dann kommt es an den Schnittstellen, nicht mehr zu dieser Vernetzung. Und ich glaube, das muss man wirklich auch berücksichtigen, dass man für diese kommunikativen Wege der Vernetzung Zeit braucht. Und die ist im DRG-System nicht abgebildet, die braucht man aber, um ein exzellentes Gesundheitssystem abzugeben. Und Deutschland ist sehr gut, aber es können in den Punkten, glaube ich, noch zulegen, wo wir gemeinsam wirklich interdisziplinär uns weiterentwickeln können. Auch mit den Fachberufen. Ich runde es mal ab, Frau Spieß, Sie sagen, die Kommunikation ist wesentlich, und zwar unter Einbindung der elektronischen Hilfsmittel, die wir heute haben, die sehr vielfältig sind, die uns bidirektional audiovisuelle Kommunikation erlauben und die uns auch eine Informationsdichte erlauben, wie wir sie früher nicht gehabt haben. Das müssen wir noch stärker nutzen. Was wir dazu brauchen, ist neben unserem Engagement, was bei Ihnen zweifelsfrei vorhanden ist, ein ganz bisschen Zeit, den uns die Kostenträger im Gesundheitswesen geben müssen. Herr Zurheide. Ja, dankeschön. In der Tat, genau das, was wir heute hier machen. Wir sehen ja, dass wir an unterschiedlichen Orten sitzen und hier wunderbar miteinander reden können. Dr. Susanne Weinbrenner ist bei uns von der Rentenversicherung auch Ärztin und damit natürlich ein ganz wichtiger Mitspieler in diesem System, wenn es um das Thema Reha geht. Erstmal freue ich mich, dass Sie da sind und sage, ja, was nehmen Sie bisher mit? Denn Sie haben ja gewiss zugehört. Was kann besser werden von Ihrer Seite, damit wir dieses Problem, was, ich will nicht sagen neu ist, aber was durch Covid noch einen anderen Akzent gekriegt hat, damit wir das aufnehmen können? Bitte schön. Ja, erst mal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier auch sprechen kann und die Perspektive der Rentenversicherung beziehungsweise der potenziellen Rehabilitantin einbringen kann. Ich fand es wirklich sehr, sehr beeindruckend, was ich heute gehört habe, weil es für mich so ein Stück weit bedeutet, dass wir durch Covid-19 ein Brennglas haben, um bestimmte Aspekte, die in der Versorgung nicht so gut laufen, tatsächlich jetzt mal direkt vorgeführt zu bekommen, ohne dass wir da jetzt extra suchen mussten. Also für mich ist es zum Beispiel, was hier dargestellt wurde durch ganz viele Vortragende, die Komplexität der Erkrankung an sich und dann natürlich auch die Komplexität der nachfolgenden Beschwerden oder auch wirklich eine fortdauernde Erkrankung. Und hier, denke ich, müssen wir auch noch mal schauen, was zum Beispiel bei uns jetzt im Bereich der Rehabilitation noch an Weiterentwicklungen notwendig ist. Also wir haben ein System, das multiprofessionell, multidisziplinär aufgestellt ist und sich an Funktionsstörungen und Teilhabestörungen orientiert, im Zugang zu den Menschen, die betroffen sind, um sie darin zu unterstützen, je wieder bestmöglich aufgestellt zu werden. Es klang aber schon an, dass gerade für diese komplexen Störungen, mit denen wir es hier zu tun haben, möglicherweise in der Rehabilitation nicht überall ausreichend, jetzt sage ich mal, Kompetenz und Angebote vorhanden sind. Da sind wir gerade dran. Wir haben zum einen schon im letzten Jahr begonnen, Studien aufzusetzen, um hier ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen und sind aktuell auch nochmal dabei, eine Studie aufzusetzen, wie auch die Aspekte neurologische Störungen, also diese kognitiven Störungen, von denen wir viel gehört haben, die Fatigue nochmal genauer in den Blick zu nehmen und hier zu schauen, wie viele der Rehabilitanten haben tatsächlich in dem Bereich Einschränkungen, diese möglichst frühzeitig zu detektieren und dann auch einer Behandlung zuzuführen, gegebenenfalls bis hin zu einer zweiten Rehabilitationsleistung. Also für mich stellt sich der Fokus so dar, dass wir hier besonders gefordert sind durch die hohe Komplexität der Störungen in der Klinik und natürlich in der gesamten nachgelagerten Versorgung und da ist es ganz wichtig für die Menschen, die betroffen sind, dass ganz früh alle Aspekte auch der sozusagen zukünftigen Situation der Menschen mitgedacht werden. Früh-Mobilisation, Früh-Rehabilitation, Anschluss-Rehabilitation und dann gegebenenfalls noch spezifische weitere Rehabilitationsleistungen, je nachdem, welche Störungsbilder jetzt vielleicht hier führend sind. Ja, das wäre so als erstes mal eine Perspektive, die für mich aus diesem Tag sich ergeben hat. Frau Weinbender, Sie haben die Studien angesprochen, die Sie gemacht haben. Ich weiß, die sind noch nicht abgeschlossen oder jedenfalls nicht alle, aber können Sie schon so erste, sagen wir es, Tendenzen erkennen, wo Sie sagen, ja, da werden wir ansetzen, denn Sie haben ja zutreffend beschrieben, es sind ja nicht völlig neuartige Probleme, die auftauchen, sondern Sie haben von dem Brennglas gesprochen, dass wir eigentlich nutzen können und sagen können, ja, da haben wir es so ähnlich vielleicht auch schon gehabt. Ja, also ich sage ganz einfach, das wäre unseriös, wenn ich jetzt mir schon was mitteilen würde, aber wir sind wirklich, sage ich mal, selber auch ganz gespannt darauf, was sich uns zeigen wird. Wir wollen sozusagen auch in Übereinstimmung zu den Vorschlägen, die hier auch schon genannt wurden, die Patientinnen, Patienten, die wir da betreuen wollen, auch in bestimmte Zentren fokussiert einweisen, damit wir eben auch da Erfahrungen sammeln können, gut sozusagen Vergleiche erstellen können, sodass wir hier tatsächlich Wissen generieren. Also das war auch ein Aspekt, der mir sehr einleuchtend erschien, dass man eben aufgrund der Komplexität der Beschwerden auch schaut, dass hier an speziellen Stellenkompetenzen auch aufgebaut werden, um mit diesen Menschen speziell umzugehen. Und ein Aspekt, den wir in der Rehabilitation, glaube ich, auch besonders gut leisten können, ist, dass wir die Menschen sozusagen darüber aufklären und ihnen helfen, auch zu verstehen, was mit ihnen passiert ist. Also Patientenedukation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Rehabilitation und da denke ich, kann man auch jetzt auf jeden Fall versuchen, schnellstmöglich Schulungsprogramme zu etablieren, um hier, was von den Betroffenen auch ganz eindrücklich geschildert wurde, das Wissen über das, was mit ihnen geschehen ist, was jetzt möglicherweise noch auf sie wartet in Zukunft, um das halt in der Rehabilitation noch zu vertiefen oder vielleicht auch erst mal so ein Verständnis sozusagen aufzubauen, denn manchmal können die Menschen vorher noch gar nicht aufnehmen, was eigentlich alles passiert ist. Also es braucht ja auch eine gewisse Zeit, um, ich glaube, das schon als Schock bezeichnen zu können. Ich glaube, so ähnlich wurde es von anderen hier auch schon benannt, sodass ich dann, denke ich, in der Zeit, die auch lang ist in der Reha, was ein großer Vorteil ist, da auch an diesen Themen arbeiten zu können. Herzlichen Dank, Frau Weintrenner. Herr Graf, vielleicht übernehmen Sie Frau Reishauer. Bitte schön. Frau Reishauer ist Leiterin des Arbeitsbereiches für physikalische Medizin und Rehabilitation, inklusive der Frührehabilitation an der Charité. Sie ist wissenschaftlich und klinisch und lehrend tätig, somit nicht nur breit gebildet, sondern auch breit interessiert. Und erlauben Sie mir die provokante Frage bei all dem, was wir jetzt schon wissen, was es so an nachlaufenden Beschwerden und Einschränkungen funktional und kognitiv bei Patientinnen und Patienten nach Intensivtherapie und vor allem selbst es gibt. Warum tun wir noch nicht mehr rehabilitativ? Können wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr oder dürfen wir nicht mehr? Also da bin ich vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner, das zu beantworten. Ich kann den Blick aus unserem Haus einfach weitergeben und da sehen wir schon, dass wir im Bereich der Frührehabilitation, also wenn die Patienten zwei, drei Monate Intensivmedizin hinter sich gebracht haben, wenn die zu uns auf die Station kommen können, dann können die eigentlich nichts mehr. Dann sind die Patienten nicht in der Lage, an der Wettkante zu sitzen zum Teil. Also das sind wirklich schwere Funktionsdefizite, die sich entwickelt haben und dann braucht es wirklich lange Zeit, bis die Patienten die Fähigkeit erreicht haben, in eine Rehabilitationsklinik gehen zu können, also das Akutkrankenaus verlassen zu können. Und da haben wir schon gesehen, dass wir tatsächlich auch Kommunikationsprobleme haben. Also das ist so ein klassischer Fall aus den letzten Monaten. Ein Patient lag auf unserer Station, ich sage mal, Mittel hatte ich vorhin gesagt, sind 47 Tage, also der war lange Zeit bei uns. Wir müssen eine Entlastplanung durchführen, das ist nicht ganz einfach bei diesen Patienten, die haben natürlich den allergrößten Wunsch von der Reha vielleicht auch nochmal vier, fünf Tage nach Hause zu gehen und ihr Zuhause wieder zu sehen. Und dann haben wir natürlich in der Patientendokumentation an einem bestimmten Tag beschrieben, in der Visite Entlassung zum So und Sovielten besprochen. Ganz klar, das muss man mit den Patienten lange besprechen, wir müssen die Angehörigen einbeziehen. Und dann kommt nach einigen Wochen der medizinische Liebes und sagt, sie haben an dem und dem Tag die Entlassung besprochen, die anderen Tage bis zur Entlassung, die streichen wir eben von der Kostensituation. Und das sind Situationen, da ist man nahezu fassungslos, muss man sagen. Das muss ja eigentlich jedem klar sein, wenn ein Patient so lange Zeit den Krankenhaus zugebracht hat, dass man nicht von heute auf morgen sagen kann, also morgen um zehn ist Entlassung. Und da würden wir uns schon wünschen, dass es ein bisschen besseres gemeinsames Verständnis gibt. Und die zweite Situation, die wir gelernt haben, ist, dass die Patienten, die eine Rehabilitation brauchen, natürlich nicht immer auch auf eine stationäre Rehabilitation warten können. Es gibt jetzt einen riesen Andrang, gerade für Post-Covid. Wir haben es gerade erlebt, Patienten wird entlassen und kriegt ein Reha-Angebot im Dezember 2021. Das geht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt auch gemeinsam in der Lage sein, wohnortnah Rehabilitationsangebote zu unterbreiten. Denn die Menschen wollen wieder fit werden. Die sind ja auch junge Patienten, die wollen auch in die Arbeit zurück. Also da müssen, glaube ich, jetzt alle miteinander arbeiten, um wohnortnahe Angebote zu formulieren. Denn es ist das, was wir viel mehr brauchen, als wir es jemals benötigt haben. Das heißt, wollen tun sie immer, dürfen tun sie manchmal nicht, weil der MD ihnen Tage wegstreicht und damit die Finanzierung der Leistung, die sie erbringen oder sogar schon erbracht haben, nicht gewährleistet ist. Und können tun sie manchmal nicht, weil sie würden gerne Patienten in eine Versorgung geben, müssen aber sehr, sehr lange auf Plätze warten, häufig so lange, wie Patienten mit diesen schwerwiegenden Funktionseinschränkungen überhaupt keine Zeit haben. Vielleicht, Herr Zuhalde, nehmen wir das am Ende nochmal auf, wenn wir in der offenen Runde nochmal fragen, wer der Akteure sich dieser Dinge annehmen könnte und wo man da vielleicht auch die Verantwortlichkeit für das Handeln platzieren kann. Vielen Dank, Meistermann. In der Tat, das habe ich mir aufgeschrieben und wenn wir jetzt bei Frau Landgraf sind vom Hausärzteverband, da sind wir ja vielleicht schon zumindest an einer Adresse. Ich sage das jetzt nicht despektierlich, aber wo das dann gelegentlich vor der Tür landet. Erstmal Frau Landgraf, herzlich willkommen. Und wenn Sie hier zuhören und die, die, was wir auch vorhin gehört haben bei dem, bei der, bei der eine Frau, die geschildert hat, naja, es ging mir so schlecht, den Satz habe ich noch im Ohr, wie ich mich nie zuvor gefühlt habe. Wenn Sie das hören, wie reagieren Sie dann? Ja, also als Hausärztin sind wir ja mittendrin in diesem komplexen Geschehen. Wir sind da, wenn die Symptome anfangen und hören zu und müssen alarmiert sein. Es wurde auch schon vieles besprochen, was mir im Alltag gerade bei Post-Covid auffällt. Den Patienten geht es schlecht und wir haben keine objektivierbaren Befunde und das macht es ja nicht leicht und den Patienten auch schwer und wir brauchen eine Lösung und wir haben gar nicht so viele Lösungen, weil Reha-Angebote gibt es nicht so viele. Die Post-Covid-Betreuung, die ist völlig überlaufen. Da kommen meine Patienten gar nicht weiter. Also erst mal sind wir Hausärzte sicher im ambulanten Setting gefragt, wenn denn der Patient schon betroffen ist, für ihn eine individuelle Lösung zu finden. Es wurde vorhin auch schon diskutiert, welche Möglichkeiten haben wir denn? Wenn wir keine stationäre Rehabilitation finden und keine ambulante, dann müssen wir sie natürlich erst mal krank schreiben, arbeitsunfähig schreiben. Wir müssen mit dem Patienten selber nach Lösungen suchen. Wie kann er sich wieder fit machen? Es sind ja tatsächlich häufig die jüngeren Menschen, die noch mitten im Beruf sind und es wurde heute schon mehrmals gesagt, können wir nicht auch digitale Angebote machen. Also es gibt offensichtlich, so hat es Frau Frömmheld, eine bekannte Ärztin, die sich in der Rehabilitation engagiert. Es gibt offensichtlich schon Apps, die man für diese Patienten einsetzen könnte. Da würde ich mir als Hausärztin wünschen, wir dürfen Apps jetzt verschreiben, dass es solche Angebote dann tatsächlich für uns zur Weitergabe an die Patienten gibt. Denn damit könnten die ja schon ein bisschen was zu Hause machen, bevor sie dann in eine rehabilitative Einrichtung kommen. Die wollen ja auch selber etwas machen. Ich kann denen Physiotherapie verschreiben, ich kann denen Ergotherapie verschreiben, damit sie sich ein bisschen unter Anleitung fit machen können. Die kognitiven Störungen sind für viele das größte Problem. Mir fallen die Sätze nicht mehr ein. Ich kann meine Patienten nicht mehr, mir fallen die Namen nicht mehr ein. Ich will was sagen und ich kann nichts, ich finde das Wort nicht. Also das belastet junge Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, ganz besonders. Und da denke ich mal, gibt es, das haben wir vorhin ja wunderbar dargestellt bekommen, gäbe es Möglichkeiten, da möchte ich als Hausärztin Zugriff drauf haben. Das möchte ich meinen Patienten verordnen können. Eine App auf Rezept, um zum Beispiel kognitive Störungen schon mal so in dieser Weise vom Patienten selber angehen zu lassen. Aber ich möchte auch noch was anderes sagen, weil ich meine vieles in der Versorgung, wir haben ja die ganze Palette der Entwicklung, der selbst ist besprochen. Wir Hausärzte haben ja nicht nur das Problem, dass wir die Patienten behandeln müssen, wenn sie denn alles hinter sich haben und schwer krank aus der Klinik zurückkommen. Es gibt ja auch viele gut präventive Strategien und auch da sind wir Hausärzte gefordert. Es wurde vorhin gesagt, die Gesundheitskompetenz der Patienten stärken. Wir haben jetzt eine Pandemie. Wir klären jetzt sehr, sehr viel unsere Patienten auf, wie verhindere ich Infektionen. Wir müssen einfach viel, viel stärker auch da ansetzen, wo es darum geht, frühzeitig Symptome zu erkennen, die es zu behandeln gilt oder Erkrankungen, die man diagnostizieren muss, bevor der Patient schwer septisch ins Krankenhaus kommt. Und ich glaube, da haben wir einfach eine riesengroße Aufgabe. Und eines ist wichtig. Wir müssen unser Wissen einfach auch unsere Kompetenzen auch erhöhen. Beim Deutschen Ärztetag wurde der Facharzt für Infektiologie im Grunde genommen gut diskutiert. Aber ich glaube, das alleine reicht nicht. Wir brauchen viel mehr Wissen auch im hausärztlichen Bereich und auch bei den Patienten. Und ich glaube, wir haben im Moment eine ganz gute Situation, weil es eine Menge auch an Aufmerksamkeit dafür gibt. Die Patienten wollen das wirklich auch hören. Die wollen sich informieren lassen. Wir Ärzte merken auch viel, viel mehr, was es bedeutet, also wirklich mit unseren Patienten entsprechend vorsichtig und aufmerksam umzugehen. Und wenn ein Patient kommt und sagt, ich fühle mich so krank wie noch nie, dann müssen bei uns wirklich alle Alarmglocken läuten und wir müssen eine Diagnostik beginnen und zwar schnell. Und das geht ja in Berlin. Wir haben ja hier ein gutes Versorgungsnetz. Wir haben gute Labore, die uns innerhalb von Stunden die Laborwerte liefern. Wir haben gute andere diagnostischen Möglichkeiten, Bildgebende. Wir haben diese gute Kooperation zu Kliniken. Da können wir auch ganz schnell einen Patienten vorstellen und das klappt aus meiner Erfahrung wirklich sehr gut. Intersektorale Zusammenarbeit, das ist jetzt in der Situation ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn der Patient krank wird und auch nachdem er krank wieder aus dem Krankenhaus, als er krankt ist und aus dem Krankenhaus zurückkommt. Jetzt haben Sie die Situation in Berlin geschildert, wo das so sein mag und auch die Zusammenarbeit, weil es gelernt ist, funktioniert. Der Kollege, die Kollegin auf dem Land sieht da natürlich etwas schlechter aus. Wie kann man das? Da ist genau das Fingerspitzengefühl notwendig, was Sie vorhin geschildert haben. So, dass das Gefühl, der sagt mir immer, dass es oder die sagt immer, dass es schlecht geht und da müssen Sie das unterscheiden können. Da ist, kriegen wir das evidenzbasierter, als ich hier gerade rumstammle. Naja gut, wir Hausärzte haben natürlich den Vorteil, in der Regel kennen wir unsere Patienten länger und wissen schon, ob der eine schnell mal jammert oder der andere ganz selten was sagt. Aber wir sind in einem Zeitalter, wir haben heute digitale Möglichkeiten, auch Kontakt zu Kliniken aufzunehmen und ich würde mir wünschen, dass auch diese Instrumente, wie zum Beispiel eine Telekonzil oder so, viel einfacher möglich wäre. Das müssen wir fördern, denn die Komplexität unserer Versorgung, die Möglichkeiten der Diagnostik, die werden immer größer und die müssen auch auf Land. Und wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo die Digitalisierung auch ein bisschen befeuert jetzt durch die Pandemie, auch bei uns Hausärzte und auch auf dem Land immer mehr ankommt und der Bedarf auch deutlicher wird. Und das sind so Situationen, wo man sagen muss, da muss es die Möglichkeit geben, wenn ich in der Landarztpraxis sitze, habe einen komplex kranken Patienten, brauche Rat, dann sollte ich mir einen Spezialisten aus der nächsten Universitätsklinik oder aus dem nächsten großen Krankenhaus hinzuziehen können. Wunderbar, Herr Graf, Sie reden bitte noch mal mit Herrn Sauter. Entschuldigung, ich dachte, Herr Professor Oehmichen ist bei uns. Ja, der ist, dann stimmt jetzt, also Sie haben recht, auf dem Regieplan steht das, aber Herr Professor Oehmichen konnte aus irgendwelchen Gründen sich nicht zuschalten und wir haben jetzt spontan Herrn Sauter mit in die Runde genommen, wenn Sie mögen. Selbstverständlich, es tut mir sehr leid, dass ich das mit dem Regieplan habe, da muss ich mich jetzt entschuldigen, da war ich ein wenig unaufmerksam, aber nichtsdestotrotz, Herr Dr. Sauter, Sie decken ja nun vergleichbare Fachgebiete wie der Herr Kollege Oehmichen ab, wenngleich Sie als Grundausbildung Neurologe und nicht Internist sind, also sich von der neurologischen Seite der Intensivmedizin gewidmet haben. Was mich interessiert, es gibt ja eine Reihe von vor allem im neurologischen Formenkreis im engeren und weiteren Sinne dargestellter Schwierigkeiten, die Patientinnen und Patienten nach Sepsis, nach langen Intensivaufenthalten haben. Wir haben besprochen, dass es im Grundsatz vielleicht Rehabilitationsmöglichkeiten dafür gibt und ich würde mich dafür interessieren, wenn man sich überlegt, wie fördert man die Inanspruchnahme und auch die Kostenträgerschaft für diese Maßnahmen, welche Evidenzen haben wir tatsächlich, welche der Möglichkeiten, die verfügbar sind in der klinischen Umsetzung für die Patienten im Ergebnis zu einer positiven Entwicklung führen, weil, das darf man ja auch nicht unterschätzen und ich glaube, das muss auch in dieser Runde mal gesagt werden, die Rehabilitative Medizin in Deutschland wird ja umfänglich bereits heute schon finanziert. Wir haben gegenwärtig etwa 40 Milliarden Euro Jahresausgaben im Bereich für Rehabilitation und Teilhabe und das ist über die letzten zehn Jahre um 35, 40 Prozent gestiegen. Das sind große Summen, wo man natürlich weiß, wenn man jetzt diskutiert, wir wollen eine neue Krankheit in einen Maßnahmenkatalog aufnehmen, dass es dafür gute Gründe braucht und das sind in den Sägen über uns mittlerweile evidenzbasierte Verfahren und da frage ich mich, wo stehen wir da? Welche Chancen haben wir tatsächlich rational zu kämpfen und um Aufnahme für solche Maßnahmen zu bitten? Gut, also kurz und gut, Herr Ümmelchen, ich, wir arbeiten ja schon lange zusammen im gleichen Haus, insofern er ist Internist, aber wir haben immer das gleiche Patientengut betreut und das ist zwar eine neurologische Rehabilitation, aber alle Patienten, die eine Sepsis haben, die bekommen ja die Eintrittsdiagnose, was ich vorher schon, was mein vorhergehender Vortrag war die kritische Innes-Neuropathie oder die kritische Innes-Myopathie. Somit kommen viele zur Rehabilitation. Wenn man dann die Rehabilitationsschritte anschaut, es gibt ja die verschiedenen Rehabilitationsstufen, Phase B bis D, die eigene Rehabilitation ist ja dann Phase C und D, während die B wird ja üblicherweise mit DRG vergütet. Das heißt, wenn die Patienten aus dem Akuthaus in eine Phase B-Einrichtung, außer die Einrichtung, in der ich arbeite, verlegt werden, ist kein Rehabilitationsantrag nötig. Die Patienten müssen nur in eine geeignete Einrichtung verlegt werden. Das Problem ist, dass die meisten Häuser nicht multiprofessionell aufgestellt sind. Die haben vielleicht noch einen Internisten, die haben keinen HNO-Arzt dabei, die haben vielleicht noch einen Orthopäden dabei, die haben keinen Onkologen, die haben keine Dialyse dabei. Das heißt, die Patienten bleiben entweder länger im Akuthaus und werden dann, was auch häufig passiert, direkt im Pflegeheim verlegt, vor allem, wenn sie noch beatmet sind. Das heißt, die Einrichtungen, wir haben, glaube ich, mittlerweile in Deutschland in der Rehabilitation tausend Betten, die beatmet sind. Das andere ist dann die Weiterversorgung. Wenn die Phase B beendet ist, dann muss ein Rehabilitationsantrag gestellt werden und die Kosten übernommen werden. Wobei dann überwiegend bei den Sepsis-Patienten häufig auch die Begleiterkrankungen. Patient, auch internistische Patienten, haben ja Herzerkrankungen. Wir haben Herzerkrankungen oder haben ein nicht anästhesiologisches Problem gehabt, die wollen weiter versorgt werden. COPD-Patienten. Das bietet die klassische Neurorehabilitation nicht. Die haben einfach keine Plätze. Auf der anderen Seite gibt es Phase B nur bei den Neurologen. Das gibt es nicht bei den Internisten, das gibt es nicht bei den Orthopäden, schon gar nicht in der Psychiatrie. Also muss alles durch die Engstelle Neurologie geglauben werden. Und das funktioniert nur in Häusern, die möglichst breit aufgestellt sind. Deswegen ja meine Frage, welche Evidenzen müssten wir schaffen, weil diese Zugangslimitation mit der Phase B ist ja faktisch an neurologisch, neurochirurgische Akutversorger so ein bisschen gekoppelt, weil die haben ihre eingetretene Pfade. Alle anderen haben Schwierigkeiten, Patientinnen und Patienten dort zur Versorgung zu bringen. Das heißt, was müssten wir für diese anderen Patienten an Evidenzen schaffen, dass sie auch von einer vergleichbaren Versorgung frühzeitig nachgeschaltet profitieren können? Man müsste einfach schauen, wie ist das Outcome von dem Patienten im Langzeitverlauf? Also man müsste die Patienten auch mal ein Jahr später nachverfolgen, anzugucken an einem standardisierten Fragebogen oder schon nach einem halben Jahr zu gucken, was passiert mit dem. Können Sie so etwas leisten? Sie haben ja ein großes Rehabilitationszentrum mit vielen Universitäten, unglaublich viele Patienten. Sie müssten ja diesbezüglich, ich sage es mal salopp, an der Quelle sitzen, auch aus den Patienten der letzten Jahre herauszufiltern, wer ist nach einer Sepsis gekommen? Und wahrscheinlich machen Sie ja ohnehin Versorgungsforschung und gucken, was ist dem Patienten ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre später geworden? Machen wir wenig. Wir haben jetzt letztes Jahr begonnen ein Comprehensive Sepsis Center zusammen mit der Uniklinik Dresden, wo also die Patienten, die von dort kommen, über lange Zeit und über alle Stufen nachverfolgt werden. Da liegen jetzt demnächst die ersten Ergebnisse vor und dann hoffen wir, dass man jetzt relativ viele Patienten rekrutieren kann. Herr Dr. Worter, vielen Dank. Herr Zuhalde. Ja, jetzt kompletieren wir unsere Runde. Ich freue mich auf Oliver Blatt, nämlich die Sicht der Krankenkassen. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt und die ist ja nicht ganz unwichtig, denn die entsprechenden Fragen haben wir jetzt mehr als einmal schon gehört. Herr Blatt, erstmal herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Ich fange mal ganz einfach an. Wissen, Empowerment, also sowohl Bevölkerung sind Sie eher zuständig als die Ärzteschaft. Was können Sie tun, um da mehr Informationen zu geben? Ja, guten Tag und vielen Dank, dass ich heute auch mich beteiligen kann. Ich möchte vielleicht auch nochmal, ich habe heute auch den ganzen Tag interessiert zugehört, auch als Kassenvertreter und habe viele Eindrücke gewonnen, die mich zum Teil ermutigen, die mich natürlich auch total nachdenklich machen. Und ich will deshalb mit Ihrer Frage auch darauf eingehen, Empowerment, das ist natürlich nicht nur Aufgabe der Krankenkassen, aber es ist auch eine wichtige Aufgabe. Und ich bin davon überzeugt, dass was wir heute diskutieren, wenn wir noch mehr nach vorne gucken, also bei dem Thema Vermeidung von diesen Infektionskrankheiten, das bedrifft ja sowohl Covid, ich sage mal das Thema Impfen, wo man glaube ich immer noch nicht oder immer noch mehr tun kann zur Aufklärung der Bevölkerung zukünftig. Wir werden ja noch diskutieren, wenn die Impfstoffe da sind, wie ist das denn mit, lassen sich alle impfen? Und das gleiche gilt natürlich auch bei Sepsis, wo wir uns jetzt zum Beispiel aktiv ja auch beteiligt haben oder auch unterstützt haben, diese große Kampagne zur Aufklärung erstmal in der Bevölkerung, aber ich denke auch in den Gesundheitsberufen. Das ist heute ja auch schon vielfach gesagt worden. Also immer daran zu denken, könnte es auch eine Sepsis sein? Und ich habe gerade bei dem Blog der Betroffenen sehr genau zugehört. Und mein Eindruck war ja, dass ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe auch für uns Krankenkassen ist, und da können wir auch immer besser werden, ich weiß das, unterstützen, helfen, Angebote liefern. Es war eine Fragestellung nach Behandlungsfehlern. Das hat, glaube ich, ja die Frage, die mir sehr nahe gegangen ist, wieso muss ich eigentlich nachweisen, wenn ein Arzt einen Fehler macht? Ich habe extra noch mal geschaut. Wir bieten eigentlich auf unseren, alle unsere großen Kassen, bieten umfangreich Hilfestellung bei der Frage, was tue ich bei einem Behandlungsfehler. Das deutsche Recht ist nun mal so, das werden wir jetzt auch nicht ändern, dass erstmal im Grundprinzip die Beweislast beim Patienten liegt. Allerdings, es sei denn, es stellt sich eben raus, dass es ein grober Behandlungsfehler ist, dann dreht sich irgendwann die Beweislast um. Aber, also ich will sagen, Empowerment stärken, den Patienten auch partizipativ fragen, was will der eigentlich, was braucht der, da müssen wir immer wieder lernen und auch in der Prävention, also ganz vorne, Partizipativ vorzugehen, den Patienten zuzuhören. Und ich glaube, dass wenn wir da vorne gut sind, am Anfang, wir ja hinten raus, viele Dinge, Probleme nicht bekommen, die wir heute besprechen und die wir sicherlich auch nicht sofort immer lösen können. Also insofern, wir nehmen diese Aufgabe ernst, wir können da auch besser werden. Wir versuchen aber schon, gerade Thema Sepsis und auch bei Covid und Behandlungsfehlern, möglichst einfach, verständlich, auf Homepage, ich sage auch mit digitalen Produkten, solche Informationen an den Patienten zu bringen, damit er eben, ich sage mal, mündig ist und mitwirken kann. Und ich hatte den Eindruck, dass das ganz wichtig ist und schon mal ganz wichtig auch zur Krankheitsbewältigung ist, wenn ich verstehe, wenn ich den Eindruck habe, ich werde ernst genommen, ich weiß, was hier passiert. So vielleicht erst mal zu Ihrer Frage des Empowerments. Das andere Stichwort, was mehr als einmal natürlich auftaucht, ist die Frage der Strukturen und der Vernetzung. Natürlich können Sie da immer nur in Teilen was machen, aber mindestens mit der goldenen Banane oder Ananas können Sie natürlich schon reingehen. Was können Sie tun? Stichwort Telemedizin zum Beispiel, wir haben es schon von Frau Landgraf gehört, im ländlichen Bereich extrem wichtig, dass sowas funktioniert. Also wo können Sie helfen, Strukturen sich vernetzen? Also ich glaube, man kann ja den Krankenkassen viel vorwerfen, aber das Thema Telemedizin und überhaupt die Unterstützung digitaler Hilfsmittel heutzutage versuchen wir, sowohl finanziell, aber auch mit innovativen Projekten in verschiedensten Bereichen zu unterstützen und zu helfen. Denn wir sehen schon, das ist nicht das Allheilmittel, aber wir sehen schon in ländlichen Regionen natürlich und auch heute bei einer Bevölkerung, einer jungen Bevölkerung, die ja sehr stark auf dieses Medium geht, die Chancen der Digitalisierung sehr hoch ein. Und wir diskutieren natürlich, und das muss man auch mal sagen, natürlich immer an der Kante des Datenschutzes. Und wenn wir uns so umschauen, Deutschland ist und bleibt leider ein Land, ich sage das jetzt mal ungeschützt, in dem immer die Bedenken erst mal vor den Chancen und Nutzen kommen. Und das ist egal, wo Sie hinschauen, ob Sie die elektronische Patientenakte sich anschauen und solche Dinge. Denn das sind ja genau Sachen, die unwunderbar helfen könnten oder ein wichtiger Baustein werden zu den Themen, die wir heute schon besprochen haben. Ich glaube als zweites, die Strukturen sind in Deutschland eigentlich nicht nur schlecht. Wir haben gute Strukturen, aber wir haben heute auch schon gehört, dass wir innerhalb dieser Strukturen, ich sage mal, sicherlich noch besser werden müssen. Wir alle zusammen. Ich will da jetzt gar nicht, wir als Kostenträger müssen sicherlich schauen. Ich habe das Beispiel ja gehört, wenn der MD wieder mal eine Rechnungsprüfung nach Vorschrift macht und vielleicht übers Ziel hinausschießt. Das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass Krankenhausentlastmanagement in der Breite gesehen noch Potenzial hat. Denn genau das an der Schnittstelle, wenn der Patient in die Reha geht oder zum Hausarzt geht, kriegen wir oft von Patienten jedenfalls die Rückmeldung, dass der Hausarzt gar nichts davon wusste. Also diese Schnittstellen müssen besser werden. Wir nehmen uns auch in die Verantwortung und auch bei dem Thema Rehabilitation. Frau Weinbrenner hat es ja angesprochen. Uns ist bewusst, dass wir natürlich rehabilitative Strukturen ausbauen müssen. Wobei ich denke, es ist nicht immer mehr besser. Wir müssen uns auch Gedanken machen, dass wir das, was wir haben. Wir haben gute rehabilitative Strukturen und wir müssen, glaube ich, die Multiprofessionalität da ausbauen. In den führenden, ich sage mal, im pneumologischen Bereich und so weiter. Wenn Sie heute auf die Homepage der Kliniken gehen, viele bieten sehr offensiv an, wir behandeln Sepsis-Patienten und wir behandeln auch Covid-Patienten. Wir müssen jetzt darauf gucken, dass da Qualität passt, dass die Ansprüche, die heute formuliert wurden, dieses multiprofessionellen Ansatzes auch passen. Das mag noch nicht immer so sein. Insofern schauen wir da schon genau hin. Und natürlich gehen wir alle gemeinsam, müssen wir schauen, dass wir das Ganze natürlich auch finanziert bekommen. Denn am Ende zahlen wir es alle über unsere Beitragssätze. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, wurde heute ja auch schon diskutiert. Wir müssen auf Qualität gucken und auf Effizienz. Jetzt haben wir noch genau vier Minuten, wenn wir in der Zeit bleiben wollen. Und Herr Graf, Sie haben mir vorhin eine wichtige Frage nochmal in den Raum gestellt. Also Stichwort, wie kriegen wir das hin? Wohnordner, die Rehabilitation, dann die Kosten wirklich so da im Griff behalten. Und die vielen Änderungen, die sich daraus ergeben, das ist jetzt ein ganz gutes Feld. Ich gucke da nochmal Frau Perea an. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben in der nächsten Legislaturperiode viele, viele Aufgaben. Aber wir haben auf der anderen Seite auch wenig Zeit. Welche Hoffnungswerte dürfen wir da haben, dass sich da an den Strukturen irgendwas ändert? Wieso meinen Sie, dass wir wenig Zeit haben? Ich sage, wir haben wenig Zeit, weil die Herausforderung ist, diese Prozess jetzt. Und jetzt können wir, die nächste Legislatur fängt dann irgendwann im Herbst an. Und wir beide wissen, wie lange sowas dauert, bis sich dann wirklich was ändert. Ja, das stimmt. Und das können Sie und ich auch nicht beschleunigen. Wobei wir ja in der Zwischenzeit trotzdem von unserer Seite aus arbeiten können und auch die Zeit nutzen können, um weitere Diskussionen zu führen. Aber gerade die Stärkung dieser Struktur, was vorhin angesprochen wurde und was auch Herr Graf nochmal zurecht benannt hat, also welchen Stellenwert hat die Infektiologie auch innerhalb des Systems? Das lässt sich nicht weder durch mein Referat noch durch einzelne Personen von heute auf morgen verändern. Das ist nämlich tatsächlich ein Denken auch zu verändern mit dem, was hier heute von ganz vielen Stellen genannt worden ist. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist etwas, was die Infektiologie prägt. Und aber auch deutlich zu machen, es hilft eben nicht, wenn wir uns auf die Onkologie oder konzentrieren, wenn wir nur dafür die Arzneimittel haben, weil letztendlich die Menschen dann danach an der Infektion sterben. Und genau das wollen wir nicht. Und aus meiner Sicht brauchen wir da tatsächlich viel Lobbyarbeit tatsächlich. Also an den unterschiedlichsten Stellen, egal ob es im Krankenhaus ist, ob es in der Politik ist oder eben auch in den Krankenversicherungen und im Gesundheitswesen allgemein. Und da kann ich meinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, alle weiteren, die hier heute versammelt waren, werden ihre Beiträge dafür auch leisten. Und wir sehen ja auch, dass, also da sehe ich sozusagen die Chance in der Covid-19-Pandemie, wie das vorhin auch gesagt wurde. Erstens ist sie eben das Brennglas, was genau darauf weist, wo wir die Probleme haben. Dann haben wir dadurch eine Masse oder eine Vielfalt an Menschen, die jetzt eben genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben, wie wir sie nie hatten. Und die können auch nicht übersehen werden. Die können auch nicht mehr vom Tisch gewischt werden. Und genau das wird hoffentlich helfen, um dieses Thema jetzt nach und nach auch weiter in die richtige Bahn zu lenken. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, weil das hat mich vorhin auch nochmal sehr berührt, was die einzelnen Betroffenen vor allem auch erzählt haben, zu ihrem Leidensweg überall, also eben auch Gehör zu finden. Also ich weiß, dass von der Patientenbeauftragten ja zum Beispiel auch dieses Thema Patientenlotsen in dieser Legislatur angesprochen worden ist. Auch das ist ein Thema, was wieder schwierig ist. Da waren dann wieder zum Teil die Kassenärztlichen Vereinigungen dagegen, weil das reicht doch, wenn das die Hausärzte machen. Und da will ich nicht gegen Frau Landgrat sprechen, weil die das heute super dargestellt hat, welche wichtige Rolle Hausärzte spielen. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine Struktur, die Patientinnen und Patienten, insbesondere in dem Thema jetzt Sepsis und das wird auch Covid-19 betreffen, ihnen zur Seite steht, um in dem Dschungel, den es eben nun mal gibt, und die verschiedenen Erbringer, die mitunter vor allem dafür kämpfen, dass sie selber nicht dafür verantwortlich oder finanzieren müssen, sie dabei zu begleiten. Ich glaube, Sie haben heute eine Menge Unterstützer an Ihrer Seite gefunden. Und zum Schluss, Herr Graf, will ich Ihnen den Ball noch mal kurz zuspielen. So viel Zeit muss dann sein. Sie haben kürzlich mit Herrn Reinhardt gemeinsam in der FAZ nochmal einen Aufschlag gemacht. Und ich fasse das jetzt so mit meinen Worten als Journalist, dass man mal kurz in 30 Sekunden Silodenken aufbohren und Systemerkrankungen Sepsis besser erkennen. Das war meine Kurzfassung. Jetzt kriegen Sie nicht 30, sondern 1,30. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Zerheide. Ich werde die 1,30 gar nicht strapazieren, weil ich kann es noch kürzer machen als Sie. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, ob wir weiter eine marktwirtschaftlich gesteuerte, nach Anreizsystemen funktionale Medizin haben wollen oder ob wir sagen wollen, wir wollen Wettbewerb und zwar den Wettbewerb um die beste Qualität im Sinne unserer Patienten. Und Letzteres ist das, was ich mir wünschen würde. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank auch für sowas, Herr Graf. Da kann ich von einem Professor noch etwas lernen, dass auch Professoren kurz können. Das ist nicht immer der Fall. Das war heute aber überwiegend der Fall. Deshalb bedanke ich Ihnen, nenne ich überwiegend, das war heute der Fall. Da bedanke ich mich ganz ausdrücklich. Wir sind wunderbar im Zeitmanagement. Wir haben 18.16 Uhr. 18.15 Uhr hatten wir uns vorgenommen. Diese eine Minute sei uns nachgesehen. Es ist so viel Wichtiges gesagt, dass ich das hier nicht weiter zusammenfassen möchte. Aber ich sage jetzt schon erstens alles, was wir heute hier gesagt haben. Dieser Livestream, der ist natürlich auf der Homepage. Und wir haben dann ab 18.30 Uhr nochmal eine Fragestunde, einen Chat. Da können Sie dann viele der Menschen, die hier mitgemacht haben, heute nochmal befragen. Und da schaffen wir dann noch etwas mehr, Sie damit einzubeziehen. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einsichten, die uns vermittelt worden sind. Und in einer Viertelstunde sind wir dann nochmal da. Dankeschön. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Wir sind immer noch da und wir sind für Sie da. Ja, es tut uns ein bisschen leid, aber wir hatten so viel Programm, dass wir die Fragen nur bisher eher spärlich behandeln und einsetzen konnten. Das wollen wir jetzt in der nächsten Stunde dann ändern. Und ich freue mich, dass immer noch etliche Fachfrauen und Männer hier bei uns sind. Und wir haben viele, viele Fragen von Ihrer Seite. Wir haben ja verabredet, dass ich beginne und dann übernimmt Frau Hartog, dass wir wechselweise die Fragen machen. Und ich will mal direkt anfangen und hier nicht lange reden. Nicole Fahrenkamp zum Beispiel als ehemalige Krankenschwester sagt nochmal, es ist ja ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass das Pflegepersonal geschult wird. Und das vor allen Dingen bei den Patienten, bei den stationären Patienten genau zu beobachten ist, dass die Veränderungen wahrgenommen werden müssen. Und sie fragt eben, wie kann das noch besser gelingen, als das bisher der Fall ist? Könnte mir fast vorstellen, Frau Hartog, das ist eine Frage, die Sie jetzt am besten beantworten können. Ja, herzlichen Dank. Genau, das passt sehr gut, weil wir uns auch gerade aktuell mit einem Innovationsfondsprojekt in Berlin und in Brandenburg beschäftigen, wo wir genau diese Dinge, die Schulung von den sogenannten Multiplikatoren, Pflegekräften, Ärzten, Notärzten, Apotheker, aber auch Pflegeeinrichtungen schulen wollen zu den Früherkennungen. Wie kann das gelingen? Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir nicht alleine nur die Symptome schildern, sondern dass wir den Gesundheitsberufen wirklich eine Hilfestellung an die Hand geben, an Sepsis zu denken. Weil es ist immer eine Frage der Referenzialdiagnose. Es sind ja unspezifische Symptome und viele denken vielleicht zunächst mal an irgendetwas anderes und fällt erst mal Sepsis nicht ein. Und wir überlegen zum Beispiel auch, wir entwickeln Chatlisten für Pflegeeinrichtungen, in denen Sie dann das auch nochmal sehr gut dokumentiert haben und dokumentieren können. Oder es gibt Early Warning Scores, die anderswo viel häufiger eingesetzt werden zu dieser systemischen Erkrankung. Es geht ja nicht um irgendwie ein Organ, es geht nicht nur um die Lunge oder es geht nicht nur um den Kreislauf, sondern es geht um ein sozusagen ein Entgleisen der systemischen Funktionen. Also Schulungen, ja, wir machen ja seit 20, 30 Jahren Schulungen und sehen nicht so wirklich da so einen Effekt, sondern auch Hilfsmittel an die Hand, um tatsächlich auch berufsspezifisch wirklich bei den Patienten diesen Trigger zu haben. Man kann diese Sachen auch elektronisch, wir haben jetzt viel über Digitalisierung und so weiter geredet. Diese Sachen können auch in die elektronischen Patientenakten aufgenehmen werden. Dann gibt es sozusagen Prompts oder Red Flags, also es gibt da auch Hilfsmittel dafür. Ich glaube, da müssen wir mehr tun. Dann mache ich jetzt die nächste Frage und danach sind Sie dann dran, Frau Wilder-Hardock. Also da sagte eine Zuschauerin, am Tag nach einer urologischen Operation vor ungefähr anderthalb Jahren traten bei mir heftige Komplikationen auf Sepsis, Leber, Nierenversagen, Intensivstationen. Und dann sagt sie, leider bei der Entlassung gab es da keinerlei Aufklärung zu den Folgen und sie hat seit der psychische, physische und eben kognitive Folgen. Was kann sie tun? Ich weiß nicht, wer aus der Runde da vielleicht nochmal was zu sagen möchte, Frau Landgraf eventuell als Ärztin oder ist jemand anders da besser aufgestellt, Frau Landgraf? Also ich würde mir wünschen, dass diese Patientin sich, wenn sie meine Patientin wäre, mit den Problemen zu mir kommen würde. Denn das ist ja doch ziemlich komplex. Wir hatten ja heute Morgen schon gehört, dass die Arztbriefe häufig gar nicht so viel Informationen enthalten, dass nicht mal das Wort Sepsis aufgeführt wird, selbst wenn es eine Sepsis war, aber die Symptome sind ja eindeutig. Und hier ist die gute Hausärztin, der gute Hausarzt gefragt, weil hier sind ja auf verschiedenen Ebenen gibt es hier jetzt Unterstützungsbedarf. Und da muss man natürlich erstmal Diagnostik machen. Gibt es noch etwas, was jetzt körperlich zu klären ist oder zu verbessern ist? Und ansonsten braucht diese Patientin tatsächlich vielfältige, wir haben es ja vorhin gehört, multiprofessionelle Unterstützung. Und das organisieren normalerweise dann Hausärzte. Ja, sehr gut, vielen Dank. Frau Payer-Pachan fragt, weshalb wird bei den Reha-Maßnahmen zu wenig auf die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörungen wertgelegt? Und ich hoffe, Herr Walter, Sie haben jetzt gerade Ihnen die Ohren geklingelt als Psychiater. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, ich habe mir beim Durchlesen der Frage, natürlich habe ich mich erstmal gefragt, wird da zu wenig Wert darauf gelegt? Liegt es mit unter der Schwerpunkt der Behandlung irgendwo anders oder ist es im Einzelnen auch vielleicht auch so, dass man hier nicht generalisieren soll? Ich hatte gerade vor kurzem eine Veranstaltung auch zu Long-Covid und Selbstesfolge. Und dort hatte ich den Eindruck, dass einige Kollegen, die Reha-Kliniken leiten, sehr viel Wert darauf legen. Also das grundsätzliche Verständnis um die, auch auf die psychosomatische, psychiatrische Dimension ist, glaube ich, durchaus vorhanden. Die psychologische Kompetenz ist, glaube ich, durchaus vorhanden. Mitunter habe ich es aber im Einzelfall durchaus erlebt, dass man sich innerhalb der Reha-Maßnahmen auf naheliegende somatische Symptome etwas fokussiert. Und Sie fragen ja auch zu Recht, inwiefern man auf die Behandlung wertigt. Die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung ist natürlich eine psychiatrische, die sehr ausdifferenziert ist, die in der Regel auch Ambulanz sehr gut gelingt, auch in psychiatrischen Kliniken, die aber einen anderen Schwerpunkt hat, als das üblicherweise in der Reha der Fall ist. Und wir sind erst am Anfang zu verstehen, was denn eigentlich dort behandelt werden soll. Und das ist eben nicht nur die Psychologie, die man behandeln kann, sondern wir sehen gerade auch, ich habe das vorhin in meinem Vortrag anklingen lassen, zunehmend auch infektiöse oder postinfektiöse, Veränderungen, die wir auch mit Medikamenten behandeln können. Wir wissen, dass solche Depressionen, bei denen es Veränderungen im Immunsystem gibt, gewisse Medikamente besser funktionieren als andere. Und da ist es mitunter auch einfach dem Verständnis geschuldet, dass man posttraumatische Behandlungsstörungen halt eher psychologisch behandelt und die somatischen Folgeerkrankungen eher medikamentös. Und das ist etwas, was sich sicher ändern wird mit zunehmendem Verständnis, dass wir eben auch eine Veränderung im Gedächtnis auch medikamentös und biologisch verstehen können. Wobei ich sagen würde, das ist etwas, was sich in Zukunft sicher bessern kann, dass jetzt grundsätzlich die Kollegen in der Reha keinen Wert auf die Berücksichtigung der posttraumatischen Belastungsstörungen haben. Das kann ich allerdings auch als Psychiater im Austausch in vergleichbaren Foren wie dem hier so nicht unbedingt bestätigen. Vielleicht kann ich als Psychotherapeutin nochmal kurz ergänzen. Ich glaube, dass auch dieses sich bewusst werden, dass es sich um eine posttraumatische Belastungsstörung handelt, auch für die Patienten oft erst mit einer Verzögerung erst kommt, weil eben das, was die erleben, die Albträume und das, was wir Flashbacks nennen, das Wiedererleben, das ist gerade, wenn noch viele andere Krankheitsbeschwerden sind, entsteht das oft auch noch gar nicht so im Vordergrund, sodass eben auch das so zu diesem Realisieren, was spielt hier eigentlich eine Rolle, auch erst im Verlauf kommt. Und viele Patienten sprechen da auch mit den Therapeuten tatsächlich gar nicht so sehr drüber, weil sie eben auch noch viel zu sehr damit beschäftigt sind. Aber auch das ist was, wo wir gerade dabei sind, auch zu erkennen, die posttraumatische Belastungsstörung entsteht ja häufig auf der Intensivstation, auch durch die intensivmedizinische Behandlung. Und auch da kann man ganz viel tun, um das zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass da mehr Schulung stattfindet, wie eben die Patienten die Behandlung auch psychisch besser überstehen. Ja, herzlichen Dank für diese zusätzliche Information. Ich möchte aber trotzdem noch mal nachfragen, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und es kann auch sein, dass Ähnliche auch noch im Chat sind. Herr Walter, Sie sagten, man muss differenzieren zwischen mehr körperlich betonten und zwischen mehr wirklich psychologisch oder psychiatrisch betonten Störungen, weil das eine wird dann eher nicht medikamentös und das andere eher medikamentös behandelt. Wie können das denn Patienten oder Angehörige unterscheiden? Also können Sie uns da eine Hilfestellung geben? Ich denke nicht, dass die Angehörigen das von sich aus besonders gut unterscheiden können. Ich würde eher sagen, dass man beide Elemente berücksichtigen muss. Bei der Post-ICU-PTSD ist es halt besonders eindrücklich, dass wir wissen, dass es nicht nur die traumatisierenden Umstände sind, sondern dass es auch infektions- oder inflammatorische, also körperliche Mechanismen sind, die auf das Lernen einen Einfluss haben. Und gerade bei der PTSD wissen wir auch, dass wir diese Lernveränderungen, die wir in der Psychotherapie besprechen können mit den Patienten, eben sehr wohl auch mit Medikamenten adversieren können. Das heißt, diese Trennung zwischen einer körperlichen und einer psychologisch-psychotherapeutischen posttraumatischen Belastungsstörung ist in gewisser Hinsicht künstlich. Ich denke nur, es ist insbesondere bei der Post-ICU-PTSD besonders eindrücklich, dass es entzündliche Phänomene gibt, die man akut behandeln kann, schon während der Behandlung im Krankenhaus und die man sogar später wieder in der Psychotherapie adressieren kann. Ich würde diese Grenze da gar nicht so stark ziehen. Wir wissen, dass das sehr gut funktioniert mit der Psychotherapie. Wir wissen aber auch gerade, hier geht es um diese NMDA-Rezeptoren, dass Psychotherapie besser funktionieren kann, wenn man mit gewissen Medikamenten diese Rezeptoren auch für sich betrachtet in die Behandlung mit einbezieht. Und an der Stelle würde ich eher sagen, da geht ein Stück weit die biologische und die psychotherapeutische Komponente eher Hand in Hand. Und das wird sich eher mittelfristig verbessern. Es ist eher vom Stigma her so, dass es durchaus Patienten gibt, die sagen, ich kann mich ein Stück weit eher damit anfreunden, dass das eine solche PTSD-Erkrankung ist, wenn das nicht irgendwas in meiner Psyche ist, sondern wenn ich grundsätzlich akzeptieren kann, dass da auch das Gehirn oder die Synapsen irgendwo in Mitleidenschaft gezogen sind. Und dass es mir auch leichter fällt, von der Psychotherapie zu profitieren, wenn man dort auf der Ebene der Synapsen etwas wieder verbessert oder konkret auch mit Therapie versieht. Ja, vielen Dank. Es gibt eine andere Frage. Dankeschön, Frau Hardock. Eine andere Frage. Wie kann man eine geeignete Wohnortnareha-Einrichtung finden, die sich dann auch noch mit Sepsis-Folgen auskennt? Also erstmal Wohnortnaren wird wahrscheinlich die erste Schwierigkeit, sondern dann auch noch spezialisiert auf Sepsis-Folgen. Ich weiß nicht, Frau Landgraf, Sie wissen es möglicherweise bei sich im Umfeld, aber ja, Kolleginnen und Kollegen, wie können die das machen? Genau, also die Ärzte wissen in der Regel, welche Reha-Einrichtungen in ihrer Praxisnähe sind. Wenn Patienten eine entsprechende Reha-Einrichtung suchen, lohnt es sich manchmal, der Kostenträger sind ja in der Regel die Krankenkassen, weil bei der eigenen Krankenkasse nachzufragen, ob die einem einen Rat geben können. Oder wenn der Rentenversicherungsträger der Kostenträger ist, dann würde ich dort nachfragen. Denn die müssten eigentlich die Reha-Einrichtungen, mit denen sie Verträge haben, die die Kostenübernahme, also die Behandlungskosten übernehmen, müssten die eigentlich kennen. Und manche Patienten gucken auch einfach im Internet und machen da erstmal ein Bild und besprechen dann mit dem Hausarzt, was sie gefunden haben und welche Einrichtung dann für sie geeignet wäre. Frau Hartung, bitte. Ja, danke schön. Frau Öhrlein fragt, wieso gibt es kein einheitliches deutschlandweites Vorgehen? Jedes Krankenhaus hat einen eigenen Sepsis-Leitfaden, die sich manchmal stark unterscheiden. Mir wird jetzt aus dieser Frage erschließen, ob sich das um die Früherkennung handelt oder um die Nachbehandlung. Ich gehe mal davon aus, dass es hier um Früherkennung geht. Und mir ist jetzt nicht bewusst, dass jedes Krankenhaus einen eigenen Sepsis-Leitfaden hat. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Es ist aber so, dass es hier wirklich Unterschied, es gibt hier ein paar unterschiedliche Herangehensweisen, die Sepsis zu diagnostizieren. Und da will ich einfach nur mal ganz grundsätzlich sagen, dass die Diagnose der Sepsis nach den neuen Kriterien Sepsis-3 Organversagen in zwei Bereichen erfordert. Wenn man so lange wartet, dann haben wir schwerkranke Patienten, bei denen wir dann schon Organveränderungen haben. Und die Früherkennung mit den frühen unspezifischen Symptomen, wie wir sie jetzt auch hier angesprochen haben, die ist eben für die frühe Identifikation, für den frühen Verdacht auf Sepsis. Wir wollen die Menschen herausfischen, die noch davon profitieren, dass sie frühzeitig vielleicht auch eine Infektion behandelt wird, damit es eben gar nicht erst idealerweise zu diesem Organversagen kommt. Und im Zweifel verweise ich auf die Sepsis-Stiftung, die Seiten der Sepsis-Stiftung oder Sepsis-Wissen.de, was wir gerade aufbauen im Rahmen des Innoform-Projektes. Das sind eigentlich die für Deutschland gültigen Kriterien, wie sie auch zum Beispiel in anderen Ländern oder in bestehenden Qualitätsprojekten in Deutschland umgesetzt werden. Ja, weiter bitte an Herrn zur Heide. Frau Töner-Otto wird hier adressiert und gefragt, was wissen Sie über die kognitiven Folgen in Kombination mit bereits bestehenden Schäden, also zum Beispiel Asperger oder ADHS? Frau Töner-Otto. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir, wenn es um Folgen einer Erkrankung auf die geistige Leistungsfähigkeit geht, immer davon ausgehen, wie ist die sogenannte Reservekapazität? Also ein Gehirn, das vollständig gesund ist, kann eine Erkrankung besser kompensieren als ein Gehirn, was vielleicht schon in irgendeiner Art vorgeschädigt ist. Und wenn es vorher schon kognitive Störungen gab, gehen wir davon aus, auch da gibt es möglicherweise schon Einschränkungen. Das heißt, durch so eine Erkrankung kann sich die kognitive Störung verschlechtern oder akzentuieren. Andererseits, gerade wenn es um den Umgang mit solchen kognitiven Störungen geht, könnte es sogar sein, dass diese Patienten auch in ihrem Leben schon Strategien entwickelt haben, wie sie solche Störungen besser kompensieren können. Und insofern könnte auch das vielleicht sogar eine Ressource sein. Gut, ich mache mal weiter. Marlon Schwarze fragt, weshalb soll PE vermieden werden? Was bedeutet das für Sepsis-Patientinnen, die durch ihre Grunderkrankung auf PE angewiesen sind? Ich bitte jetzt um Unterstützung. Was ist wohl mit PE gemeint? Wer weiß das? Gut, vielleicht fällt uns das noch im weiteren Verlauf ein. Ich werde noch mal die nächste Feststellung vorlesen. Die passt jetzt auch zu dem, was Frau Thöne-Otto gesagt hat. Frau Dietzel sagt, eine Feststellung, keine Frage. Ich möchte den Satz nicht mehr hören. Ihnen sieht man ja nichts an. Ihre geistigen Fähigkeiten haben andere ohne Sepsis oft nicht. Das ist abwertend für mich und fatal. Denn es suggeriert, dass all das, mit dem ich lebe und jeden Tag kämpfe, meine persönliche Fehleinschätzung der Situation ist. Ganz kurze Bemerkung von meiner Seite. Ich glaube, dass viele Sepsis-Patienten, dass mein Erlebnis auch wirklich einfach eine Riesenwürdigung verdienen für das, was sie leisten, was man tatsächlich von außen oft nicht wahrnimmt. Das gilt ja eigentlich für alle Patienten und alle Angehörige, die sie unterstützen. Und da müssen wir uns eigentlich wirklich auch verbessern, auch als Ärzte, dass wir würdigen und respektieren, was für Leistungen Patienten und Angehörige da oft tun, um Mengen und Lücken und so weiter zu kompensieren. Oft auch Mängel im Versorgungssystem, damit eine gute Versorgung gewährleistet ist. Und also große Hochachtung vor den Leistungen von Patienten und Angehörigen. Herr zur Heide, bitte. Die nächste Frage ist, ich bin Intensivkrankenschwester und habe eine Fachweiterbildung gemacht für Sepsis-Bruh-Erkennung. In England wird der News angewendet. Tut mir leid, ich kenne ihn nicht, aber Sie wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Meiner Meinung nach für die Pflege und auch für das präklinische Setting viel besser. Wieso benutzen wir nur den Sofa und den Cube-Sofa? Ich weiß nicht, Frau Hartog, Sie können da was mit anfangen. Ja, gerne. Gerne. News ist der National Earning Warning Score. Das ist ein wirklich gut etablierter, sagen wir mal breiter, frühwarn-Checklist oder frühwarn-Algorithmus, der gerade in England, wo man eben auch durch den UK Sepsis Trust und schon lang bestehende Initiativen auch sich deutlich besser um Früherkennung der Sepsis kümmert, als hier in Deutschland. Das ist sicherlich eine gute Idee. Es gibt auch andere Scores in der gleichen Richtung. Tatsächlich Sofa und Cube-Sofa, das habe ich vorhin versucht auszudrücken, das sind intensivmedizinische Scores, die das Organversagen nach künstlich etablierten Grenzwerten bewerten. Und erst wenn sozusagen eine Grenzwert gerissen wird, dann fällt die Flagge. Und das ist sicherlich so, dass das für die Früherkennung eigentlich nur ein Nachteil ist, weil das ist inzwischen auch durch Studien bewiesen, dass man, wenn man sich zum Beispiel nur auf den Q-Sofa-Score verlässt, eine Verzögerung von sechs Stunden in der Notaufnahme einbaut, also sechs Stunden bis hin zum Beginn einer Sepsis-Behandlung, das kann für viele Patienten schon eine, ist also ein deutlicher Unterschied der Sterblichkeit und kann einen großen Unterschied auch hinterher in der Ausbildung von Folgen und der Dauer der Krankenhausbehandlung und so weiter ausmachen. Also je früher wir Sepsis erkennen können, desto besser. Genau. Herr Zuhalde, möchten Sie weitermachen? Ich glaube, wir haben jetzt hier eine Aufklärung, was soll die rentrale Ernährung vermieden werden? Was bedeutet das für Sepsis-Patienten, die durch ihre Grunderkrankungen eben darauf angewiesen sind? So, jetzt noch was. Jetzt sehe ich hier gerade hier Herrn Sauter an. Ich kann möglicherweise Herr Sauter etwas aus der Erfahrung in der Klinik Bavaria sagen, wo ja sicherlich auch einige Patienten mit parenteraler Ernährung dann kommen. Oder was wäre jetzt Ihre Antwort auf diese Frage? Also grundsätzlich ist es ja so, die parenterale Ernährung sollte ja nur in der Anfangsphase der Sepsis vermieden werden, so die ersten drei Tage. Da gibt es veränderte Stoffwechselvorgänge, katabole Stoffwechselvorgänge. Es kommt zur Belastung von den Nerven und es ist eben ein Risikofaktor für die Entstehung der Kritik-Illnis-Polyneuropathie oder Myopathie. Es kann was anders sein bei Patienten, die grundsätzlich damit ernährt werden. Die haben ja keinen, wie soll ich sagen, die parenteralen Patienten, da kommt ja keine Ernährung mehr über den Darm. Und der Darm hat ja für den kompletten Stoffwechsel erkennt man ja immer mehr eine ganz, ganz wichtige Funktion. Die trifft bei Patienten nicht mehr zu, die eine grundsätzliche parenterale Ernährung haben. Also haben die eine ganz andere Stoffwechselsituation grundsätzlich. Ob, sie sollen es natürlich weiter behalten, sie brauchen es auch, ist ja möglich. Aber diese Patienten sind eben auch nicht über enterale Ernährung zu ernähren. Also insofern, denke ich, spielt es bei denen überhaupt keine Rolle. Also vielleicht, Frau Schwarze, wenn Sie jetzt gerade dieses akute Problem haben, vielleicht nochmal nachfragen bei den behandelnden Ärzten, was jetzt da genau die Situation ist und aus welchen Gründen jetzt auf die parenterale Ernährung verzichtet werden soll. Also wie gesagt, wenn der Patient grundsätzlich darauf angewiesen ist, dann wäre es sicherlich auch wichtig, dann hinterher wieder damit weiterzumachen. Wir haben jetzt eine Frage von D aus B. Das ist fast wie in einer Novelle von Kleist. Nach überstandener Sepsis taucht bei mir Fatigue immer wieder geradezu anfallsmäßig auf und ist dann oft für Wochen verschwunden. Ist das normal? Und gibt es die Aussicht, dass die Beschwerden irgendwann ganz verschwinden? Herr Paul, vielleicht können Sie hier ein bisschen weiterhelfen. Also ich kenne mich jetzt so speziell nicht mit Fatigue nach Sepsis aus, aber man sollte zumindest schauen, ob es, ich sage mal, neurologische Auffälligkeiten gibt. Also wenn ich sowieso schon im Rahmen der Behandlung und Abklärung der Sepsis eine neurologische Untersuchung mal erfolgt ist, würde ich das dann nachholen, wenn solche Beschwerden auftreten. Und dann würde ich auch mal schauen, ob es andere möglicherweise nicht erkannte, auch internistische Probleme gibt, Schildtreten, Funktionsstörungen, Nierenfunktionsstörungen und so weiter, die häufig auch, auch Schlafstörungen, ganz wichtiger Punkt, die häufig auch zu einer Fatigue-Symptomatik beitragen können. Gegebenenfalls muss man auch weitere Diagnostik machen, zum Beispiel mal eine Bildgebung vom Gehirn, um zu schauen, ob es nicht, je nachdem, was im Rahmen der Sepsis vorher passiert ist, zum Beispiel zu cerebralen Durchblutungsstörungen, auch zu entzündlichen Veränderungen im Gehirn gekommen ist. Also es hängt ein bisschen, ich würde das stufenweise machen, hängt ein bisschen von der Schwere der Symptomatik ab, wird mit einer körperlichen Untersuchung beginnen, inklusive Neurostatus, dann gegebenenfalls Labordiagnostik, vielleicht auch Richtung Schlafmedizin und dann weiter auch mit Bildgebung schauen. Herzlichen Dank. Das war jetzt eine vollständige Untersuchung. Möchte vielleicht noch jemand anders von unseren Behandlern, möglicherweise unsere Hausärztin Frau Landgraf, noch was dazu sagen? Ich kann das nur unterstützen. Ich würde den Patienten in der Phase, wo der unter seiner Fatigue leidet, in die Praxis bestellen. Und ich würde eine ganze Menge an Untersuchungen machen, die eben auch eine Müdigkeit oder eine Fatigue erklären können. Ich würde zum Beispiel den Blutdruck und den Puls kontrollieren, wie die eigentlich in der Situation sind. Nicht, dass der in dieser Zeit phasenweise hohe Blutdruckwerte oder hohe Pulswerte hat, die ihn erschöpfen. Ich würde in der Zeit auch mal Blut abnehmen. Also das kann ich nur unterstützen, dass man genau schauen muss und erst mal gucken muss, ob es nicht noch ein anderes Problem gibt, was diese Fatiganfälle verursacht. Frau Reißhauer, haben Sie eigentlich auch in der multidisziplinären Frührehabilitation mit Fatigue zu tun? Und haben Sie da vielleicht auch noch eine Einschätzung oder einen Tipp für unsere Patienten? Ja, natürlich in der Frühreha ist es ja so, dass die Patienten zum Teil einen völlig aufgehobenen Tag-Nacht-Rhythmus haben durch die lange Zeit auf der Intensivstation. Und da ist natürlich am Anfang eine ganz ausgesprochene Müdigkeit. Wir sprechen da noch gar nicht von Fatigue. Das wäre eigentlich fast noch zu früh. Aber da machen wir letzten Endes genau, wie Herr Paul gesagt hat, auch immer die Kontrolle der Schilddrüsenparameter. Oder was Roland Raff sagte, dass möglicherweise die Blutdruckmedikamente einfach jetzt viel zu, dass die zu hoch dosiert sind. Durch das lange Liegen geht der Blutdruck ohnehin nach unten. Die Patienten haben in der Regel viel an Gewicht verloren und brauchen tatsächlich viel weniger Blutdruckmedikamente. Also das kann das nur unterstützen. Und auch die Situation der Schlagförderung einmal medikamentös möglich. Aber wir setzen für diese Müdigkeitssituation im Bereich der Frührehabilitation neben den bekannten Maßnahmen wie krankengymnastik aktivierender Therapie die breite Palette der Hydrotherapie ein. Also obwohl wir Akutkrankenhaus sind und Level-1-Krankenhaus, wir haben die Altvorderen, die Kneipp und die kleine Hydrotherapie tatsächlich nicht vergessen. Und zur vegetativen Harmonisierung nach so schweren Krankheitsverläufen ist es tatsächlich auch angezeigt, morgens mit wechselwarmen Waschungen zu beginnen, mit Bürstungen, wenn die Haut intakt ist. Also da haben wir ganz, ganz viel im Nähkästchen, was wir einsetzen können, um den Patienten auch wirklich eine vegetative Stabilisierung bieten zu können. Neben der breiten Diagnostik, keine Frage. Ja, das hört sich ja wirklich interessant an. Ist das vielleicht auch etwas, was Patienten zu Hause machen können, auch wenn sie jetzt nicht in der Reha sind oder jetzt gerade nicht beim Therapeuten, aber trotzdem mit ihrem Fatigue kämpfen und zu Hause etwas für sich tun können? Ja, während der Zeit, die die Patienten sich in der Frührehabilitation befinden, bekommen die Patienten ganz ausführliche Anleitungen beispielsweise zur Atemtherapie. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Oder aber auch zur Trainingstherapie, dass der Patient selber seine Herzfrequenz beurteilen kann und auch einschätzen kann, wie weit er sich belasten kann. Das beginnt ja zunächst mit dem Training auf der Ebene in Erde, auf Zimmerebene, auf Flurebene. Dann wird ärztlich das Treppentraining freigegeben. Dann das Terrenntraining auch im Gelände der Klinik. Und so lernt der Patient schrittweise auch wieder zutrauen, zu seiner Leistungsfähigkeit zu finden und auch einschätzen zu können, wann Belastungsgrenzen vorhanden sind. Und er muss auch lernen, es gibt ja viele Patienten, die wollen dann mit aller Macht ganz, ganz viel machen. Also er muss auch lernen, seine Belastungsgrenzen zu erkennen und auch zu akzeptieren. Und da kriegt man ja ein gutes Gespür während des Rehabilitationsverlaufes, weil die Patienten befinden sich ja längere Zeit in unserer Obhut, sodass wir auch immer, wenn möglich und auch wenn gewünscht, sowieso die Angehörigen einziehen und eine Angehörigenschulung machen. Weil das ist einfach für diese Schnittstelle Krankenhaus zu Hause oder Krankenhaus-Zwischenschritt zu Hause und Rehabilitation und einfach eine ganz wichtige Patienten-Edukation. Und was der Patient da gelernt hat, das vergisst er nicht. Und das kann er dann zu Hause umsetzen und auch in der fortführenden Reha umsetzen. Ja, herzlichen Dank. Erstmal wieder zurück an Herrn zur Heide. Ja, hier gibt es eine präzise Frage an Frau Töne-Otto. Ob Sie die natürlich beantworten können, das weiß ich nicht. Da fragt jemand, wie gelange ich zu einer medizinischen Reha in Leipzig nach einer nicht erkannten Sepsis? Stichwort Knieinfektion und fünf Tage Delirisch-Biskopie. Diese Person, dieser Mensch hat neuropsychologische Testungen gemacht und Symptome legen Longsepsis nahe sieben Jahre schon her. Ich weiß nicht, ob Sie mit diesen Informationen das anfangen können. Ich würde sagen, wenn Sie in der Nähe von Leipzig sind, dann macht das schon Sinn. Dann kann man mal unsere Kontaktdaten im Internet suchen und sich in unserem Sekretariat anmelden. Wenn Sie aber schon eine neuropsychologische Testung gemacht haben, dann wäre eben die Frage, ob der oder diejenige, die das durchgeführt hat, nicht tatsächlich auch die Therapie durchführen kann. Weil unsere Erfahrung ist, dass eben wohnortnah eine Therapie natürlich immer am erfolgreichsten ist, weil man da eben auch mit den Anforderungen im Alltag am besten umgehen kann. Darf ich da nochmal nachfragen? Das ist ja schon sieben Jahre her. Wie lange nach Sepsis ist das denn sinnvoll? Beziehungsweise es kann ja auch sein, dass das Probleme sind, die vielleicht gar nicht unbedingt von der Sepsis stammen. Das erleben wir ja auch. Nicht alles, was nach Sepsis auftritt, ist vielleicht auch der Sepsis geschuldet. Wie gehen Sie da vor, wenn Patienten kommen, die sagen, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber seitdem habe ich das Problem? Ja, das ist sicherlich eine sehr wichtige Frage. Es geht natürlich immer auch darum, was ist das Ziel der Behandlung? Wenn die Beschwerden sieben Jahre nach der Sepsis noch bestehen, dann werden wir sicherlich keine Heilung in dem Sinne erreichen. Aber was man schon mit den Patienten erarbeiten kann, ist zu schauen, wie können sie mit ihren Beschwerden im Alltag besser zurechtkommen und ihnen da Strategien an die Hand geben. Und da ist natürlich eine Chronifizierung auch immer schwierig, weil es auch nicht so einfach ist, vielleicht auch nicht so optimale Kompensationsstrategien zu verändern. Aber das müsste man dann eben schauen. In so einem Fall würden unsere Ärzte im Zweifelsfall auch ein Vorgespräch führen und gucken, was ist schon probiert worden und das wirklich im Einzelfall entscheiden. Aber allein die Dauer ist kein Grund, nicht eine Behandlung zu machen. Ja, interessant. Gut, ich würde mal weitermachen. Wir bekommen jetzt hier eine Frage zu Begutachtungen. Begutachtungen. Gerade die Langzeitfolgen von Sepsis werden von den Haftpflichtversicherern von Kliniken in Arzthaftungsangelegenheiten immer wieder geleugnet, weil wenig Kenntnisse vorhanden sind. Gibt es außer den Informationen der Sepsis-Stiftung Spezialisten, die Begutachtungen durchführen? Ja, das ist ein nicht so ganz einfaches Thema. Vielleicht, Irmgard, möchtest du aus hausärztlicher Sicht was dazu sagen und vielleicht im Anschluss nochmal unser Reha-Mediziner Herr Sauter? Also bei dem, was hier vorliegt, geht es ja offensichtlich um einen Prozess, der von einem Juristen begleitet wird. Also wenn der nicht weiß, wer Gutachten macht, würde ich mich immer an die Landesärztekammer wenden und dort nachfragen, wer zu diesem Thema Gutachten machen kann. Das müssten die wahrscheinlich am ehesten sagen können. Und dann die Rechtsanwälte, die sich mit Arzthaftungsangelegenheiten beschäftigen, die wissen da vielleicht auch, wen man in Anspruch nehmen kann, weil die ja da häufiger mit beschäftigt sind mit diesen Angelegenheiten. Sind da die Krankenkassen auch Ansprechpartner in dieser Situation? Also wenn es zu einem Schaden gekommen ist, wo die Krankenkasse dann Arztkosten oder Behandlungskosten im Krankenhaus übernehmen soll, dann kann das gut sein. Die haben auch eine Rechtsabteilung, die sich darum kümmert und die dann der Angelegenheit nachgeht, um zu gucken, ob sie die Kosten, die da entstanden sind und die sie tragen mussten, an jemand anderen abgeben können. Und da kann man auf jeden Fall auch nachfragen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch so ein Pool an Gutachtern haben, den sie dann hinzuziehen. Denn bei Langzeitfolgen, wo der Arzt dann im Grunde genommen in Anspruch genommen werden soll, der da möglicherweise einen Fehler gemacht hat, geht es ja auch um Behandlungskosten, Behandlungskosten, die die Krankenkasse dann bezahlen musste und für die jemand anderer zuständig sein könnte. Ah ja, danke schön. Herr Sauter. Ja, also bei Rechtssachen würde ich auch schon sagen, zum einen stehen ja auch die Gerichte teilweise Gutachter und suchen Spezialisten raus, wenn es schon so weit gekommen ist. Das ist ganz klar. Dann haben natürlich auch nicht nur die Krankenkassen, wenn das jetzt so ein Fall ist, der auch mit einer BG, also mit einer Berufsgenossenschaft oder mit einer Unfallversicherung zu tun hat. Die haben natürlich auch ihre eigenen Gutachter. Die Frage ist immer nur, wen stelle ich? Welcher Gutachter begutachtet richtig? Und mit welchem Hintergrund begutachtet er? Also die Fragestellung, kommt es zu einer Sepsis? Ist was anderes? Was ist die Ursache der Sepsis? Die andere Frage ist, sind das noch Langzeitfolgen? Das wird sicherlich, ein Chirurg ist vielleicht für die OP-Wunde zuständig, hat es falsch gemacht, aber für die Langzeitfolgen mit kognitiven Störungen ist dann eher vielleicht ein Psychiater oder ein Psychologe oder sowas zuständig. Das sollte man schon dann überlegen, wen sich da für welche Folgen hinzutzt. Gut, ich hoffe, dass das weiterhilft und übergebe wieder an Herrn zur Heide. Es gibt eine allgemeine Frage von A. Bertram. Ich kann das nicht zuordnen. Die beste Prävention von Sepsis-Folgen ist die Verhinderung von Sepsis. Ich glaube, da wird jeder hier zustimmen. Warum gelingt es uns nicht, die Sepsis-Zahlen zu senken? Wenn ich antworte, dafür brauchen wir solche Veranstaltungen, dann wird das bestimmt besser. Aber das ist jetzt meine unmaßgebliche Journalisten-Meinung. Ich weiß nicht, ob die Fachfrauen und Männer da noch was anderes hinzufügen wollen. Naja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es ein großer Teil auch unserer hausärztlichen Aufgaben ist, Prävention zu unterstützen. Und dazu gehört eben Gesundheitskompetenz unserer Patienten zu fördern. Aber nicht alle Menschen haben einen Hausarzt. Deswegen haben sie völlig recht. Gesundheitskompetenz wird auch durch Medien, durch Veranstaltungen gefördert und durch Weiterbildungen. Und das gehört einfach in alle Kreise hinein, dass das Frau Hartog und ich überlegt hatten, dass man eben auch die Pflegekräfte mehr schult. Das gibt es ja schon in kleinem Rahmen, wo sich das sehr bewährt. Schulungen und gemeinsame Strategieentwicklungen, da wo man zusammenarbeitet, ist immer ein sinnvolles Konzept. Und das muss einfach mehr gefördert werden. Aber auch die Patienten müssen mehr Möglichkeiten haben, sich Kenntnisse zu verschaffen. Und müssen dann eben auch Gehör finden können, wenn sie etwas wissen, was sie dann ihrem Arzt mitteilen und müssen dann da auf Verständnis stoßen. Also es ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, vor dem wir stehen. Mehr Gesundheitskompetenz und mehr sektorenübergreifende und multidisziplinäre Versorgung der Menschen ist, glaube ich, das Gebot der Stunde bei den Problemen, vor denen wir stehen. Ja, Irgert, du hast sicherlich recht. Ich glaube, es kommt noch ein weiteres Problem dazu und das ist einfach schade, dass Herr Graf, Jürgen Graf nicht mehr dabei ist. Er hat das ja schon so etwas auch angedeutet. Ich glaube, dass der Qualitätsgedanke also nicht ausreichend verankert ist in den Strukturen. Es geht in der Versorgung gar nicht immer unbedingt die beste Qualität für Patienten zu erreichen, sondern es geht eben viel auch um andere Interessen. Also es wird ja viel diagnostiziert und behandelt, was auch erlösrelevant ist. Vieles von dem ist sicherlich sinnvoll, aber gerade was jetzt die Sepsis angeht, die Früherkennung, also da gibt es eigentlich viel zu wenig Inzentiven, um die Früherkennung sozusagen zu befördern. Es ist für Krankenhäuser ja viel lohnender, wenn sie lange beatmen und wenn sie intensiv komplexe Behandlungen anbieten können, als wenn sie gute Prävention machen. Ich glaube, da haben wir einfach auch falsche Anreizsysteme in unserem System. Also das ist völlig richtig. Prävention kostet Zeit und die Zeit wird nicht bezahlt. Und da muss sich tatsächlich etwas ändern und das kriegen wir nur hin, indem wir von allen Ebenen auch fordern, dass dafür mehr Zeit und auch Qualitätsorientierung zur Verfügung gestellt wird. Das kann nicht immer alles nur gemacht werden, weil es bezahlt wird und Geld bringt. Das bringt uns letztendlich nicht weiter. Genau, die nächste Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Post-Covid und Pathogenen im Darm? Das wäre jetzt eine Frage für Grundlagenmediziner, Infektiologen, Mikrobiomforscher. Haben wir jemand hier dabei? Aus der Strecke. Ich weiß nicht, Herr Weiland, sind Sie noch bei uns? Ja, ich bin noch dabei. Ah, Sie sind noch dabei. Sie entschätzt gerade nicht wahrgenommen. Ach so, Sie sind... Aber ich kann... Ja, vielleicht können Sie auch was dazu sagen. Ja, ich bin kein Gastroenterologe, aber wir wissen heute aus verschiedenen Studien, unter anderem aus der Studie der Kölner Kollegen, dass die Post-Covid-Syndrome besonders häufig auftreten, wenn eine Diarrhoe im Rahmen der Covid-Erkrankung aufgetreten ist. Das heißt, Diarrhoen sind ein Risikofaktor für schwere Post-Covid-Verläufe. Und man fragt sich natürlich, wie kommt diese Verbindung zustande? Man muss dabei unterscheiden, auf der einen Seite natürlich zwischen den Schädigungen, die das Virus selber auslöst. Denn man hat ja Virus-RNA auch nach vielen Monaten noch bei endoskopischen Untersuchungen bei Covid-Patienten gefunden. Das heißt, es besteht natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, dass in der Viruspersistenz daran beteiligt ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch die immunologischen Dinge und das Mikrobiom im Darm hängen zusammenhängen. Man kann das letztendlich nicht beantworten, nur beim derzeitigen Wissensstand. Aber eine Verbindung zwischen dem Darm, nicht unbedingt nur den Pathogenen, sondern auch dem Mikrobiom und der Post-Covid-Symptomatik oder der Ausprägung der Post-Covid-Symptomatik ist nicht ausgeschlossen. Also wir haben sicherlich hier beim Post-Covid-Syndrom wie auch beim Post-Sepsis-Syndrom und im Grunde auch beim Post-Intensiv-Stationssyndrom eben eine starke Beteiligung des Immunsystems. Und dass wir hier, dass da auch das Mikrobiom eine Rolle spielt und die Darmflora, das ist ganz sicher. Spannend ist, was ist spezifisch, erregerspezifisch und was ist wirklich selbstspezifisch. Wird spezifisch, ja. Wird spezifisch, man wird das wahrscheinlich auch nie wirklich auseinanderhalten können. Ja, gibt es noch Erkenntnisse zu dem Darm- und Post-Covid-Syndrom jetzt vielleicht von Seiten der... Ah, Herr Walter meldet sich, die Psychiatrie. Spannend. Bitte, Herr Walter. Wenn der Psychiater zu Mikrobiom äußert. Ja. Ich kann ja in Weilein nur beipflichten. Ich glaube, so habe ich die Frage auch verstanden. Es sind nicht zwingend die Pathogene, sondern das Mikrobiom im weiteren Sinne, bei dem sich jetzt die Erkenntnisse häufern. Ich als Psychiater bin nur deswegen darauf gestoßen, weil es eine Studie aus China gibt, die auch das Mikrobiom infolge von Covid untersucht hat. Und dann auch nach Ausschluss von gewissen Faktoren, wie zum Beispiel Antibiotika-Behandlung, die teilweise in China zu Beginn der Pandemie auch durchgeführt wurden. Auch wenn man für solche Dinge kontrolliert, findet man Veränderungen in Ruminococcus-Stimmen. Und das wiederum sind Bakterien, die Mikrobiom auch in veränderter Form vorliegen, zum Beispiel bei Menschen mit einer Depression, die für sich betrachtet auch die Verstoffwechslung und die Aufnahme von Antidepressiva verändern. Das ist eine Erklärung, warum das Antidepressivum bei dem einen besser wirkt als bei dem anderen. Und nur deswegen, weil wir uns jetzt auch als Psychiater mit dem Mikrobiom bei Patienten beschäftigen, fiel uns halt auf, dass es interessanterweise in dieser einen chinesischen Studie gerade diese Stämme waren, die auch immer vermehrt aufgetreten sind. Man muss aber auch, und da lerne ich ja auch von den Experten berücksichtigen, dass es in der Regel nicht der einzelne Stamm ist, das einzelne Bakterium, was etwas verursacht, sondern dass es immer dann auch die Gemeinschaft von verschiedensten Keimen ist, die in ihrer Gesamtheit dann auch veränderliche Effekte im Körper auslösen, sodass das sicher noch weitaus komplexer ist, als jetzt dieser einfache Zusammenhang zu verrieren mag. Nur das aus psychiatrischer Seite. Herzlichen Dank, das war, glaube ich, alles sehr interessant. Ich gebe wieder zurück an Herrn Zurheide. Er fragt noch eine Zuschauerin, die ich leite seit Sepsis mit Intensivaufenthaltern, kognitiven Problemen, die Fatige, mir wurde eine psychosomatische Reha empfohlen. Ist das für Sie richtig? Wer kann das beantworten? Die Psychologen vielleicht, Herr Wörter? Sonst würde ich Herrn Sauter fragen vielleicht, der ja auch Erfahrung hat mit psychosomatischer Rehabilitation in Kreischer. Sie sind noch gemutet. Ja, ja, ich bin noch da, aber Herr Walter wollte sich auch schon melden. Ich würde ganz gern ihm den Vortritt lassen, weil er sich vorher auch schon zu diesem Thema geäußert hat. Ja gut, ich war mir eben nicht sicher, ob ich angesprochen. Als Psychiater habe ich natürlich nicht die Psychologie, für die ich mitsprechen kann. Aber als Fachkollege aus der Psychiatrie sehen wir natürlich auch Indikationen, die dann in die Psychosomatik, was ja ein eigenes Fach ist, weitergehen. Grundsätzlich sind die Kollegen aus der Psychosomatik durchaus hinreichend geschult, um auf diese Dinge einzugehen. Und insofern halte ich das grundsätzlich nicht für falsch, dass man die psychologisch-psychosomatische Komponente hinreichend berücksichtigt. Ich glaube, es ist wichtig, dass die entsprechende Einrichtung darauf spezialisiert ist, wenn es eine Postsepsis-Genese oder mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Kontext steht. Ich erlebe es, dass es Kollegen gibt, die teilweise extrem gute Psychosomatik machen, auch in der Rehabilitation, die aber im Spezifischen jetzt für die Folgestörungen der Sepsis eben nicht die entsprechende Fachkenntnis haben. Und ich denke schon, dass man dort auch mit dem zuweisenden Arzt, derjenigen, der dann entscheidet, wo sie hingehen, gemeinsam schauen kann. Und wenn ihr Zuweiser, ihr Hausarzt, Frau Landgraf, nickt, ein bisschen das Gefühl hat, welche psychosomatische Reha ist hier für hinreichend spezialisiert und bei welcher psychosomatischen Reha liegt der Behandlungsschwerpunkt vielleicht eher bei etwas anderem, dann, glaube ich, ist das der richtige Weg. Und dann sollte man nicht generalisiert sagen, ja, die können alles oder nee, das ist grundsätzlich das Falsche. So, jetzt darf ich noch mal einhaken. Also es gibt mittlerweile auch neurologische Einrichtungen, die sich genau auf dieses Thema in der Rehabilitationphase, in der Phase D einschießen und dort arbeiten wollen. Also insofern denke ich auch mal, ist es in der Neurologie in bestimmten Einrichtungen ganz gut aufgehoben. Man sollte aber vorher in der Einrichtung nachfragen, ob sie dieses spezifische Gebiet bedienen. Gut, genau. Da würde ich auch noch mal unterstreichen, es muss ja ein Arzt die Empfehlung herausgegeben haben, diese Klinik zu machen. Und ich gucke bei meinen Patienten natürlich, ob das dann eine Klinik ist, die dann auch den Ansprüchen, die wir an sie haben, gerecht wird. Das ist genau richtig. Gut, ich mache weiter. Sind Schmerzen für Post-Covid typisch, sagt Frau Fahrenkamp. Und wenn ja, welche? Jetzt schaue ich in die Runde. Kann ich gerne machen. Sehr gerne, Frau Reishauer. Schmerzen sind typisch. Wir hatten ja heute auch in einem der Vorträge so eine Hitliste gesehen, wie häufig Schmerzen auftreten. Und wir haben es da mit Kopfschmerzen zu tun, aber auch mit Schmerzen der Muskulatur und Gelenke. Bei länger abgestehenden Kopfschmerzen ist es natürlich klar, dass wir wieder, um das zu bemühen, interdisziplinär arbeiten müssen und auch eine neurologische Konsultation durchführen. Die Muskel- und Gelenkschmerzen sind in der Regel durch den ausgeprägten Muskelabbau eingetreten, durch die Fehlbelastung. Und wenn die Patienten dann wieder mobilisiert werden, auch durch eine fehlende tiefe Stabilisierung, einfach durch diesen ganz, ganz ausgeprägten Muskelabbau. Und dem kann man aber sehr gut begegnen, einfach durch Muskel- und Faszientherapie. Das gehört einfach zum Grundprogramm dazu. Und damit kann man vielen Patienten schon ausgezeichnet helfen. Und ein Problem, was wir schon ganz vielfach gesehen haben, ist der Schultergürtelschmerz. Und der hat möglicherweise damit zu tun, dass die Patienten auch lange Zeit in Bauchlagerungen verbracht haben, wenn sie beatmet worden sind. Und dann, vielleicht können Sie es jetzt sehen, hier ist die Halswirbelsäule, dass dann genau dieser untere Bereich der Halswirbelsäule, der für die Rückbeuge verantwortlich ist, einfach eine funktionelle Blockierung hat. Oder aber auch durch die Verschaltung, Zwerchfellmotorik und C5, C6. Also dann kann es auch zu funktionellen Blockierungen kommen. Und wenn die nicht aufgelöst werden, hat man dann dieses Perpetuieren, dieses Schmerzes. Und daher machen wir das zumindest so, dass wir alle Patienten, wie ich immer salopp sage, auch von Hacke bis Nacke manualtherapeutisch untersuchen, um genau diese Funktionsstörungen herauszufinden, die man nämlich nicht im Röntgenbild sehen kann, und dann auch entsprechend zu behandeln. Und das ist zielführend bei Patienten mit Postkopfenschmerz. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, dass auch im Rahmen von der Fatigue es gar nicht so selten auch zu Belastungskopfschmerzen kommt. Wenn die Patienten dann eben doch versuchen, ihren Alltag normal zu bewältigen, sind die Kopfschmerzen oft tatsächlich auch ein Zeichen von der schnelleren Ermüdbarkeit und sollten dann auch als wichtiges Signal genommen werden, einfach mehr Pausen einzulegen. Das ist ja wirklich alles hochspannend. Also ich lerne unglaublich viel dazu. Genau, ich gebe wieder an Herrn zur Heide. Da wird noch eine Frage gestellt zur Literatur. Kann ich natürlich nicht beantworten. Wieso findet man in der Literatur so selten etwas über Fatigue nach Sepsis als dem zentralen Bestandteil des Post-Sepsis-Syndroms, höchstens in der internationalen Literatur? Also wer mag oder kann das beurteilen? Frau Arter? Ich kann ganz schnell was dazu sagen. Also mein Verdacht ist, wir haben Fatigue in unserem Seppfrock-Projekt, in den Diagnosen der AOK im Jahr nach Sepsis etwa in 11 bis 12 Prozent gefunden. Das ist ja deutlich geringer, als das bei Long-Covid berichtet wird. Entweder ist es spezifisch, ist Fatigue etwas spezifisch Virales oder, was ich eher glaube, ist Fatigue wird einfach nicht diagnostiziert. Es wird nicht ernst genommen. Die Patienten gehen nicht zum Arzt oder Ärzte, wie hier einer unserer Patienten sagte, bekommen dann gesagt, ach, das wird schon und lassen sich Zeit und erholen sich mal, schlafen sich mal aus, dann ist das wieder weg. Ich glaube, dass es ein relativ neues Phänomen ist. Wir wissen es ja auch aus der Orthopädie, aus der Rheuma-Forschung, dass Fatigue ja wirklich erst wahrgenommen wurde, nachdem Patienten sozusagen darauf bestanden haben und das berichtet haben. Das ist über Patienten eigentlich erst in die medizinische Aufmerksamkeit geraten. Insofern müssen wir hier Covid dankbar sein, weil es uns wirklich die Chance gibt, dieses wichtige Problem auch noch mal besser zu verstehen und auch zu behandeln. Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man dieses Syndrom einfach nicht so ernst nimmt, weil es keine objektivierbaren Befunde gibt. Man hat keinen Laborwert, der auffällig ist und keinen Blutdruckwert, der auffällig ist. Und nur weil jetzt eben Patienten zunehmend mehr diese Beschwerden berichten, kann man den Zusammenhang eben doch herstellen und eben auch eher das Fatigue-Syndrom diagnostizieren als Post-Covid- oder Post-Sepsis-Folge. Genau. Und jetzt kommt eine Frage. Ist es möglich, dass die neurokognitiven Fähigkeiten nach Sepsis langfristig beeinträchtigt bleiben? Vielleicht an Frau Töner-Otto. Also ist es möglich? Die Frage muss ich, glaube ich, mit Ja beantworten. Es ist möglich, weil es eben zu einer Hirnbeeinträchtigung kommen kann. Ich gestehe, ich habe keine Zahlen, wie häufig das der Fall ist, also zum längerfristigen Verlauf. Ich denke, es gibt wie nach vielen schweren Erkrankungen auf jeden Fall eine Besserung. Und ich sage zu meinen Patienten immer, die Dynamik der letzten Monate oder Jahre ist wahrscheinlich der beste prognostische Faktor. Das heißt, wenn sich in den letzten Monaten das langsam und zunehmend gebessert hat, dann gibt es auch eine Chance, dass das in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht. Aber wenn man eigentlich das Gefühl hat, seit zwei Jahren ist der Zustand mehr oder weniger stabil, dann wird man hier und da noch mal ein bisschen was verändern können. Aber dann hat man einfach doch so ein Plateau erreicht. Dazu kommt sicherlich auch noch der Alternseffekt. Wir werden ja auch mit den Jahren immer älter und eure kognitive Funktion nimmt, glaube ich, auch im Alter sowieso ab. Oder wie ist das, Frau Töne-Otto? Ja, ich glaube, die Erfahrung machen wir natürlich alle. Und Sie haben vollkommen recht. Wenn dann so der normale, gesunde Alterungsprozess dazukommt, dann kann es sogar sein, dass man das Gefühl hat, die Leistung lässt nach. Aber jetzt sind wir wieder bei diesem Stichwort Reservekapazität. Mit einem bereits vorerkrankten Gehirn kann ich eben auch die Folgen des normalen Alters schlechter kompensieren. Und dann kann es eben sein, dass sich diese Auswirkungen noch deutlicher bemerkbar machen. Ja, das ist richtig. Ja, herzlichen Dank. Wieder zurück zu Herrn zur Heide. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon fast am Ende, wenn ich das richtig sehe, angekommen. Ich habe jetzt keine Fragen mehr. Wir haben wirklich alles beantwortet, was wir hier reinbekommen haben. Ich habe aber noch einen wichtigen Hinweis. Das kam nämlich auch als Frage, ob es eine Aufzeichnung der Vorträge gibt. Ja, hatte ich am Ende vorhin schon mal gesagt. Also alle, die sich registriert haben, die werden noch mal einen Hinweis bekommen über die Aufzeichnung. Dann können Sie es komplett sehen. Aber die einzelnen Vorträge wird es jeweils auch auf YouTube geben. Also insofern, wer da noch vertieftes Interesse hat, kann dem gerecht werden. Dann bleibt mir am Schluss eigentlich nur noch, mich bei allen zu bedanken, die hier mitgewirkt haben. Vor allen Dingen jenen Menschen, die im Hintergrund das alles so wunderbar gemacht haben, dass das hier viereinhalb Stunden lang geklappt hat. Und über die Internetverbindungen haben wir ja schon gesprochen, dass sowas inzwischen in Europa, kann man sagen, möglich ist. Denn ich bin nicht in Deutschland. Ist ganz wunderbar. Und eigentlich dem Thema, ich will kein Schlusswort halten, kann man nur wünschen, dass es, wie ich es am Anfang gesagt habe, die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Und dafür, das kann ich als Journalist eventuell ein bisschen mit beeinflussen, andere Themen etwas in den Hintergrund gedrängt werden. Ich glaube, das ist wert, dass wir darüber nachdenken und dass wir dann den Politikern da, wo es nötig ist, beide machen, dass sie die Strukturen mithelfen, so zu verändern, wie es hier wichtig ist, aber nicht nur hier, denn anderswo auch. Also ganz herzlichen Dank an alle Menschen, die hier mitgemacht haben, die dieses sehr interessante und schwierige Thema gestaltet haben. Auch noch mal ein besonderer Dank an jene, die aus ihren eigenen Erfahrungen berichtet haben. Denn das ist ein Mangel bei solchen Konferenzen, dass wir oft über Menschen reden, aber nicht mit den Menschen. Das war heute anders. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Insofern kann ich auch jenen danken, die hier das Programm ausgearbeitet haben. Also alles Gute. Ich wünsche einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Danke, tschüss.